Streaming starten Dann warten wir schnell auf YouTube Come on Pushen Inhalte werden empfangen Dann empfangen wir mal Inhalte So Livestream hat begonnen Sehr nice So Dann brauchen wir einen Chat Und Ah ja moin Und die Loots brauchen wir noch Die Loots benötigen wir noch hier Condensed View Refresh Dann müssen wir hier die Dudes noch Refreshen Okay Dann laden wir mal den Hasen hier Sven Servus Hi alles fit Dominic Servus Ja Jungs Alles fit bei euch Alles fit bei euch Ich stelle kurz noch die Loots ein So Machen wir Hier noch Refresh Einladen So Jetzt habe ich wieder so einen Code zugeschickt Oh Moment Jetzt habe ich wieder so einen Code zugeschickt Und Und zwar ist es So Machen wir das auch Perfekt So So Jetzt haben wir alles Sehr sehr gut Das müsste passen Dann Ihr ist drin Chat Loots Perfekt So Jungs jetzt habe ich alles Reconations Hallo Hi Servus Dominic Was geht denn ab Heute gibt es natürlich Liegen SPC Crafts Ich habe gestern ein paar Spcs noch gemacht Also ich habe jetzt Neun Packs schon mal vorbereitet Die werden wir heute natürlich Jetzt dann gleich Ziehen Ja Moin Sie man hat Wieder ein kleiner Pack Ok So hat sie anscheinend Aufgehangen Nice Wir werden auf jeden Fall Hier die Packs ziehen Wir werden die Wochenaufgaben Vielleicht zusammen erledigen Die wir zusammen machen können Ansonsten werden wir dann weiter Die Liegen SPC Methode machen große Packs ziehen Weil da haben wir auch die Chance Auf vier Team of the Season Spieler Und ansonsten einfach Packs machen Packs machen Packs machen Ohne Einen Coin auszugeben Und vielleicht zum Schluss Noch Weekend League Mal gucken Wir haben auf jeden Fall heute lange Zeit Ich habe nicht vor Unter 2 Stunden zu streamen Elias Preuss Servus Hab ich dich auch gezogen Fighter1953 GG Sehr sehr nice Markus Servus Mein Name ist am Start Heschi Alejandro Gomes Heschi Puschem Digga Puscht dich Sehr nice Hab einen Tots gezogen Und lieber ich fertig gemacht GG Grüß dich Meister Schottes Hi Ja Jungs Anscheinend hat sich das Game aufgehangen Bei mir Ich geh schon nochmal raus Und nochmal rein Anwendung schließen Fangt ja schonmal Sehr sehr stark an Was der EA wieder raus pusht Jungs Wie findet ihr das Team of the Season Community Team of the Season Wo ist Alejandro Gomes Leider nicht am Start Ich habe leider Leider nur Eden Hazard gezogen Aus den Player Picks Jungs wie findet ihr das Team of the Season Also ich finde Es sind ein paar richtig geile Karten mit am Start Ich habe deine Anfrage auf Freundschaft bei der Spielstation gesendet Dominik du bist ein kleiner Schmock ehrlich Geht klar Auf jeden Fall Ja Thiago Ich weiß momentan noch nicht die Preise Jungs Wie gesagt ich bin Keine Ahnung Vor einer halben Stunde heim gekommen Habe schnell was zum Essen gemacht Habe das Thumbnail erstellt Und ja Bin jetzt an Fiver wollte sich vor deinem Pack Schützen Ja das kann natürlich sein Schwarzies Man kann ja Tots aus Brose Silber Packs ziehen Soll ich dich kurz auf Twitter markieren Ne Ne Gerrit habe ich schon Habe ich doch schon mitbekommen 4 Brose Tots und ich glaube 11 Silber Tots oder so Wo man ziehen kann Über 1,4 Millet Ja wie gesagt die Preise habe ich jetzt momentan noch nicht im Kopf Die schauen wir uns jetzt dann gleich an Ihr könnt es noch kurz reinschreiben Ob es von der Musik her passt Von der Lautstärke her und so weiter Würde mich sehr sehr freuen Würde mich sehr sehr freuen Aber wie gesagt es sind ein paar richtig geile Karten dabei Tagliafico schaut nice aus Telles schaut geil aus Alain schaut absolut pornös aus Genauso wie Emre Can Ndombele Van Bisak ist auch geil Aber ich habe jetzt die Also ich versuche Emre Can zu ziehen oder Alain Und würde den dann gerne mit Cancelo Team of the Week linken Den man ja durch die Swap Deals mit 5 Spielern abschließen kann Das wäre finde ich persönlich eigentlich ziemlich ziemlich geil Aber mal gucken Wir feiern 20k auf Croyweat Oh ok Ja die hast du bald hier drinnen Dominik 16 Tots aus Superpacks Ok jetzt 16 ok Ok Wambi Sack ist eh ein Mann wegen seinem Namen Absolut ja Sebastian sehr sei Sehr sei 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 Mir fehlt noch 83,4,18,85 SBC dann habe ich Roberto Carlos Prime Moment Oh Dennis geil Dann hast du jetzt eigentlich bald hinter dir Was ich dir da auf jeden Fall empfehlen kann Wenn du Coins sparen willst Morgen zur Lightning Run ganz günstig die Spiele er snipen oder erbieten Oh er war kein VIP Wer war VIP Wer war VIP Wer war VIP So Jungs wie gesagt Hier das aktuelle Team Das hier hinten wird auf jeden Fall noch umgebaut Mal gucken Vielleicht ziehen wir über die Tots Phase einen guten Spieler Wäre natürlich nice Alonso wird auch noch leider Leider geupdatet Das Spiel gestern war absolut geil War absolut geil wieder Paschi Derehai Aron Wambi Sack ist der geilste Name Wer will denn nicht so biestig heiß Ja das stimmt oder Das stimmt Der Der Name ist Moiga Absolut Moiga So schade wir fragen Allerdings ja Allerdings Ja Jungs dann würde ich sagen Wir schnacken gar nicht lang Wir machen jetzt gerne mal die ganzen Packs hier auf Also Es sind jetzt keine besonderen Packs nicht Aber immerhin etwas Hashtag Und den Spielernamen dahinter den wir hier ziehen werden Und Ja Pushtag rein Wer es noch nicht gemacht hat Gerne einen Daumen nach oben da lassen Das ist ganz ganz wichtig Fürs Ranking Vom Stream Und natürlich ein kostenloses Abo Da lassen Wer es noch nicht gemacht hat Würde ich mich sehr sehr freuen Danke dafür schon mal Und Ja Haben wir jetzt auch mal ein finales Team gemacht Oh sehr nice schaut das Chelsea so geil Ja war auf jeden Fall ein geiles Spiel Elfmeterschießen ist absolute Glückssache Hashtag 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 Servus aus Frankfurt Leon Servus Hi Leider gestern In Anführungsstricken So jetzt mal ein bitterer Tag Finale wäre natürlich geil gewesen Aber Was die Frankfurt Fans da international abgerissen haben Und auch die Mannschaft gestern Leck mich Am Arsch Jetzt fangen wir schon zum Spucken an Das war heftig War richtig heftig Und richtig geil Und ich hoffe natürlich dass Frankfurt nächstes Jahr Champions League spielt Weil Das ist Werbung für den deutschen Fußball Was trinkst du für einen Level Up Geschmack? Gerade Strawberry Kiwi Aber mein neues Paket ist schon unterwegs Müsste eigentlich Ja eventuell diesen Also morgen kommen Oder dann nächste Woche Anfang nächster Woche Mach los du Laber Sag ja sorry Jungs Sorry 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 So bin schon dabei Bin schon dabei Come on Wie gesagt das sind die ersten Packs aus ein paar Ligen SPCs Das werden aber heute nicht die letzten sein Wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar Ligen SPCs abschließen Damit wir natürlich noch ein paar Sets haben Wie gesagt wir haben heute Ewig Zeit Ich habe mir heute kein Ziel gesetzt Aber wenn es passiert Streamen bis morgen Mittag durch Mir ganz egal Jungs Ja ich bin bereit Ich hoffe ihr auch So den haben wir gleich mal Aber sowas von über teuer drauf Mal gucken Okay passt Passt Hast du lieber die SPC gemacht? Nein habe ich nicht gemacht Weil der passt nicht ins Team Danke Kuss Jungs ihr wisst es doch Ich schau auf eure Aussagen Ja Ich lege sehr hohen Wert auf eure Aussagen Come on ey ey Okay Was kannst du an Level Up empfehlen und wo kann man den Rabatt Code eingeben In Warmkorb kann man den Rabatt Code eingeben Und wie gesagt ich habe noch nicht alle ausprobiert Meiner Meinung nach was am besten ist für diejenigen die den noch nie Level Up getrunken haben Ist das Sample Pack Da haben 5 verschiedene Geschmäcker drin Für den Anfang ist das glaube ich ganz geil Und ist von den Kosten her noch einigermaßen okay Weil man muss natürlich das Den hohen Energy Gehalt natürlich auch vertragen können So jetzt einmal Das kann nicht jeder Wie gesagt wir haben wir Wir haben hier auf dem RTG Account Also wer neu ist das ist mein RTG Account Also nicht wundern wenn ich gucke Ob irgendein Spieler von dem was wert ist Weil wir natürlich hier auch keinen Verlust machen möchten Ja gut die kann ich weghauen Moin hab ne Frage Hab 20 Leider ist die Verbindung Ja sehr geil Hab 20 Pack aufbewahrt So 100k Pack Und soll ich jetzt öffnen oder beim Premier League Tots Das musst alleine du wissen Aber beim Premier League Tots Da wenn natürlich ein Tots kommt dann schepperts richtig Also ich persönlich Ich kann nie so lange warten Wenn ich so viel Packs aufgespart hätte Aber ich würde definitiv aufs Premier League Tots warten Also das mit den Brose Packs geht auch oder was Wie das mit den Brose Packs geht es auch Oh ja moin Moin Digga Real FIFA Gaming High Also auf Tots Ja du kannst auch Brose Packs ziehen Ja du kannst auch Brose Packs ziehen Man kann 4 Tots ziehen aus Brose Packs Tisi hat paar Tots gezogen I can live man Messie Und die alte Steinske Hat auch Messie gezogen Zu krank Krass Digga Jo danke man Sehr gerne Janik Sehr gerne Machst du Ribery Hab ihn gemacht und finde ihn übertrieben krass Der soll richtig geil sein Ich werde ihn aber wahrscheinlich nicht machen Weil er nicht ins Team passt Aber der schaut echt geil aus Was schmeckt dir am besten Ich wie gesagt Ich hab noch nicht alle ausprobiert Aber momentan mein Favorit ist Strawberry Kiwi Dicht gefolgt von Digital Camo Und Blue Crush Aber ich bin gespannt auf den neuen Auf den Green Triple Den kriege ich normalerweise Hoffe ich Ist ausverkauft Aber normalerweise sollte ich den noch bekommen Und Ansonsten Ja wie gesagt Hab ihn noch nicht alle ausprobiert Lemon Loop würde mich noch interessieren Lemon Loop würde mich noch interessieren Weil ich ein alter Lemon Fan bin Wisst ihr den man Dann ein Freestyle Kapper Ja aus Brose Packs kann man Tots ziehen Ja kann man So Jungs jetzt müssen wir mal gucken Premium Gold Spieler Pack Wäre wahrscheinlich das bestere Oder Dann kommt Also wir machen erst die 3 Premium Gold Spieler Sets auf Die 2 Dann das seltene Gold Spieler Set Dann das Prime Electrum Spieler Set Das seltene gemischte Set Und dann zum Schluss das Prime Gold Spieler Pack Genau so machen wir es Also come on Jungs jetzt muss es rumpeln Kaspi LCB Moinsen In den Dingen ist doch so dermaßen viel Koffein drin oder Man soll auf jeden Fall nur einen trinken ja Also das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin Wie in einem normalen Energy Deswegen muss man das erst vertragen Also ich würde erst das Sample Pack bestellen Bevor ich mir für 40 Euro eine große Dose bestelle Also das ist meine Meinung Und wie gesagt ihr wisst ihr Ich bin da auch ehrlich Ich bin da auch ehrlich Ich würde immer erst so eine Probepackung nehmen Habe ich bevor ich die Zusammenarbeit gehabt habe Habe ich auch erst die Probepackung genommen Und war so überzeugt Dass ich mir dann gesagt habe Okay Jungs jetzt pusht man es mal so richtig hart rein Aber wie gesagt das kann ich eigentlich jeden empfehlen Da könnt ihr euch nichts falsch machen Wenn du sagst Okay der Geschmack der pusht mich nicht so Kein Problem ja Weil du hast noch eine Packung drin Das reicht genau für einen Shake Und dann ist das gut Und so hast du eine Dose für 40 Euro daheim Dann musst du einmal draus rumgekommen Und sagst belasten Wobei die Geschmäcker bis jetzt Wo ich probiert habe Alle wirklich genießbar Und wirklich gut waren Also es war jetzt keiner dabei Wo ich gesagt hätte Boah den kann ich überhaupt nicht trinken Aber wie gesagt Geschmäcker sind verschieden Von dem her Puschen Jungle Juice Hört sich geil Oh ja Hört sich auf jeden Fall schmackhaft Muss ich auch persönlich sagen War einer von denen Die ich nicht so hart gefeiert habe Antobie Abel Schau lieber deinen Stream Statt den von den Teases und Bros Du bist einfach mega sympathisch Das ist natürlich Ein absolut geiles Kompliment Vielen vielen herzlichen Dank Freut mich natürlich sehr zu hören Wobei die Jungs auch wirklich Absolut mega sympathisch sind Also ich habe alle schon getroffen Bis auf den Steiniger Ich habe mich persönlich noch nicht getroffen Aber alle anderen Und die waren alle wirklich absolut korrekt Und mega sympathisch Wie auch im Stream Moino Patrick Hi Wie findest du Emre Can Totz Emre Can schaut sehr sehr geil aus Emre Can und Alant finde ich beide sehr sehr interessant Wobei ich auch Sisoko interessant finde Den werden wir im Laufe der Tage glaube ich Per SBC abschließen können Hab gehört die kostet in der Herstellung 3 bis 5 Euro No Flame aber hauptsächlich schmecken es Boah keine Ahnung Jungs aber Das ist ja eigentlich egal Was du kaufst Das kostet alles in der Anschaffung So gut wie nichts Ja schau mal So ein Adidas T-Shirt Oder Adidas Pullover Für 40 oder 50 Euro Der kostet in der Anschaffung glaube ich auch nicht mehr Wisst ihr was ich meine Uh Bernardo Söber 84 nehmen wir gerne mit 21% auf Totz im 100k Set Wow Das ist ja eine starke Quote Hi was geht ab Schon was gezogen Noch nicht Juliano aber wir stehen noch ganz am Anfang Wie gesagt wir werden heute Liegen SBCs Liegen SBC Methode Brose Pack Methode So hart durch pushen Weil es bloß irgendwie geht Damit wir so viel wie möglich Packs bekommen So gucken wir mal kurz Oh je Wird ein bisschen mehr kosten Wird 700 oder Die werden wir nicht verarschen 2,4 1,8 Hier haben wir noch einfach mal drauf Für uns 6 Wir haben auch nicht mehr so viele Plätze Auf der Transferliste Da haben wir immer ein bisschen aufpassen Was ist der Lieblings Level Up Wie gesagt habe ich schon vorhin glaube ich gesagt Momentan Strawberry Kiwi Digital Camo Und Blue Crush So jetzt wollen wir bloß gucken Prime Elections Spielerset Come on Mach mal einen Verbesserungsvorstand Level Up Goas Masse Edition Das wär fett Oh Inform 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 kann man auch immer gebrauchen Für die anstehenden SBCs Hülten oder? Nein Halt 81er Pedro Mendes Genau Hülten für Abogames im Titel Nein nein das passt schon so Gerrit Das passt schon so Du geh aber mit deinen Abogames Und dann spielst du mit den Laikkonen Und verlierst Weißt was ich meine? Dann kann man das Gesodabel anhören Ja ja Kommen wir schon Die Tricks Kommen wir schon Digga Nein also wie gesagt Heute gibt es keine Abogames Am Wochenende wisst ihr es Wenn ich dann zocke Dann muss ich aber Hardfoot Champions zocken Weil sonst geht es komplett bergab So Nächstes Set Come on Mamba Servus was geht Hi Wir machen ein paar Packs auf Wir werden eventuell TOTS Come on Eventuell die Wochenaufgaben miteinander abschließen Come on Torwart okay Eher unbrauchbar Aber egal 83er Davis Erster Tots ist da Jungs Auf dem RTG Account Das schmeckt mir Ja Das schmeckt mir aber vom Aller feinsten Boys Nice Erster Tots ist da Acht Packs haben wir gebraucht Wie gesagt RTG Account Durch die Ligen SPC die Packs bekommen Sehr Sehr geil das ganze Ja Hersteller Ben hat er selber Guten Abend Sam Hi Servus Äh Schauen wir im Verein Ob du die Scottish Liga Spiele im Verein hast Sind viel wert Hab ich gestern schon verkauft Hab gestern schon 4 Stück verkauft Für jeweils 9,5 Es wurden mal die Streamer Konditionen veröffentlicht Also schon ziemlich heftig Was da hinter den Kulissen abläuft Äh Was meinst du Digga Ja Jungs Was ist denn der Kamerad wert Schmeckt 26k Die Frage ist Hauen wir den gleich drauf Und verkaufen den Eigentlich schon oder Den haben wir doch gleich drauf Oder Jungs den haben wir doch gleich drauf Digga der sieht aus wie du Ja leichte Ähnlichkeit ist da Leichte Ähnlichkeit ist da Jungs Aber ganz eine kleine bloß Aber ganz eine kleine Mendes habe ich in Rot Ja belastend Ich habe auch Jungs ich zeige euch gleich Wenn ich in Rot habe Ich zeige euch gleich Wenn ich in Rot habe War jetzt auch nicht so ein schlechter Pull Wieso hast du einen Totskaner Du ziehst doch eh keinen Sam Das war es wieder komplett mit dir Das Digga War es aber an dieser Stelle wieder komplett Baba Ich habe die Icamenturie gemacht mit den Goldspielersets Habe sogar einen Walkout herausbekommen Sehr geil Digga Sehr geil den Kommen den Hammer weg Ja der lag eh wieder rein Jungs das hat nicht lange gedauert Was hast du gesagt Na ja das Jungs Das war es komplett Jetzt der zweite gleich hinten nach Ja Ok ich nehme meine Aue vom Grad zurück Alles klar Alles klar Come on Ok schade Wie gesagt ein Tots Gleichmals für den Anfang Bin ich mehr als zufrieden Kannst du ein Team erstellen Das alle Foot Swap Aufgaben auf einmal ledigen könnte Wochenaufgabe Können wir gerne mal schauen Jungs Können wir gerne mal zusammen schauen 1 von 1 Haha LOL Beide schauen gleich fertig aus Kapi Ja Jungs Also Hashtag Babyface Ja ist am Start Gut ich habe mir jetzt 3 Wochen nicht rasiert Deswegen ist ein ganz leichter Bartansatz am Start Und sonst ist alles Tutti Servus Habera Ja Fugmaschine Paul Guten Abend Hör auf mit Hassan anzugeben Hä Das wort doch noch Hä Warum Hassan Ah Jungs Also ich zeige euch mal Wer es noch nicht gesehen hat Wer es noch nicht gesehen hat Ich zeige euch mal Welchen roten Player Pick ich gestern hatte Fand ich persönlich jetzt nicht allzu schlecht Ja Fand ich persönlich nicht allzu schlecht Ähm Könnt ihr gerne mal eure Meinung abgeben Was ihr davon haltet Ja gut Was ist da denn los Ja Was ist da denn los Zwei Spiele Zwei Tore Zwei Assists Kann man mal so machen Ich eh Wird die schon noch rasieren Ja hoffentlich nicht Fugmaschine hoffentlich nicht War mega nice Streamer hat das Level Up Reihen veröffentlicht mit dem sie ihn werben wollten Aber jetzt schauen wir lieber Deine Peg Achso Ja gut das Weiß ich nicht Also ich bekomme kein Ich bekomme kein Geld von Level Up So viel kann ich schon mal sagen Juliano Demirowski Oha Geh besser Ich weiss nicht gar nicht Stopp Flex Krank Wo findet man das So boys Also Kann man mal so machen Ja kann man mal so machen So Jungs Wie machen wir das jetzt Also es wurde reingeschrieben Wir sollen uns ein Team bauen Das alle Foot Swap Deals Ähm Experimente drin hat Wie geht Also Rodri Braucht man einen Spanier Mit dem man sehr viele Tore schießen kann Hey der würde sagen Er hat den Yarak von EA im Mund Vielleicht Onana Bereite 8 Tore mit RIDV Spielern vor Gut Also Onana kann man ja locker leicht In Squad Battles erspielen Ja Bereite in Squad Battles auch Tore vor Ja moin Stehts eh Mit RIDV Spielern Da braucht man kein Team mehr Da kann man irgendein 0815 Team nehmen An RIDV Oder einfach den Hauptteam An RIDV Spieler rein Und schaust aus dem Ball Einfach vor dem Tor Querspiel ist Damit du das Tor machst Das ist eine easy Eine easy Tots Karte Die man auf jeden Fall mitnehmen muss Für künftige Team of the Season Karten Will ich den auf jeden Fall mitnehmen Genauso wie Rodri Ist ein bisschen anspruchsvoller Sechs separate Rival Siegen mit Spanien Aber jeder hat wahrscheinlich Einigermaßen guten Spanier dabei Der Tore schießen kann Taylor Ist ja auch absolut simpel Squad Battles Da stehen immer eine Schwierigkeit Einfach vier separate Partien Mit EFL League One Spielern Ein Tor schießen Absolut locker leicht So Footswap Gewinne drei Squad Battles Mit einem Team Mit sieben Mexikanern Sieben Mexikanern Das heißt man könnte Sechs Mexikaner reinhauen Und den siebten Mexikaner Den nimmt man Lozano Lozano Von Von PSW ist Das wäre ein RIDV Spieler Mit dem kannst du Tore vorbereiten Dann hättest du Onana Und Diese SPC Auf jeden Fall schon mal Am Start Musst nur aufpassen Dass du nicht auf Halbprofi spielst Sondern mindestens auf schwer Mindestens auf schwer spielst Dann trifft bei drei separaten Rival-Sig Mit Team of the Week Spielern Gut dann irgendein Team of the Week Noch mit rein Vielleicht auch aus der RIDVs Und dann trifft in sieben separaten Partien Doppelt Und erhalte einen Tauschstil Spieler Das ist sowieso dabei Also Jungs Das ist eigentlich Eigentlich easy oder Eigentlich relativ easy So Ey Jungs 35 Zuschauer Und nur 14 Likes Was habt ihr jetzt zum Tore? Ha genau Liken Ne Spaß ist natürlich alles freiwillig Würde mich aber trotzdem Sehr sehr freuen Wenn ihr den Streamern Daumen nach oben gibt Wenn es das feiert Wenn es das mir feiert Geh nachher ein Daumen nach unten Solange eine Bewertung da ist Würde Weiß ich Okay es passt Es passt nicht Das würde mich sehr sehr freuen Und natürlich auch Der Stream wird Besser gerankt Muss man natürlich auch dazu sagen Und wer das ganze komplett eskaliert Und komplett feiert Gern ein kostenloses Abo da lassen Um nichts mehr zu verpassen Und das Glöckchen aktivieren Oh na na What's my name So habe ich vorher nicht schnell Puppi Duppi Schnell gemacht Ja wie gesagt Jungs Oh na na Ist ja lächerlich Genauso wie die Footswap die Karten Also ganz ehrlich Jungs Diese Wochenaufgaben Diese Wochenaufgaben Roter ist vielleicht Ein bisschen Abfuck Aber den bekommt man auch relativ schnell Und ansonsten Jungs Sind diese Wochenaufgaben Ja absolut lächerlich Und wer die nicht macht Ist selber schuld Gut Die Trikots Die kriegt man wahrscheinlich eh automatisch Wobei die absolut scheiße aussehen Also ich weiß nicht Wer die haben möchte Wobei das geht noch einigermaßen Aber das ist ja wilder Kunterpunkt Um Gottes Willen Das Totstrikot schaut gar nicht so kack Aber wie gesagt Die Aufgaben sind ja hier eigentlich relativ leicht Also da kann man nicht mehr Ich lasse ein Like für dich da Oliver Schulz Vielen herzlichen Dank Wer ist die Wochenaufgabe Wie gesagt Onana Also jetzt kommen wir nochmal durch Rodri, Onana und Taylor Und Dates War Die zwei Karten Die sind absolut geschenkt Rodri muss man ein bisschen schwitzen Aber ich glaube das geht auch relativ fix Ja du hast die Abstimmung raus gemacht Super hat ja nicht lange dauert Ja eben selber Ich bin eigentlich relativ schnell unterwegs Aber Kappa Habe vor allem einen Rodriigo UCL bei Ribery abgegeben Ripperino Oder dem reicht es mit dem Fieber schon lange Das kann natürlich auch sein Investierst du in die 20k Tots Player? Nein Ich habe meinen Tots Player den ich Gerade vorhin gezogen habe So kurzer Autismus anfallen Man kennt ihn Ich habe auch hier ein paar Spieler Fitness drauf Die werde ich dann in der nächsten Runde runter tun Damit wir mehr Platz haben Für doppelte Spieler Davies habe ich jetzt einfach mal draufgestellt Ich hoffe er geht weg Wäre natürlich nice Weil 30k oder 25k Nehme ich gerne mit Wie gesagt wir werden hoffentlich noch den ein oder anderen ziehen Und wenn nicht haben wir zumindest Onana und den ganzen anderen Mist Am Start Wenn wir eine garantierte Team of the Season SBC bekommen Die auf jeden Fall kommen wird Schätze ich So über jeden Fall mit dem Bronze Pack Ja Moin Ich habe mir gedacht das geht nicht mehr Grüße aus der Schweiz Grüße zurück Simon Nice dass du mit auf dem Start bist Philipp Moin zu rein Was hast du in Mingerheim gemacht? Ich war eben beim Shoppen Markus Wie gesagt ich war heute beim Shoppen Weil ich habe am Montag Geburtstag Und ja so ein kleines Geburtstagsshopping Ab und zu mal ist ganz cool Emre Can and Em Tumbele Tots sind krank Schauen auch sehr sehr geil aus Ich habe auch Gewitter im Kopf Ja Tommy und Tommy Moin Was für Brose Packs sollen wir da machen? Ganz einfach Jungs Wir können jetzt Wir können gleich mal ein paar Brose Packs aufmachen Ihr wisst es Ihr wisst es wie der Hase läuft Also wer noch nicht dabei war Wir machen die Ligen SBC Methode Sehr sehr erfolgreich mittlerweile Sehr sehr erfolgreich mittlerweile Ich bin jetzt schon gut 200k im Plus Obwohl ich jetzt ungefähr 300k ausgegeben habe Oder halt mit der Ligen SBC von der Premier League 350k Ähm Und bin ich aber jetzt schon keine Ahnung bei 500, 600k insgesamt Also habe ich jetzt schon gut Gewinn gemacht Deswegen werden wir die Brose Pack Methode weiterhin machen Es ist sehr mühselig Und sehr anstrengend Aber es lohnt sich Hab gerade mein 100k Pack von EA bekommen Kuss sehr geil Und ich hoffe natürlich was gutes drin gehabt Hat sich nicht Gator my Level gegönnt Ne ne Jungs Den habe ich schon lange Den Das Cap habe ich schon lange War ja ganz primitiv bei Primemark Aber auch vom Allerfeinsten Jungs wie gesagt Ich bin auch mal Student Ich kann mir nichts Markenmäßiges leisten Ja Halt Ich habe irgend so eine LSE LSE heißt das so Das E Doppelöl Oder E Einmalöl Zweimal E Zweimal S Zweimal E Keine Ahnung Das LSE Keine Ahnung Ihr wisst gleich was ich meine Das wo momentan Sehr viele tragen Da hat mir ein Shirt gegönnt Ja Die 30 Euro haben mir schon wieder so weh getan Die 30 Euro ohne Scheiße Jungs Ich habe zweimal überlegt Da habe ich das T-Shirt kauft Für 30 Euro 24 Ne ich vier 25 leider schon Leider schon 25 Ich bin auch so gezogen War in der Feuerwehr Schanzer Fan Ganz ein EFL Den Davis Den Torwart Den Waliser Ja Flo Servus Ja was Gutes Ein 83er Tots Ja Jungs aber Es sind trotzdem 25 oder 26k Ich möchte das so sehen Ja 25 und 26k haben Oder nicht haben Ist ein großer Unterschied Ich habe vorhin alle einen Tots gezogen Und sofort verkauft Gut oder schlecht Auf jeden Fall gut Wie gesagt Ich persönlich würde jetzt noch keinen Spieler kaufen Erstens es ist Weekend League Zweitens werden noch so viele Packs gezogen Dass die auf jeden Fall vom Wert her noch sinken werden Also Wenn du jetzt einen ziehst So mag es ich auch Ich verkaufe jeden Er hat schon als Kind in der Get-On-Level-Bettwäsche geschlafen Fast Ja fast Aber immerhin ein Spieler aus der Scottish Liga Oh 950 Ja Jungs jetzt haben wir gleich mal drauf Aufgeschmeidig So 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 ein Ding ist das So ein Ding ist das nämlich Ja Jungs Ich mache natürlich jetzt gerade Haben wir natürlich eine kleine Konkurrenz momentan Deswegen haben wir nicht ganz so verlaufen gestartet Weil der Monte auch noch streamt kappen Achja boys Wie gesagt wir machen jetzt ein paar Brose Packs Dann schauen wir dass wir Liegenes PCs abschließen können Ähm Und dann haben wir wieder Packs Damit wir wieder Den ein oder anderen Tots vielleicht noch ziehen können Das wäre auf jeden Fall sehr sehr nice Und Simon was los in Snapchat Alles klar Flo Das sind natürlich belastende Fragen Ja So ungefähr nach dem Motto Simon wo bleibt das Dickpick Muss los Muss los Nö Snap mit mir Alles klar Flo Wo willst du wieder Wirst du wieder ein bisschen an deine Nudeln rumspielen oder was Eieiei Digga Da muss ich aber dezent los Huch 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 Vielleicht auch mal Glück Und ziehen da sogar ein Tots draus ein Wäre natürlich auf jeden Fall machbar Vier Vier Tots kann man ziehen aus den Brose Packs Also Jetzt lohnt sich eigentlich das Brose Pack ziehen umso mehr Wie heißt es auf Insta Alles klein geschrieben Die Vipies Genau Der Simon schreibt es rein Der Simon schreibt es eh schon rein Perfekt Außer wir zeigen Instagram Dann haut es ja der Nightbot rein Nightbot vor allem Der Nightbot rein Da kannst du sogar einen Link Auf den Link draufklicken Und kommst gleich direkt 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 Auf unsere Seite So ein Ding ist das Jungs im Mafia Sonst hab ich wieder absolut im Mund drin Das ist wohl nicht Der will den Mutes schicken Ja hundertprozentig Hundertprozentig Der kleine Schmutz Ach ja Franco Sagt der Richtige Ich hab nicht mal Snapchat Bin raus aus dem Alter Boys Außer dem So ein Ding ist das Oh Silver in Form Ja Boys Aber das hat sich mal wieder absolut renziert Laioni Wir kennen ihn nicht Ich darf ja gerne jetzt den Gläubiger kaufen Mir find 20k Pushen Digger Pushen Ja Jungs das ist doch Ja da dann Coins transferieren Alles klar Jungs das ist doch Das ist doch easy Oder das ist doch easy Keine Ahnung Für welchen haben wir den mal drauf 5-1 Und Auch für die Oisch Ach hör auf schreibt der Ach hör auf schreibt der Gerät Ja Jungs Wie gesagt Wir haben doch letztes Mal erst drüber geredet Oder Peck Skill Wir haben doch erst letztes Mal drüber geredet Peck Skill Das hat man entweder im Blut Oder man hat es einfach rennt Das kann man sich nicht antrainieren Raus aus dem Alter Aber absolut Einen wunderschönen guten Morgen Und guten Mittag Und einen wunderschönen guten Abend Manuel Heider Moiga Na jetzt aber mal ohne Spaß Du warst so safe wieder den ganzen Tag bei EA unter dem Schreiben Sonst kann man ja gar nicht so viel Glück haben Natürlich Jungs Die haben nämlich auch eine Außenstelle in Munich Deswegen war ich eigentlich heute auch dort Tagliafico Tagliafico mit der Brose-Mentode gezogen Digga GG GG Aber dann hast du Tagliafico nicht aus dem Brose-Pack gezogen Sondern aus der Ligen-SBC Oder aus dem Pack von der Ligen-SBC Gibt es eigentlich den Cristiano noch? Den Silverspieler Den gibt es noch Ja Der ist auch immer noch sehr viel wert Ist schon wieder Frechheit am Start? Ah Eine kleine Frechheit Eine kleine Frechheit Aber kein Großen Jetzt lupst du ja was Franco Was hast du Zeit? Was hast? Heizung wahrscheinlich soll das heißen Irgendein Davis Also nichts Spektakuläres Und jetzt gerade ein Silber-Impf aus dem Brose-Pack Man kennt ihn Frank auf Drogen oder was? Flo Das Problem ist Du warst schon lange nicht mehr am Start So schaust es aus Ja genau Gregor Bischir Genau Ja der sagt es Was ist mit deinem Kollegen? Streamt der nicht mehr mit dir Momentan hat er einfach sehr sehr viel zu tun Der Chris Und fehlt dann auch ab und an die Motivation Frank auf Drogen oder was? Ja moin Schreibt eine Nummer rein Als würde ich es nicht vorlesen Was soll's ich meine? Als würde ich für meine Community nicht da sein Und nicht vorlesen Schwach Florian Florian Es Punkt Na ja ganz ehrlich ich kann es euch ja sagen Ich habe mein Heroin ins Auge gespritzt Ja Frech der Junge Ich habe mein Heroin ins Auge gespritzt Deswegen bin ich nicht so ein bisschen komisch Deswegen haben meine Augen auch so weiss gehabt auch Silber-Impf aus dem Brose-Pack Ah so frech Ja Jungs wie gesagt Packs gehören Ja mach ich auf ganz dezent Bist du immer auf ganz dezent Sehr frech Ja muss hier gehen FC Olinator Hi Servus Das war kein Edi Das waren die Wissigkeiten von ich Hey I don't know what you mean That's Absolutely bullshit Lieber alles doppelt Ah ja Aha Okay Wie gesagt wir craften gerade Brose-Packs Damit wir Packs haben für die Liegen-SPC-Methode Also wir haben schon einige Aber wir haben einige Spieler Aber man kann ja nie genug haben Von dem her Gibt's Cheesy noch? Ja momentan wieder leider nimmer Nein bitte Englisch wird immer besser Ja Jungs ohne Scheiß Also My English Skills are very good So we can go on Waste Aber ohne Scheiß Jungs Also Englisch wird wirklich besser Ja Weil wir immer mindestens Einen englischsprachigen Mann hier im Chat haben Die meisten verarschen mich Verarschen mich zwar Ja Sind gar keine Engländer Und schreiben trotzdem auf Englisch Aber ist mir nicht wurscht Ja Oh 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 Der Brose-Manchester-Spiel Englisch für Fortgeschrittene Ist auch besser Wenn du Englisch kannst Jetzt wo vier Mannschaften Ja Jungs absolut Und der war aber Das war aber ein Tiefschlag Der kam von ganz unten Der kam von ganz unten Was heißt falsch geschnitten Was heißt falsch geschnitten auf Englisch Franco Advanced Es kann bloß noch bergab gehen Weißt du was ich meine Es kann nur noch bergab gehen Einfach nur noch bergauf gehen Ja moin Von dem her Lass dich nicht verarschen MTS-Style 08 Sowieso nicht Weißt du nicht einer der der Wer das mal auf Englisch geschrieben hat Bisschen Guss glaube ich Nein leider nicht Ich bin komplett trocken Jungs Ich bin komplett trocken Ich muss ein bisschen level up In den Venen drin Weißt du Bisschen Venen drin Kein Weiner Aber Jungs Die Doppelten werden schon mehr Traurig Die Art Oh 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 Ha 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 4-5 Ah Jungs Ich lau Ich hau die Hand erst runter Wenn ich He 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 Nice one Jungs Nice one Was hat der konsumiert Jungs ich bin einfach gut drauf Die finde ich gut drauf sein Da nehmen wir jetzt einen Strick und ab Kappa Ja 25 What do you think about the climate The climate change Change Oh that's not good I think Mein Handy ist alt für die liegen Methode Das ist natürlich belastend Da muss ich am PC starten Was trinkst du gerade für einen? Ich trink gerade Strawberry Kiwi Weil alles andere Nein halt Blue Crush ist noch ein bisschen was da Alles andere ist leer Und ja das Paket kommt Normalerweise Anfang nächster Woche Oder vielleicht sogar noch Morgen Frech Der Manu Ja die frechdax Ja Jungs die doppelten die haben mittlerweile was wert Und warum? Weil ich es einfach kann Weil ich nämlich ein Mexikaner ist So ein Ding ist das Fast immer Zeit Ja du Aber die anderen nicht Moin Franco Nadja Jetzt sehe ich es erst Ein Tots auch schon So frech Ja Manu Das war einer vom ersten Pack Von den ersten neun Packs Das achte Pack Um genau zu sein Ja Und dann haben wir gerne noch auf Ganz frech Ein Silber in Form aus dem Brose Pack Nachgedeckt Das war es jetzt komplett mit dem Mauerarm Ja Besser als Rieb Luca Servus Und freue mich sehr dass es dir hier gefällt bei uns Ja Ganz geschmeidige Runde Aufm Freitagabend Auf ganz entspannt Ne verwechselst es mich glaube ich Aber fein im Dialekt Ok Perfekt Danke dir Ist ganz dezent bayerisch Ich Wie gesagt Ich kann es auch versuchen auf Hochdeutsch zu sprechen Aber erstens Sieht das sehr sehr scheiße aus Und äh Vor allem sieht das Hört sich das sehr sehr beknackt an Und Ich werde immer wieder In dem bayerischen Dialekt verfallen Das werden sie gleich Hören Das Stream Title Has been updated To FIFA 19 Tots Packs Plus Tots Wochenaufgaben mit euch Plus Vika League Deutsch Schräg Englisch 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 wie Franco Neuer Sprachkurs Ja Jungs Also Meinen Kurs kann man ab sofort auch auf Bubble Ähm Kaufen Ja Wir werden ganz dezent einsteigen mit den Colors Beziehungsweise Farben Ja Red Rot Green Grün Blue Blau Yellow Ja Auch bekannt vom Sprichwort It's not the yellow from the egg Ich muss die Packs aufmachen und dann in eine Liegen SPC abgeben oder was? Korrekt Korrekt Und mit den Spielen Und wenn du Brose Spiele hast die keine Liegen SPC haben die haust in eine Upgrade SPC In eine Brose Upgrade SPC und bekommst dann wieder Silberspieler und die Söldner kannst du in eine Icon SPC in die erste reinhauen Also du verwertest alle Spiele die du bekommst von den Sätzen und dadurch machst du auf jeden Fall Plus Schon langsam glaube ich dir nicht mehr dass du keinen Alkohol trinkst Jungs ohne Scheiße Ich trinke keinen Alkohol Kindes O-Zapfen Kindes O-Zapfen überhaupt kein Problem mehr da ist nichts drin In worfür liegen SPC? In alle In alle Scheiße schaust du eh immer aus Ja danke Man kann nicht Sprachen lernen Galli Ich weiß nicht wer der Galli ist von dem du sprichst Ich weiß nicht von was du sprichst Kennen diesen Galli nicht Hör auf das Herz ist auch geschwollt Ja ich sag es ja Jungs Ja ich sage es ja dass sich das nicht so ganz gut und authentisch anhört wenn ich auf Hochdeutsch spreche Because I'm a Bavarian guy Na nun guck einmal du hast ja Hast Iconen gezogen Ich habe Ikonen? Warum habe ich Ikonen gezogen? Genau ich habe ich dann gezogen Kein Alkohol ist auch keine Lösung Ja ich muss aber sagen ich fahre damit sehr gut ja Ich fahre damit sehr gut erstens weil ich immer Fahrer bin Kappa Und zweitens ich habe immer was vom Tag Es ist jetzt nicht so dass ich irgendwann In einem Koma aufwache in der Früh um 12 Vor allem in der Früh um 12 Und denke mir dann so ich hasse mein Leben Ich lege mich wieder hin bis auf Nacht um 8 Denn solche Tage habe ich nicht Galli ist doch der Zirkus mit den Affen Ah ja genau da war ja was Denglish at its best I don't know the word Denglish I'm original English I came from London Because that is auch mein Dialekt Meid 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 Nur Apfelscholle Huch Ja aber Jungs nur Apfelscholle Und ohne Huch Jeder der mich kennt Der schwört das Dass ich kein Alkohol trinke Und so ist es auch Ich mach mir Sorgen Brauchst du nicht machen Alles cool Mein Herz schlägt noch Ich lebe noch Das ist der Beweis Ich kann sogar winken Wenn das Level up Jungs Wenn das Level up kickt Nein Spaß Mittlerweile nehme ich das her Weil Wasser Deswegen wahrscheinlich Ich muss sagen Level up Also mir persönlich Hilft das echt weiter Vor allem wenn ich Am PC bin Keine Ahnung Sechs Stunden oder so Da hilft das wirklich Also du bist wirklich konzentriert Genauso wie beim Stream Jetzt mittlerweile An vier Stunden Streams Für mich nichts mehr Aber man sollte es nicht übertreiben Also mehr Wie eineinhalb Würde ich definitiv nicht Also mehr wie zwei Okay mehr wie drei Das meiste würde ich Bis jetzt drunken geworden Ich glaube drei Das hast du aber dann schon gespürt Also Aber laut Herstellerangaben Sollte man nicht mehr Wie einen trinken Am Tag Einen großen Der Apfel ist schon vergoren Ja ich trinke ab sofort immer Apfel mit Die Heroin Geschichte wird immer realistischer Ja Jungs seht ihr das Einsteckloch Das kann ich ihm bloß empfehlen Nicht Alter ist das ein legendäres Dream Fragen wir mal Du legst eh nicht ins Loop Danke mir mein Lieber Yellow Bar mit zwei Yellow Bar mit zwei Der Nabu Besitzer Matsi Antoni Matsi Ami Matsi Esche Dass du wieder am Start bist Ich glaube die drei waren heute Nein Jungs Ich habe eh noch keinen gehabt Das ist mein Erster Das ist mein Erster Aber apropos Apropos Level Up Zeige euch mal Eine kurze knackige Animation Ja moin Ah doch Eine kurze knackige Animation Checkt es jetzt gerne ab Unten in der Beschreibung Dankeschön Ich glaub die drei waren heute Kein wei du Sau Ja ich war ja den ganzen Tag in München unterwegs Primark Da waren wir ein bisschen in der Stadt Da waren wir im Harddruck Kaffee Also wer Instagram abgecheckt hat Der weiß Ich war im Harddruck Kaffee War sehr sehr geil Geile Mucke Geiler Laden Geiles Essen Pusht mich hart Pusht mich hart Was ist ein Rabattkort auch am Start Nein leider nicht Wir haben leider noch nicht genügend Zuschauer Wir brauchen noch ein paar mehr Zuschauer Also zahlst die Scheiße Kappa Und sobald wir einen gewissen Zuschauerschnitt haben Steigen wir dann in die nächst höhere Liga Also jetzt mal auf Kann man glaube ich so sagen Und dann gibt es auch einen Rabattkort Auf euren Nacken von uns Geile Weiber KP Ja im Harddruck Kaffee hat er die Barfotografie Und dann anscheinend geplintert Nein Jungs ich habe ein Auto fahren müssen Ich habe ein Auto fahren müssen Und dann drink and drive Außerdem Drinke ich sowieso nichts Von dem her Wie wisst ihr es Ich bin jeden Tag in München So war ich noch nicht drauf Ja Manu dann machst du das falsch Nein ich bin Okay Eigentlich kann ich es eigentlich Ich hau es jetzt einfach raus Okay Jungs Youtube läuft Digga Youtube Money Boah läuft richtig Ja Also aus dem letzten Monat Haben wir ja 15 Dollar gemacht Ja Letzten Monat haben wir 15 Dollar gemacht Diesen Monat Haltet euch fest Diesen Monat sind wir mittlerweile schon Bei 18 Dollar Ja und ich habe mir gedacht Digga Youtube Money läuft Ich hole mir jetzt einfach Rolli Ja Deswegen bin ich nicht so gut drauf Ich habe mir ein Rolex geholt Habe mir ein Lambo bestellt Abfahrt eh noch Kappa Stell es euch mal vor Der ist auch noch besuffer Jungs das gibt es bei mir nicht Ich bin nicht besuffer Ich bin nie besuffer Und dann bin ich Und wenn ich besuffer bin Bin ich genauso wie jetzt Oh 4-4 Nice Wann Bin ich genauso wie jetzt Also nicht laut Insta im Zug unterwegs Genau Aber ich habe auf dem Bahnhof erst fahren müssen Also ich bin ja von Straubing weggefahren Sondern von Landau Und Landau ist ungefähr 25 Kilometer weg von mir Ähm Genau Und da bin ich mit dem Auto hingefahren Weil sonst hätte ich wieder in Straubing einsteigen müssen Oder hätte ich umsteigen müssen Ähm Im Plattling glaube ich hätte ich umsteigen müssen Und dann werde ich erst auf München gefahren Und so von Landau habe ich direkt auf München gefahren können Genau Aber Markus Guter Mann Man sieht du warst auf Instagram aktiv Auch in der Story So muss das Löblich Löblich Das komplette Youtube Geld in Drogen Jungs auch mit dem kompletten Youtube Geld Von 15 beziehungsweise 18 Dollar Da gingen natürlich noch Steuern weg 50% Ja Und Dollar sind nicht gleich Euro Nein Sondern weniger Da kriegt man nicht viel Tipp ich jetzt mal Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber ich glaube nicht dass man da für einen 10er Oder keine Ahnung für 8 Euro was kriegt Ich weiß es nicht Und wenn dann so viel Dass man es wahrscheinlich gar nicht mehr sieht Enrico Hi Servus Da Licker Ja mein Ohl wieder ein bisschen Licker Welchen Tots hast du gezogen? Davies Tobias Irgendein aus der EFL Torwart Walliser 83 Hach Aber Bringt Schatz her seine 20k von dem her Nehmen wir gerne mit A Dosenraten Gibt Ah Jungs Das wie es Ooooooh Meine neue Frisur Radial Otaibi 2000er Baujahr Ja moin Geile Friese Geile Geile Friese Also allein schon wegen der Friese ist er leider nichts wert Weißt du dir Schau ich doch gern zu Und wie gesagt Wenn es mit Kindern soweit ist Möte ich Ah Markus Halt 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 Du musst mir jetzt schon eine Probepackung schicken Weil meine Frau die isst das gern Belastenderweise Der isst das gern Also wenn du zufällig Irgendwas auftreiben kannst Schreib mir gerne mal auf Insta Würde Mich natürlich sehr freuen Beziehungsweise meine Frau würde sich sehr freuen Wenn da das ein oder andere Hip-Glas am Start ist Wir müssen natürlich vorher probieren Hätte ich fast vergessen Digga Gut dass du mich noch mal drauf erinnert hast Möge ich auch schreiben Möge ich auch schreiben Möge ich auch schreiben Mister Hip Mag Naja der Stift funktioniert gut Markus Schneider Hashtag Ip Kai Servus Hi Detektiv Dana Hey Servus Frank heftiges Pack-Ovening Ah Jungs ihr wisst das so Dicke Dicke Brose-Packs Deswegen steht er nicht im Titel Weil es so ein krasses Pack-Ovening ist Alter die Friese is my life goal Hehehe Aber ins Club Da kannst du aber mal anfangen Die Haare wachsen zu lassen Beziehungsweise sprießen zu lassen Also solche Haare Wenn ich irgendwann mal hätte Huch Das ist ja auch der ewig bei mir Puscht der Körper Aber vom allerfeinsten Der Geirter fragt Ja Jungs Glaubts man sich auch so locken Wenn ich es lang wachsen lassen Er will sich nur wieder hip in die Venen haben Hehehehe Saubere Schickennudeln rein in die Venen Jungs Da freu ich dir gar nichts Saubere Schickennudeln Das ist ja nie Was willst du noch? Keine Ahnung Markus Irgendwas da ist alles Fast alles Mein Testpaket Mein Testpaket als Mod von Level Up habe ich auch noch nicht Digger Flo Hey Du bist bei einem anderen Größeren Streaming Kanal Oder am YouTube Kanal am Start Ich glaube die haben die größeren Connections Bei uns reicht es nur für uns selber leider Aber vielleicht schaff ich es mal Vielleicht kann ich mal ein Gewinnspiel rauspushen Glaubst du man kann Bergwinn spielen Kannst du den ja vielleicht angucken Colmi Camokappa Colmi Camokappa Ich schau's mir gleich mal an Ich schau mir den Bergwinn gleich mal an Ich mach das eine Ding noch auf Und dann Eher Obst oder Beikost Die ist beides gern Also ich sehe es gern Obst Aber Beikost ist auch Der Name Beikost Beziehungsweise was beinhaltet der Name Beikost eigentlich Also ich schätze mal so Alles andere außer Obst und Gemüse oder Warum schlagen Frauen mit der linken Hand Weiß ich gar nicht Oh der, der war böse Detektiv Lana Schäm dich Warum in München Ähm Geburtstag Shopping Weil ich hab am Ich will's ja nicht mehr sagen Ich hab am Montag Geburtstag Und ähm Genau Deswegen war ich ein bisschen shoppen Ein paar Klamotten Weil ich kauf nicht so oft Klamotten Und wenn er nur ganz günstige Deswegen in München und beim Prime macht Ey wisst ihr ja Ich hab alte Stil-Ikone Ja übrigens Ich hab alte Stil-Ikone Ja Steckt auch ein Captain in dir Auf jeden Fall Ähm Kennst du mich ja Ich hab alte Stil-Ikone Beziehungsweise Fashion Blogger Ähm Bin ich natürlich auch immer im neuesten Trend unterwegs Und ja So Wer schreibt mir den? Berg Jungs, wer schreibt mir den? Ein Bergwin oder? Der ist Wie viel K hast du schon in Brosepacks gesteckt? Puh 300 Ungefähr Bisschen mehr sogar wahrscheinlich Keine Wertschätzung Der hat 2-Star Weakfoot Ja gut Aber 2-Star Weakfoot Und letztes Jahr Salah auch gehabt Und der hat nicht wirklich aufgefallen Also die Werte schauen an sich krass aus 94 André 96 Sprinkgeschwindigkeit Störungsspiel 87 Abschluss 83 Schusskraft 93 Fernschüsse 89 Flanken Kurzer Pass Ballons Ausdauer Also ich würd den auf jeden Fall ausprobieren Vielleicht mit Dead Eye Dead Eye Pushed Schuss und Pass Dead Eye Pushed Schuss und Pass Den würd ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren Also Aber ich würd den wahrscheinlich nicht jetzt schon kaufen Weil er wahrscheinlich auf jeden Fall noch sinken wird Aber wenn du den gezogen hast Will ich den definitiv mal ausprobieren Verkaufen kannst du dann auch immer noch Und wie gesagt 2-Stände Weakfoot Hat auch letztes Jahr Salah gehabt Und ich weiß nicht ob man das wirklich erkannt hat Habe im 4.17 Uhr aus Plotipack auch einen Totz gezogen Oh geil Digga Wann hast du eigentlich Geburtstag? Ja ich häng das nicht so an die große Glocke eigentlich Am Montag Ich nehm alles Kapper Ich nehm alles Kapper So den hauen wir auf den Verbrauchsstapel Ok lass dich ehrlich nicht Kümmer mich nächste Woche wieder um Genau alles was nicht Obst ist Dann machst du eine Pack Opening Hip Edition Digga auch nicht machen Wär natürlich mega Wär natürlich mega Aber wenn du da irgendwelche Probleme kriegst Oder sowas Dann lass es bitte Wär natürlich saftig knaftig schmächtig Dann mach ich aber los Dann mach ich aber dezent los Also wie gesagt Ich würde den wenn du den gezogen hast Ich weiß nicht mehr wer es geschrieben hat Wenn du den gezogen hast Würde ich den definitiv mal ausprobieren Zwei Steine Wigfoot Hört sich erst erschreckend an Kann aber auch wirklich gar nicht auffallen Steel Icon Franco Optimus Ja klar aber vom allerfeinsten Aber eher noch Optik muss Ja Vielleicht eine Steel Ikone Du Lead Alarm Check Ja Jungs Ich lass mich auch immer gerne Abfotografieren Mit meiner Steel Motor Säcke Ja mit meiner Hosentrager Klack In 19 ist Wigfoot Holt sau wichtig Ich würde niemals einen unter 3 Steine holen Wie gesagt Wenn er ihn holen muss Würde ich eher abwarten Bis er noch sinkt Ja dann würde ich eher noch abwarten bis er sinkt Und ja Ansonsten wenn er den gezogen hat Würde ich den Schmaß probieren Danke für den Kaufen Aber warte der ist schon jetzt 10 bis 15 Wie gesagt Am besten jetzt Das Tots Wenn ihr irgendein Spiel aus diesem Tots haben möchtet Würde ich warten Bis kurz bevor Einen Tag bevor die nimmende Packs sind Da sind sie meistens am günstigsten Weil die bis dahin immer gezogen werden können Hab Philippe für 67k gekauft Soll ich ihm wieder verkaufen? Musst du wissen Sieger Aber wie gesagt Ich würde jetzt keinen unbedingt kaufen Ich würde auch gerne Emre Can oder Alarm spielen Aber Ich habe auch genügend Coins dafür sowieso mal Aber Ich bin noch zu knickert Weil ich dann auf jeden Fall Verlust mache Moin Moin Franco Football World Hi 20 Mal Event Hab nicht an die große Klo gehen Ah Jetzt hat es der Flo auch kapiert Jetzt hat es der Flo auch kapiert Grüße gehen raus Nein kein Stress Okay perfekt Andreas Schätzlein Servus Andreas Guten Abend Alles fit Schon lange nicht mehr gelesen Sehr leise Ob man nicht am Start ist Ich klau doch nichts Alles in die ganze Zeit Oh Digga Die sind natürlich dann mehr als positiv Also Winkeln braucht man noch nicht schicker Weil ich komme noch selber aus Klo gehen Ich merke selber noch wann ich aus Klo gehen muss Ja Also das heißt Da kommt im Hirn noch was an Digga Aber ist ganz schnell los Ich muss groß Ja Ähm Da würde ich mich dann so bald melden Wenn es soweit ist Hast du schon Wochenaufgabe gemacht? Nein Ähm Wir werden jetzt aber vielleicht gar nicht im Stream machen Außer das mit dem seltenen Jungs Wir machen das Wir machen das seltene Spieler Pack jetzt gemeinsam Das machen wir auf ganz entspannt Das wäre noch geil Jungs Das können wir miteinander machen Ja bravo Franco im Stilkalender Das macht wieder komplett Ja Mann Das wäre mir eine Idee gebracht Ich schreib Stilgeil mal an Digga braucht so einen dicken krassen Youtuber Lukas Grammes Ja was sag ich Neh mich ruhig Davin 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 Oder wie Ich versuch's Football World Aber Es ist nicht immer ganz einfach Jeden Namen Dann irgendwie Den richtigen Ähm Ähm Youtube Namen Zuzuordnen Weil ich geh mein Bestes Namen mein Bestes Wie geht's Chris Schmo schmo Guten Abend Mir geht's gut Ich hoffe dir auch Bei mir ist alles fit Hatte nicht so viel Zeit wegen Schule Aber jetzt bin ich wieder öfter am Start Anderes wie gesagt ich hab kein Thema nicht Schule bzw. Real Life geht absolut vor Von dem her Alles gut Und freue mich dass du wieder mit am Start bist Marco Schneider War ja schlimm Wenn's dir unter dem Stream In die Busen scheißen darfst Jungs da ist aber Huch Was ist da für ein Pack Ein 50k Pack Das sollte ein Spieler Pack Jungs das kann man miteinander machen Davin da Davin da Oh Gott Digga jetzt wird's kompliziert Hashtag dafür steh ich mit meinem Namen Nämlich einfach Juliano Alles klar Juliano Das ist auf jeden Fall Positiv Zu Pack Und trotzdem aus dem Brose Pack gezogen Nein noch nicht Jungs Aber hey Noch nicht Geld Aber jetzt wenn du wieder da bist Es konnte ich damit anfangen Gapa Jo wenn nicht erinnige ich dich daran Alles klar Davin da Schule Ja hatte keine Todes Glück Bislang welchen hast du Davies 83er aus Torwart aus der Wallis Nationalmannschaft Na keine Ahnung 83er Torwart aus der EFL Weil öffnest du Brose Packs Asi Army Wegen der Liegenden SPC Methode Da ist unten in der Stream Beschreibung Ein Guide Den kannst du kostenlos runterladen Und da ist eigentlich alles erklärt Macht mega Bock Macht mega Bock Ist sehr sehr zeitintensiv Absolut Ist sehr sehr zeitintensiv Aber für das Team of the Season perfekt Weil du sehr sehr viele Packs Ähm Dir Mit der Methode erarbeiten kannst Und macht einfach Bock Die Packs zu ziehen Vor allem jetzt Dadurch dass den Brose und den Silber Packs Auch Tots am Start sind Ist eigentlich echt geil Wie gesagt 83er Davies Torwart aus der EFL Mach jetzt schon 30 Minde Brose Packs auf Soll ich jetzt die Liegenden SPC machen Ah Dominik Ähm Ich kann dir schon mal so weit Oder so viel sagen Du wirst jetzt noch nichts machen können Ich hab ungefähr damals Oder ich hab bis jetzt Keine Ahnung 30 Stunden Packs aufgemacht Na 3 ist schon ein bisschen Ein bisschen übertrieben Also rein Packs aufgemacht Ich hab ja mindestens 10 oder 15 Stunden Nein Darwin Also da nicht Devon oder so Also Darwin Ok 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 Alles klar Jetzt hab ich es auch ich kapiert Danke Ok bin direkt wieder weg Alles klar Gerrit Ja Jungs deswegen Deswegen wird der Gerrit nie was ziehen Ja Deswegen wird der Gerrit nie was ziehen Weil er gönnt es einfach andere nicht Ihr wisst das Er gönnt es einfach nicht Er gönnt es einfach nicht Ja Möller nicht Möller nicht Mach er nicht Kann er nicht Ja lass Wochenaufgabe gemeinsam machen Heim gewinnt oder Genau Jungs Heim gewinnt Ok gut Franko Perfekt Darwin So Jungs Jetzt kommt der Gerrit wieder Alle die kein Internet haben Die verlieren ja nur Bei uns hat bis jetzt noch nie einer verloren Ja Weil sobald ich das Ding gehabt habe Hab ich auch die Siege verschenkt Es ist Gerrit aus Kölf Hehehehe Also Jungs Hehehehe Wir brauchen 6 Online Einzelpartien Nur mit Silberspielern Also wir brauchen jetzt ein Team mit nur Silberspielern Meine Teams Nennst das Team Jungs Pusch dich Das Team heißt wieder Pusch dich Wie letztes Mal Team heißt wieder Pusch dich So Silber Qualität Silber Meinung dazu Dass ich schon 1,8 Millionen im Footdraft gesteckt habe Aber immer noch kein Team habe Julian und das ist natürlich mehr als belastend Digga Ich brauche bloß reinzuschreiben Dass du nichts zirkst Und dann zirkst du es Alles klasse Der Darwin ich habe Onana schon gemacht Sehr geil Wie gesagt Die Aufgaben sind natürlich absolut leicht Momentan Jetzt habe ich natürlich wieder Klasse gemacht Wäre natürlich auch einigermaßen mit Rating gehen können Das War es aber wieder komplett So Machen wir da noch Füllen wir da noch auf Silber Ihr habt es mit einem Kollegen gemacht Geht besser Haben 30 Minuten gebraucht Ja wie gesagt Jungs Das geht ja relativ schnell Das geht normalerweise relativ fix Schauen wir mal Oh Jungs Also Aha Alleine für den Schlappi Alleine für den Schlappi Muss ich diesen Move jetzt hier machen Fettfinger des Todes War es gerade Alleine wegen dem Schlappi Muss ich den Move jetzt hier machen Die Spiele müssen nicht Rare sein Nein Aber ich habe ja nur Rare Hehehe Spaß So Jungs So Jungs Also Jetzt kommt es mir erst Online Es heißt Online Einzelspiele Es sind keine Freundschaftsspiele Freundschaftsspiele mit Online Zahlen der Freundschaftsspiele auch Darunter Jungs Wird es gehen Wenn ich da jetzt ein Freundschaftsspiel mit irgendjemandem mache Geht nicht glaube ich oder Wie läuft Psy & Riven Moenheim Wirst du Wadi machen oder hast du schon Den 88 habe ich noch nicht Ich warte noch auf nächste Woche Wenn das Premier League Tots kommt Ob da Der Wadi Tots dabei ist Wäre natürlich absolut krank Wenn er dabei wäre Normalerweise dürfte er nicht dabei sein Wenn er dabei ist Mache ich die Karte wahrscheinlich Wenn nicht dann machen Ich mache es nicht Da muss ein bisschen Bei den Mafiosen ermitteln Franco hört sich schon so als War von der sozialischen Mafia Besticht bestimmt I mit irgendwelchen Druckmitteln Deswegen seid ihr Päck Ja absolut Jetzt hast du so Pssst Nein geht nicht okay Mir egal Aber wir können gerne ein Freundschaftsspiel machen Mit meinem Team Ja ja gerne du wieder Robin Moin Hei So Dann Jungs Zeige euch nochmal kurz Zeige euch nochmal kurz das Rating Oh noch Moment du Rating und Bewertung 73er Bewertung Heute Jungs Wäre wahrscheinlich besser Wenn ich Chemie auch 100 habe Oder? Für euch Wäre wahrscheinlich besser Wenn ich 100er Chemie habe Für euch Oder? SPC Methode Jopp Jopp Emre Can Hast du ja gestern gewährst gefragt Digga oder? Ah ja Bruder muss los Mhm Ich habe aus meiner SPC Methode Habe 8 Packs gemacht Und habe schonmal meinen ersten Tots gezogen Wer schauts bei dir aus Digga? Ach ja und habe Pogba Und Iska aus einem Pack Drinnen gehabt Machst du wirklich? Wir machen gerade jetzt 50k Sets zusammen Ja Habe vorhin zweimal Sizoko gezogen Laut EA bekomme ich den Tots jetzt zweimal Wie kann man noch zweimal Sizoko ziehen Wie kann man noch zweimal Sizoko ziehen Wenn der ja noch in der SPC drin ist? Habe es letztens einen Tots gezogen GG Wer gibt Sieg? Kann ich noch mit Natürlich wir fangen jetzt erst an Aber Jungs Es wäre für euch einfacher Wenn ich alles Wenn ich auch 100 Chemie habe Oder? Wäre doch für euch einfacher Wahrscheinlich Wenn ich 100 Chemie habe Ah ja Emre Can Du hast alles Du hast praktisch alles doppelt und dreifach gezogen Du bist ja wieder ein richtig Verfrech Dach Verfrech Dachs Selber aus München Was geht? Ich habe 3 Tots gezogen Und habe noch 14 Deiner Points GG Also Premier League haben wir auf jeden Fall ein paar Premier League haben wir auf jeden Fall ein paar Nehmen wir den mit Und den mit Und dann Sturm ZM 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 Und Sturm Was haben wir da noch am Start? Oh nice Dann haben wir hier noch in der ZIV ZIV Haben wir noch Äh Äh Jetzt bin ich ein bisschen überfragt So ZIV Nehmen wir den mit Und nehmen wir den mit Dann schauen wir was wir RM haben Den mit Und LM Nehmen wir den mit Nehmen wir den mit Nehmen wir den mit Jetzt haben wir 74 Spiele Austausch Nehmen wir da noch einen LV mit Aus der EFL Championship LV Nehmen wir den Minks Und ERV Nein Klar Komplette Liga nehmen wir Jetzt den Glückwunsch Franco Idiot Äh Stürme Stürme Ok passt Jetzt haben wir 99 Jetzt haben wir 99 Messe passen Sissokis SPC Ja Ich habe auf Twitter geschrieben Dass jeder der Sissoko, Rodri oder Onana gezogen hat Den Tots bekommen wird Keine Ahnung warum Aber nimmt man mit Ok Gut Vielleicht ist es mal wieder Backcon Kann natürlich schon möglich sein Kann natürlich schon möglich sein Kann natürlich schon möglich sein Ich spiele auch gerade sehr dreist Ich habe 10 mal Ich habe gesagt Oh Geri du alte Maschine Also wie gesagt 71 Jahr Team Bewertung 99 Team Chemie Und dann wie gesagt Push dich Hashtag Wappies Crew Hashtag push dich Pushen Wappies Irgend so was In Als Team Namen Und wenn wir sie finden Heim Team gewinnt Ja Und Dann würde ich sagen Abfahrt eher nach Heim Heim gibt sie Heim 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 gewinnt Das heißt Auswärts gibt sie Sorry Auswärts gibt sie Ich glaube ich mache mit Die Server Spiele Die Server Packs Und die haben Gold Genau Ja Genau Aber am besten Nur Also nur Non-Rare Liegen Nur Non-Rare Server Spiele In die Server Upgrade SPC Und sie sollten dann In die eigene SPC Zwei am Moin Heim Wie läuft Wie läuft Psy Und Riven Ähm Was heißt es von dem Team Rebic, Jovic, Havertz, Fabinho, Kündogan, Koretzka, Robertson, Rüdiger, Sokratis, Dacosta, Leno Hört sich sehr sehr gut an Hört sich auf jeden Fall sehr sehr gut an Ähm Und ja Jetzt kannst du absolut immer updaten Jetzt kannst du perfekt updaten Mit den ganzen Tod Karten und so weiter Wie bekommt man Sissoko Wann kommt Sissoko? Weiß leider noch keiner Sissoko bekommt man durch eine SPC Die Tage Genau Sissoko soll jetzt heute im Verlauf der Woche als SPC kommen Genau Ist auch von EA schon bestätigt Mahlzeitbruder MK1 Servus Noch krank oder wieder gesund? Gott sei Dank wieder gesund Gott sei Dank wieder gesund Gott sei Dank wieder gesund, Jungs Das wünsche ich keinem Was ich hatte Machi Astlan Hashtag Teasy haben wir grüß dich Digga Alfitt Heute direkt Helles gezogen Totz Digga Schön dass du mit am Start bist bei mir Alfitt Ich hoffe bei dir auch Double Time ist am Start Pushti Frag das Game Gerrit Du alte Maschine Und danke für den Sieg Hoffentlich mit Leihikone Hehehehe Danke dir Gerrit Nikse habe ich das gerade gebaut Brauche ich 81k für den Rest des Teams Haben auch noch 100k Ok Ok Bin ehrenlos Alles klar Der Instinkt und steigt auf 600k Ja Telisch Telisch würde ich auch noch behalten Telisch würde ich auch noch behalten Der kann wirklich steigen werden Oder absolut krasse Werte Den könnten sie eventuell die Price Range anpassen Das stimmt Und vielen Dank an 50 Zuschauer Jungs Mega heftig Wer es noch nicht gemacht hat Gerne ein Like da lassen Beziehungsweise Daumen nach oben Oder auch nach unten Wie es euch gefällt Wie es euch gefällt Das ist komplett frei Und wer es noch nicht gemacht hat auch Und es feiert Gerne auch ein Abonnement Kostenlos Würde mich sehr sehr freuen Würde uns sehr sehr unterstützen Und was noch wichtiger ist Als die zwei anderen Sachen Schreibt rein in den Chat Woher ihr kommt Wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid Und wo ihr Gerne Gerrit du bist ein kleiner UNEHRENMANN Gerrit Du bist ein UNEHRENMANN Ich gönne ihn Ja Jungs Spamst ihn voll den Gerrit Spamst ihn auf Spamst ihn auf der Blazey voll Jungs Spamst ihn auf der Blazey voll Ahahaha Danke dir Gerrit Das hat man schon gleich gedacht Dass du ein kleiner Frechtax bist Tobi Moinze Hi Darwin Mach den Zwinkersmiley Warte ich hab's noch gemerkt Noch weiß ich's Wo ist dein Kumpel Passt's Neun Wie gesagt Chris Momentan sehr viel um die Ohren Man muss doppelt treffen Absoluter Schwachsinn Digga Ah halt Na halt Na halt Also ich weiß was du meinst Du meinst die Footswap Deal Du meinst Footswap Deal Aber es ist jetzt sogar nur Bei Division Rivals Oh na Ok Ja Jungs Dann machen wir's so Danke für den Tipp Zwer Danke für den Tipp Wir können so machen dass der Dass die Auswärtsmannschaft Zwei Tore schießt Oder zwei Eigentore macht Dann könnte man nämlich die In einem abschließen Dann können wir tausch die Spieler 3 Und Das 50k Set in einem abschließen Danke für den Hinweis Danke für den Hinweis zu ihr Sehr 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 nice Gut aufgepasst Digga Gut aufgepasst Die Francesca Ja Der Jungs den haben wir gezogen Den haben wir gezogen Also Nix brauchbares Was Wofür fahren Ihr Wins Für das 50k Set Für das 50k Set Also wer mitmachen will Einfach Push dich Als Team Namen Weppies Die Weppies Hashtag Push dich Irgend so was Als Team Namen Und dann gibt Das Auswärts Team Sieg Jetzt ab sofort Wäre geil Ab sofort Mit zwei Toren Damit wir das Footswap Deals auch noch abschließen können Was geht bei der 450k Set Hebt ihr die Tots auf für die Tots SPC Tots SPC Da werde ich dann ein Onana oder sowas hernehmen Aus den Wochenaufgaben Oder einen Rodri Wenn ich den scheiße finde Kennt ihr Fußball Chat auf Insta Ich tippe mal da Wenn das bist du Bitte jetzt bitte 100€ Digga Ich nix Geld Ich heute einkaufe Ich nix Geld Yes Ja Digga Ich bin am Start Ich weiß auch mit wem ich schreibe Aber geil für Montagab Jungs das war damals ein Geburtstagsgeschenk Nein ein Weihnachtsgeschenk Von Chris An mich Oder ein Geburtstagsgeschenk Ich weiß gar nicht Entweder letztes Jahr zum Geburtstag Oder zu Weihnachten Nein ich glaub zum Geburtstag Keine Wicke Oh Jungs scheiße Ja irgendwann Irgendwann Morgen Oder Nächste Woche Heim muss gewinnen und zwei Tore schießen Genau Heim gewinnt Also Auswärts Team geht raus aus dem Game Nachdem er entweder zwei Eigentore gemacht hat Oder zwei Tore gefallen sind Genau Und einer spielbar Ich weiß es nicht ich habe noch nicht gespielt Wobei ich mir den fast aufheben würde Wenn er spielbar ist Wenn dann die ganzen Eredivis Tots kommen Weil da kann man glaube ich auch knackige Tots kacken Von Delikt Zum Beispiel Franky de Jong Die werden gleich nicht so schlecht Oh Ja das geht Heisenberg Nice Und ich wieder heim Ja Kappa Selber kacken wir eh wieder ab Und dann geht die wirklich nicht wieder bis Mittwoch Gucken wir mal Unana ist gerade in Valencia gewandert Hehehe Alles klar Habe ich Unana nur auf 4 Chemie gezockt Da war der nicht so gut Ja gut 4 Chemie ist natürlich auch Eher bisschen belastend Ich mache Ramadan Das ist sehr schwer sein Das glaube ich dir Das glaube ich dir Da hast du auch meinen absoluten Respekt Du hast meinen absoluten Respekt Ähm An alle die wo das auch Aus Glauben Oder auch aus Nicht-Glauben Das durchziehen Jungs GG Halt's durch Ich könnte es nicht Ich isse viel zu gern Er spielt doch nicht nur weil er auswärts ist Das körper ist nicht ganz kapiert Entschuldigung Solanke Das waren die guten Abschlüsse wie meine selber Spieler Ach geh Oh Jungs das war ein sickes Tor Hehehe 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 Ja Mach es einfacher Digger Mach es einfacher Achso Ich meine auch der macht Eigentor Hehehe Meeens Schönes Kinder Ehrlich Das ist so Das ist so ein Fail Hehehe Hehehe Gott das ist lächerlich Was ist denn das Es ist so lächerlich das Game ehrlich Und ich meine Jungs das ist so scheiße Das ist so scheiße schwer Das glaubt man kein Mensch Das hätt ich jetzt echt beschissen hab Das ist echt kacke Weil der PC aber automatisch selber eingreift Da schauts jetzt an Der greift automatisch immer selber ein Mensch Aber nach der Schweinefleisch ist retten Eben alles klar Ja Der andere lief nur weil er auswärts war Ja Hör das Das hab ich jetzt immer noch nicht kapiert Also hat einer mitgemacht Hat einer mitgemacht Was ist denn das Was ist denn das Alter Sorry an denjenigen Der wo da grad am Start ist Belastender Content Was ich da grad mach Also hat einer mit Bei Push dich mitgemacht Und hat da aus Auswärts gelieft Das ist unehrmann Sag gerne den Namen rein Der wird kastriert Kappa Mach ich nicht sogar ein bisschen Dann hau ich einfach Ja Jungs Wollt ja 60 Zuschauer Jungs Jeder wo mich am Start ist Freut mich mega Wir spielen grad Okay Patrick dann Kim Kurz Achso ah ok Danke dir Danke dir endlich Segen Danke dir Patrick Ehrenmann Patrick Ehrenmann Also wer im Party trifft Schenkt ihm gerne einen Sieg Danke dir Lost aber vom allerfeinsten Genau Also wenn jemand mitmacht bei Entweder Teamnamen Push dich Weppys Weppys Crew Hashtag Push dich Oder sowas mitmacht Und nicht gönnt Name rein Der wird absolut zugespampt Aber vom allerfeinsten Sowas geht gar nicht Hasse wie die Pest Hey FIFA Fans Early today There was an error In our messaging Around the community team Of the Season Tots Where we indicated That the Sissoko Onana Rodri Tots Items Were available in packs When they were intended to be available Only via objectives And squad building challenges To correct this error We are going to be making These players Tots Items available In gold And special packs Effective As of now While still keeping The objectives And spcs That were planned In place All players that pack A non Tots version Of these players items Between 7 And 17 And when the Tots version Of these players Were added to packs We received the Tots version Of the player on their account Once we have finished Identifying which players are affected Thanks for sticking with us Through this Your patience is greatly appreciated The FIFA Team Jungs First of all Englisch For Vorgeschrittene Is at the start And what I have now So really said It was a mistake From EA Dadurch They are now In gold And special packs But still As weekly objectives And In the SPC That will come And all the players Between 17 UTC Also 19 Or a bit A bit A bit A bit A bit Of the season Version Gratis Great English Danke Jungs Danke Vielen herzig Dank Was heißt das? Ja ich habe jetzt gerade Nunmal natürlich Auf absolut Super Deutsch übersetzt Besseres Englisch In der Schule 1 Aber Jungs Vom allerfeinsten So Jungs Passt einmal auf Und zwar Was ich euch empfehlen kann Um die Suche leichter zu gestalten Müsst ihr folgendes tun Hier geht es auf Anpassen Online Einstellungen Spielersuche Optionen Und stellt es hier auf Nein Standardnahe Spielersuche Nein einstellen Ganz wichtig Nein Hast du es verstanden Hast du es verstanden Ich habe es verstanden Ich habe es richtig erklärt Oder Also wenn Wenn jemand besser Englisch kann als ich Wo er es in den Natürlich nicht glaub Ja weil hier ist nämlich Englisch für vorgeschritten Ne Der konnte es gerne nochmal in den Chat schreiben Aber ich glaube ich habe es zugeschrieben Alles klar Voll Wie gesagt Alle Also die Tots Onana Rodri Und Sisoko Sind jetzt auch in Gold Packs Oder Special Packs Erhältlich Also die kann man jetzt auch ziehen Und alle Die vor 17 Uhr UTC Ich weiß nicht was UTC heißt Das ist irgendein Irgendein Längengrad Beziehungsweise irgendeine Zeiteinheit Für ein bestimmtes Land Region Zeitzone Und alle die Ab 17 Uhr Bis zu dem Zeitpunkt Wo das Team of the Season Veröffentlicht worden ist Sisoko Onana oder so In Gold Gezogen haben Bekommen die Tots Karte Sobald EA das identifiziert hat Wer das alles war Uff zu lange vorgeschlagen I f*** bin ich tot Das war es komplett Hoffentlich fliegst du nie nach England Jungs Ich war schon oft In irgendwelchen Ländern Wo man nur Englisch spricht Und ich lebe immer noch Und habe auch das bekommen was ich wollte Also ich habe doch alles richtig erklärt Und habe das super vorgelesen Jungs Hallo Habe ich das Video gezogen Aber um 22 Uhr Ja das passt Detektiv Lana Man kann jetzt Man kann jetzt auch schon Rodrigo, Sisoko und so In den Packs ziehen Man kann die aber auch Durch die wöchentlichen Aufgaben Und durch die SBC von Sisoko Die kommen wird Machen Machen Oder erhalten Aber da irgendein Fehler Unterlaufen ist EA Bekommen die jetzt auch in die Packs Das macht nichts Du kriegst normal was trotzdem Jetzt aber Bin aber im Englisch E-Kurs Ja Da bin da Muss aber nochmal Gedanken machen Machen Ja Machen Ja meine Ehre Kriege ich ihn jetzt als Totz Ich weiß es nicht Ich tippe mal Also so wie es ich verstanden habe Schon Kann aber dauern Bis sie das identifiziert haben 1x45k pack 1x50k pack Glaubst EA wird mir an Totz Vergunnen Ich hoffe es Ich drücke dir die Daumen Coordinated Universal Time Genau G15MH Ich wollte es gerade auch sagen Ja Du Tipps haben für dich Ah Viel nein Und bitte Gescheitschreiben Du haben Du machen Schau mal ob es einen Onana auf dem Markt gibt Oder einen anderen Schau mal gleich Können wir bitte nur Weppies heißen Wie gesagt Egal Du kannst PUSH dich Weppies Du kannst heißen wie du möchtest Zwei Sorry for my bad English Onana Was mein Name So Onana Die alte Mistpritschen Hab Emrech angezogen Digger GG Da ist er Jungs Schauts Da ist er Da ist er Der Mann Da ist er Und Dann will ich aber schauen Was er Sisoko kostet Weil Sisoko ist absolut pornös Ähm Der da ist ja Der will wahrscheinlich Extinkter Der wird höchstwahrscheinlich Extinkter Der wird höchstwahrscheinlich Weil die Karte ist natürlich schon pornös Wom bier and wom pizza please Das war wahrscheinlich Das einzige was du gesagt hast Ja welcome Hehehehe Where can I go To eat something Here Please Hehehe Also ich so gesonnierter Markt Könntest du Gelichtet mal kurz zeigen Welche Nationenspiele Brauchen Braucht für die Tots Könntest du Gelichtet mal kurz zeigen Welche Nationenspiele Braucht für die Tots Digger Du brauchst einen Spieler aus der RDTVs Für Vorlagen Für Oh Na Na Wotsmaneim Und für Tots Rody Brauchst du einen Spanier Mit dem du einen Tor schießen musst Ja Und für Taylor Brauchst du irgendeinen AFL League One Spieler Mit dem du ein Tor schießen musst Nuguman Wie gesagt herzlichen Glückwunsch Emre Can Gerrit ich mach jetzt kein Bild auf Danke dir Deine Nudes kannst du sparen Digger Die Nudes kannst du im Fall Per Snapchat schicken Weil der wollte eh schon unbedingt Nudes vom Simon Also Voll Erfolg Kappa I am stolz Auf your English skills Thank you very much Dominic Because Der Stream ist jetzt auch auf Deutsch And for Advanced English Nein Jungs Ich kann eigentlich schon besser Englisch Aber Ich will anderen zeigen Die auch nicht so gut Englisch können Dass sie sie damit nicht verstecken brauchen Die brauchen sich damit nicht schämen Ja Auch mit schlechtem Englisch Kann man stolz auf sich sein Weil man kann trotzdem ein bisschen was Und das wichtig ist Verstehen Alles andere im Urlaub Ob man jetzt perfekt Mit der Grammatik ist Ob man die perfekte Zeit Erwischt hat Von Grammatikmäßig Weißt du was ich meine? Ist scheißegal Das Sinn dahinter Muss einigermaßen passen Und den Rest machst du mit Hände und Füße Ich habe ja nur nicht verstanden Erst was du da erklärt hast Ahja Danke an denjenigen Der gerade gegönnt hat Sehr nice So muss das Andre Onana Oh oh Onana Da war gerade einer Ich schicke dir Screen Ich neu in Deutschland sein Bin seit 30 Tagen Ich komme von Namibia Phil Wenn das stimmt Dann sehr nice Dass du so gut Deutsch kannst Ich persönlich glaube aber Fast nicht Dass du erst seit 30 Tagen In Deutschland bist Weil das schon sehr komisch wäre Wer ist das mit SGE? Weiß ich nicht Wie spielt sich der rote Hasar? Andrea Lorenz Ist göttlich Göttlich Ist ein kleines Maschinchen Ja Tagliafico Come on Erster Totz Die Jagd die sich eröffnet It's loop Digga habe ich doch gesagt Und Tagliafico ist ein geiler Pull Also Gerrit Jetzt schauen wir heute mal Die Nachrichten an Oh 249k Digga Das ist ein Maschinchen Ohne Scheiße Jungs Also den will man ziehen Den will man ziehen Dann Abfahrt Den mit Shadow Den mit Shadow Ist der perfekte 6er Puh Ja Jungs da war ich wieder absolut im Rage Modus Jungs da war ich absolut im Rage Modus Absolut ein Abschirm was du da am Ende machst Oder absolut auf Zeit gespielt Wirst du was ich meine So ein Ding ist das Danke dir Gerrit Habs gesehen Ehre Mann Walker und Philippe Luz im selben Pack Digga GG Wo ich auch sagen Schau es dir an Frank Mach ich Markus Hab ich gemacht Alter mein Vater und Englisch Ja Dominik der ist so lost wie ich Der ist so lost wie ich Aber Jungs Dein Vater ist trotzdem um die Welt gekommen Schätze mal Wer kriegt den Sieg aus Auswärts Gibt Sieg Und auswärts Schießt 2 Tore Dann haben wir nämlich einmal Die 50 KZ Und die Foot Swap Deals Ähm 3 Und die Foot Swap Deals 3 Haben wir dann dadurch Kein Ball Du geiles Stück Du musst für die Tots Rival Siege schaffen Wenn du das schon hast Weißt dann Sorry Also wenn du das schon weißt Dann sorry Achso ja kein Thema nicht Jungs Chad Hurry ist am Start ZDM 69 Geiler Typ Domi Mein Vater der kann auch nichts Ja Jungs Aber sie schaffen es trotzdem mit dem Urlaub Das ist doch Das Wichtige Franco so Ich kann 2 Fremdsprachen Deutsch und Banerisch Ja Wobei Hochdeutsch wird bei mir schon sehr sehr schwierig Sag mal du hast Fortnite Ich hab Ja Ich hab halt auch Fortnite runter geraten Aber ich spiel es nicht Haha Hashtag Rage Ja Jungs soll ich machen Aber der absolut ist im Rage Das war meine erste Niederlage Das war glaube ich 6 Ähm doch 6 1 war das Das war 6 1 Ja Jungs Ja Jungs aber Auf ganz entspannend hab ich das gemacht Der hat auf 250k price range Soll ich ihn snipen Pfff Den kann man Also ich glaub Sissoko Sissoko könnte man theoretisch snipen Aber Angaben Ohne Gewehr Angaben Ohne Gewehr Angaben ohne Gewehr Aber ich glaub den könnte man snipen Ich glaub den könnte man snipen Alter warum ist der Torwart so schnell Danke dir mein Lieber GG Danke dir JFK Thyssenberg Ehre Mann Kaweil Dann ist ja gut Na Alter echt nicht so lost wie wer Richtig stolz auf ihn Wenn er so eigentlich könnte wie du im Stream Thank you very much That came from the heart From the bottom of my heart Das Einzige wo ich Also beim Einzigen wo ich richtig range scheiße ist Ich wirklich beim TH Ich Mir wurde mal gesagt Wenn man es mit S Also Siss sagt Verstehen es die meisten Ja du ist eher schlecht Eher sollte man das als F sagen Also Fiss 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 Alles klar Also eher sollte man das TH als F sagen Angeblich Tiger Fiko bin 82k Nice nass digger Meinst du es Sissoko wird stark Es kann sein dass da natürlich seine Price Range angepasst wird Aber Das Einzige Problem ist Es wird von ihm noch eine SPC geben Oder vielleicht haben sie die SPC sogar jetzt schon getroppt Wegen dem Fail Gucken wir mal kurz Aber glaube ich fast nicht Weil vom Sissoko wird eine SPC geben Deswegen wird es schwierig ob er steigt oder nicht Das ist jetzt Absolut ins blaue Raten Angaben ohne GW Ja Jungs was soll ich denn sagen Ist so Was haben wir jetzt für Pack gekriegt Ein Premium Super Pack Jungs Das machen wir gleich mal auf Mein Vater hat wahrscheinlich so 8 mal So viel Geld verdient wie ich in meinem Leben Verdienen werde Aber das war Was Damit eigentlich schon an Tag legen Ist brutal Ja Jungs Braucht man nicht unbedingt Jetzt ein Push der Körper Sehr nice geil Überwie muss man das Team nennen bei den Wochenaufgaben Weppies Weppies Crew Die Weppies Push dich Hashtag push dich Irgend sowas Push dich von mir sagt Ja da Wangen schenk ich auch Wiener 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 Weisst du was Sissoko SPC kostet Ich weiss jetzt leider nicht David Ich weiss nicht wie EA das macht mit der SPC Ich kann nicht nichts sagen Tut mir leid Schon einen Totz gezogen Ja hab ich schon Eine absolute Machete Eine absolute Machete Sissoko ist da Sehr nice Emre Davis, Mr. Davis Ist jetzt auch schon wieder gesunken Dann behalten wir ihn einfach mal Jungs, den behalten wir jetzt dann einfach mal Oder hauen wir Den hauen wir komplett überteuert drauf Den hauen wir jetzt einfach komplett überteuert drauf Jungs, und der Silber-Impfarm geht weg Das ist ja schon mal positiv Der Silber-Impfarm geht weg Das ist ja schon mal positiv Was hat der für Price Range? Okay Ja, einfach komplett überteuert drauf Wenn er weggeht, nice hands Wenn er nicht weggeht, auch kein Problem Also Jungs Oh, Lajuni für 9-2 Ja, moin Digga Nimmt man mit Übrigens war es ein Brose-Pack Ja, somit haben wir ein paar Packs wieder gut Kein Problem, du bist ja nicht Gott Eben Jungs I throw me under the table I throw me under the table Alles klar Hast du Low Tots gekauft für SPC? Nein, den habe ich gezogen Die steigen alle auf 50k Deswegen habe ich ihn auch auf über 50k Ähm Draufgestellt Davies will keine Ahnung, weil er noch zu günstig ist Das ist klar, ja, der ist einfach nur zu günstig Hast du recht, Dominik Ich habe beschlossen, ich mache jetzt mega viel Accounts und hole mir überall das 50k von der fortgeschrittenen SPC An sich bestimmt An sich kann man das natürlich machen Also machen sehr, sehr viele mit SPC Accounts traden Mir wäre aber die Gefahr vom Coins Trading zu groß Aber ich will da keinem reinreden, muss jeder selber wissen Ich kann jedem empfehlen, sich Tots pürdig zu zulegen Wegen den SPC mit garantierten Tots Die werden auf jeden Fall kommen, ja Also das kann man auf jeden Fall machen Ich habe aber gedacht, ich investiere da nicht so voll Ich behalte immer meine Coins und kipps dann in die Spiele, die ich haben möchte Weil man bekommt dann durch die Wochenaufgaben auch immer wieder Tots Den Rodri zum Beispiel, den werde ich wahrscheinlich nicht spielen Den kann ich dann auch hergeben I glaube, I make me no a pizza I have so big hunger Ich habe vorher auch noch eine Pizza gegessen Wir haben mir vielleicht danach auch noch eine da entschieden Mal gucken, wie lange wir streamen I think you spider Alles klar, Marcel Ohne Sparte, denn wirklich spielen nur mehr Hounds Die von Ernere, Onkel Alles klar Bip, 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 werden Könntest du morgen für mich bei EA unter dem Schreibtisch hocken Brauche auch ein bisschen Packlack, werde ich nicht Gerrit Packlack hat man nicht Einfach so Man braucht Packskill Ja, ich habe das letzte Mal im Stream erörtert Man braucht Packskill Das hat man entweder von Geburt auf In seinem Blut oder man hat es nicht Und, was ganz wichtig ist beim Packlack Oder wenn man Packlack haben möchte Das kann man sich neu erarbeiten Das kann man sich neu erarbeiten Gewurzapolo Danke dir schon mal vorhin voraus Ich hoffe, du bist Ehrenmann Aber ich tippe mal Sonst wäre es rausgegangen Ähm Was Wie man Packlack sich erarbeiten kann Ist ganz einfach Ganz einfach Man muss gönnen Man muss im Leben immer gönnen Das Leben ist ein Nehmen Gibt Sieg mit zwei Toren Ja, da ist Grätsch-Trending angesagt So muss das Bra Bra Das ist uns etwas komplett Habe mir acht Tots für 30k gegönnt Verlust würde sich in Grenzen halten Ja, das auf jeden Fall Ebenso ein Hannover Mensch mit Pushti war auswärts Und ist gelieft Belastend Raus Steinigt ihn Also da muss ich echt sagen Jeder, der mitmacht Und aber nicht gönnt Jungs, Karma ist eine Bitch Das bekommt sie alles zurück Das bekommt sie alles zurück Karma ist eine Bitch Ich finde keinen, schreibt der Manu Also, so werden geile 10 Tage Ich habe wirklich viel Spaß am Streamen haben Obwohl ich nichts verstehe Nur ein bisschen verstehe Danke dir viel Moin Moin Freiburg VivaGott Und danke dir Gewürz Apollo Vielen herzlichen Dank dir Kuss Geht raus Danke dir, mein Lieber Wann spielen die eigentlich nochmal genau Was tut das aus Also, so Danke Zwer Sehr nice Zwer Ehrenmann Hey Dominik Was ist da los? Digga Dominik Normalerweise bist du da Ah, ok Alles klar Dominik Guter Mann Schon mal kein Problem Im Voraus Danke dir, man soll Jungsi Sorry Ich bin absolut komplett hinten dran Sorry Also, an jeden Einzelnen Wo jetzt nicht vorgeht Sondern bitte nicht böse sein Einfach nur mal reinschreiben Äh, ich mache jetzt einfach mal weiter Was für Sprachgule Ähm, kann ich bei der 50k Wochenaufgabe Icons einwechseln? Weiß ich nicht Soccerboy Aber wir machen gerade die 50k Challenge Miteinander im Stream Passt Für was ist die Aufgabe für die 50k Ähm, für die 50k Set Und wir machen gleichzeitig den Swoop Foot Swap Deals Spieler Servus Bruder Bin zwar Hacke zu Aber dein Stream muss sich Trotzdem gegönnt werden Pushti Sehr nice willi Und aber Girl Aufpassen Nicht kotzen Was spielst du da eigentlich? Ich spiel FIFA Also wir machen die Wochenaufgaben Das 50k Set Woher kommen eigentlich die ganzen Zuschauer Um die Uhrzeit Ja Jungs Das ist mega nice Also an den Einzelnen Wo mit am Start ist Freue mich mega Lässt wirklich gerne eine Bewertung da Egal ob positiv oder negativ Komplett egal Wenn es euch gefällt Lässt gerne einen Like Wenn es euch nicht gefällt Daumen nach unten Damit ich Bescheid weiß Und natürlich wäre es absolut feil Über ein Abonnement Wür sich jeder freuen Ist kostenlos Tut euch nicht weh Wür mich unterstützen Danke Im Voraus Kuss Geht raus Jetzt mit dem Supporter Creator Code EA Sports It's in the game Ich hatte mich nicht aus SGE Adler Erdemann So muss das sein Sehr nice Hab Pukki gezogen Ja moin Darf ich auf meiner Insta Story packen Dass Leute in deinem Stream kommen Ja da bin ich sehr sehr gerne Sehr sehr gerne Da brauchst du keine Fragen GG Danke dir GG War noch kaum Junge Nur weg Nur morgen früh raus Junge Nur ganz groß los Ja kein Thema Dann kurz Nächte Wir sehen uns morgen Also wir werden morgen auch wieder streamen Wahrscheinlich in der Früh Außer wir streamen einfach durch bis morgen in der Früh Schauen wir mal Die Suchtgang Moin Wollte dass du die Nachricht lichtst Alles klar Dominik Alles klar Dominik Da hat der Dominik sehr später reagiert Ja Also ich gehe viel Spaß Nach Passen 9 Ciao Gutes Nächte Und danke dass du mit auf Start warst Was für eine Aufgabe ist das 50k Set Das 50k Set Smexi Tisi Digga ich weiß es leider nicht Döner FC Sorry Ich weiß leider nicht Was Tisi und Smexi ausgemacht haben Wie ist die Regel Wer gibt Sieg Timo Auswärts gibt Sieg Aber mit zwei Toren Unterschied Also was heißt Zwei Tore Und auswärts gibt Sieg Mit zwei Toren 50k und Futswap Genau wir machen nämlich 50k und Futswap Deswegen die zwei Tore Wegen Futswap Franco Tausch ZM Wird schlechter Digga Wird schlechter Bist du etwa Franco Di Santo Pssst Hannover 96 EEE Ist gerade bei auswärts Auch bei mir raus Jungs Pusht den hart Den kleinen Go Das ist absoluter Schmutz Ich spuck auf dich So muss das sein Also da haben wir nach unten Also kein Thema Also wenn es jemandem nicht gefällt Ich glaube kein Thema Also ich bin sehr kritikfähig Das Ich habe einen großen Rücken Wisst ihr den Mann Nein wie gesagt Das ist überhaupt kein Thema Ich zwinge dazu Keinem zu Irgendetwas Timo Kutschke Okay Habe mir Tots Walker geholt Für 19,5 Gut oder Glaub schon ja Also 19,5 Ist auf jeden Fall ein guter Preis Für einen Tots Können die Mods eine unehrenliste machen Also wer natürlich Bock hat Also der Dominik Falls du Bock hast Wollens gerne unehrenliste machen Ich bin so ein Idiot Ah halt Mal raus Halt mal raus Ich meinen Kassins anrufen Dass sie kommen Gucken Dann wir haben 200 Zuschauer Mehr haben Werden Ja Digga Dann pushen wir Den Körper Halt Dominik SPR ist Foul Dominik SPR ist Verschlafen Na wohl du gesagt hast Wenn mir den Stream gefällt Sollen wir einen Daumen nach unten Entweder Also wenn es einem gefällt Gerne einen Daumen nach oben Und wenn es einem nicht gefällt Gerne einen Daumen nach unten So habe ich das gemeint Also Ich will auch wirklich Positiv Also ich will Ich will ein richtiges Feedback Aber ich glaube Man kann keinen Zwingen Daumen nach oben zu geben Oder Du wärst mal so Von dem her Was brauchen wir 73 Bewertung und 100 Chemie Ah sorry Chris Moment da Bewertung 71 Chemie 99 Und Sebastian Ich küsse deine Nacken Sebastian Vielen herzlichen Ja Das meine ich Lass alle Weppies machen Ja wie gesagt Pustig oder Weppies Ist ja eigentlich Komplett klar Oder Wer hat sonst Sowas Muss kurz was in der Insta Soll ich machen Alles gut Darwin Kein Thema Das editiert Wenn alle unterschiedliche Namen haben Ja gut Der Gerrit hat ja Irgendwel Pustig Der Gerrit hat pusht dich Hab 38 Bewertung 50 Chemie Und hab schon gegen dich Gespielt Franco Okay Schaust eigentlich die Tage Auch mal bei uns In Regensprache Auf tut Franco Oh shorties Hm Mal gucken Mal gucken Digga Mal gucken Und da kommt ein Abonnement rein Und zwar der Joel Welcome to the crew Mein Lieber Vielen Dank für deinen Support Schreibe es gerne rein Woher du kommst Und wieder aufmerksam geworden bist Danke Dir Vielen herzlichen Dank Freut mich natürlich sehr Dass du mit am Start bist Das du mit am Start bist Team heißt jetzt WebPis Gerrit Wie wäre es denn Wenn du einfach Ganz normal den Namen schreibst Entweder WebPis oder Pushtig Dann wird auch jeder andere verstehen Aber du musst wieder 100.000 PS und E-Sai machen Wann kennt den Jungen Ja man kennt ihn einfach Ah Dominik Ehrenmott Jungs mal kurzen Ehrenmott In den Chat Ich kann es mir vorstellen Darwin Ja Ich bin immer auswärts Ey Patrick Ich war jetzt auch auswärts Pushtig Geht mal mit den Silberspielern weiter Mal gucken Mal gucken Seeroom Mal gucken Aber wir werden das bestimmt Morgen dann auch Das ein oder andere Mal machen Also wie gesagt Sobald ich das Ding hab Machen wir dann weiter Ganz normal Und dann Vielleicht zum Schluss Dann wir noch ein paar Siege schenken Weil ich Also das haben wir letztes Mal auch gesehen Umso später das wird Umso weniger sind online Umso öfters findet man sich Aber wenn nicht Können wir das später Dann noch mal weiter machen Schaut das Ich komme auch aus Rängsprache Lappersdorf Ja Rechts Sam Das habe ich gar nicht gewusst Hab auf YouTube FIFA 19 Totz eingeben Und dann kamst du Ja Joel Sehr nice Dann freue ich mich natürlich Dass du mit am Start bist Und dass du dann gerne Ein kostenloses Abonnement Da gelassen hast Das ist Ehrenmann Mäßig unterwegs Ja Wie gesagt Vielen herzlichen Dank Freut mich sehr Ich hoffe Dir gefällt es hier bei uns Wie gesagt Aktivität im Chat Ist alles Nur so kann man sich unterhalten Und so glaube ich Macht das Streamen Für mich Und auch für euch Am meisten Spaß Wenn man miteinander interagiert Und miteinander am Start ist Darauf jetzt erstmal Gerdig können Du musst das Weil finde ich dich nicht Weiß ich nicht Jungs Also es funktioniert eigentlich Ich habe es euch vorher gezeigt Ihr müsst bei den Einstellungen Bei Spielersuche Optionen Auf spielerortsnahe Suche Ausstellen Ausstellen Kennst du noch Ilke Ilhan Sagt mir jetzt gerade nichts Ich hab dich Juppswer Ich bin Hannover 96 Das war aus Versehen Eben Habe eben Sieg gegeben Jemanden Okay Okay Ja gut Also wie gesagt Wenn es aus Versehen war Ist das okay Ihr habt es auf jeden Fall Reingeschrieben Es war aus Versehen Dann bekommst du auf jeden Fall Die zweite Scheiß Wäre dann ja nicht so Jonas Gaming Guten Abend Hi Hol mir doch nicht Roberto Carlos Hab jetzt Russisch Ja moin Digga Hat eigentlich schon alles Roberto Carlos abgeschlossen Oder Also ich hab nicht Weggeschossen Jungs Ich hab nicht Weggeschossen Brot man soll es Gehen Das macht ja scheiß PC Oder was heißt PC Die KI selber Wie lange streamst du noch Wie gesagt Ich werde heute noch Das ein oder andere Stündchen glaube ich Streamen Mir macht es Bock Ich hoffe euch auch Ich hoffe euch auch Und wie gesagt Wir haben auf jeden Fall Zeit Genau Dominik In Hannover In Hannover Bitte von der Liste Streichen Er bekommt noch mal Eine Chance Beim nächsten Beim nächsten Mal Wird er Aber auch dann gleich Gebannt Da bin ich rigoros Da bin ich rigoros Aber jeder hat eine zweite Scheiß verdient Wenn es aus Versehen war Das kann jedem passieren Das ist überhaupt kein Thema So wir brauchen noch Wir brauchen noch Zwei Siege Brauchen wir noch Jungs Wir brauchen noch Zwei Siege Ich Deutschland mögen Da man Viel Geld Hier bekommen Alles klar Ich leider Nichts Geld bekommen Ich Arme Student Ich Transferriere Coins Hauptsache mit Wappen und Silberspielern Habe mit dem Wenn du noch nie Irgendwie An Bann Kriegt Aber wie gesagt Ich würde es Nicht probieren Ich habe gerade Richtig schlechte Laune gehabt Oh Patrick Es tut mir echt leid Ich habe gerade vorher Schon gesagt Er ist immer Auswärts Der Patrick Hat gesagt Er ist immer Auswärts Come on Patrick Ich schenke dir einen Sieg Patrick Patrick Ich bin Ehrenmann Ich schenke dir einen Sieg Okay Dann hast du auch einen Sieg Wenn du immer Auswärts bist Dann hast du auch einen Sieg Also habe gerade Richtig schlechte Laune gehabt Hab dann überlegt Was dazu passt Dann bin ich auf Wappys gekommen Die nerven mich auch immer Danke dir Dominik Freue mich sehr zu hören Es kommt Es kam von Herzen Danke euch Ja wie gesagt Jeder hat Zweite Schatz verdienen Der Franco streamt Bis nach dem ersten Weekend Linkspur Only West Coast Ehrenmann So nice Nice Genauso muss das Ja wie gesagt Genauso muss das sein So wie gesagt Ich schenke jetzt Ich schenke jetzt Den Patrick einen Sieg Weil erstens Hat er mir vorhin schon Einen Sieg geschenkt Und wenn er immer Auswärts ist Ist einer geil Wenn er immer Siege herschenken muss Und keinen bekommt Deswegen wie gesagt Kriegst du von mir einen Sieg Auch wenn ich eigentlich Heim war Also wie gesagt Auswärts Auswärts gewinnt Eigentlich immer Auswärts verliert immer Mit zwei Toren Unterschied So ist richtig 3-5 Siege Dann Detektiv Liner pushen So gönne Sebastian So muss das Darwin Ehrenmann bis jetzt Immer auswärts gewesen Bis der Geist Erster Sieg dann Kein Thema Wie gesagt Sehr sehr gerne Dieser Prime Eusebio geht ab Oh mein Gott Das glaube ich Der Philipp Das glaube ich Der Von ganz tief Aus dem Herzen Ganz persönlich Für den Bayern Huhn So muss das Bin auch Darin auswärts Aber will schon noch Klappen Eben Muscle Pushen Was hast du heute gezogen Hast du überhaupt Schon Packs gezogen Ich habe heute schon Acht Packs auf Ja Moin Ich habe einen doppelten Macht Acht Packs aufgemacht Aber wie gesagt Wir haben hier Also ich habe einen RTG Account Ich kann euch dann Wer interessiert Wer neu dabei ist Und mein Team Noch nicht gesehen hat Wie gesagt Ich habe einen RTG Account Somit setze ich auch Keine FIFA Points ein Und mache dadurch Oder mache meine Packs Durch die Liegen SPC Methode Wer die noch nicht kennt In der Stream Beschreibung Ist ein Link Da könnt ihr euch Den Liegen SPC Guide Runterladen Ist eine Trading Methode Die meiner Meinung nach Sehr viel Also sie nimmt Sehr viel Zeit In Anspruch Macht aber sehr sehr viel Spaß Und vom jetzt zum TOTS Perfekt Weil du halt Unendlich viele Packs Damit bekommen kannst Wieso streamt ihr eigentlich Nicht auf Twitch und YouTube Wäre doch geil Habe ich noch nie ausprobiert Gleichzeitig Weiß ich nicht Der Brei hätte Noch einen dritten Bildschirm Damit den Twitch Chat Noch auf der anderen Seite hätte Ich bräuchte eh Einen dritten Bildschirm Aber Ich würde Ich hätte gerne Einen Woher viel Zoll hat denn der Ich hätte gerne So einen Richtig breiten Der Da wo man zwei Desktop Seiten Auf Den einen Bildschirm bekommt Der wäre mega geil Zum schneiden Aber der kostet einfach mal 850 Euro Weil ich würde dann Natürlich gleich 4K Und curved Und so weiter Und so fort Ich glaube der hat Keine Ahnung 40 Zoll oder so Bloß halt breit Praktisch Der ist nicht so hoch Aber breit Aber das ist momentan nicht drin Kann man mitmachen Wenn man nur die zwei Tore will Kann man auch mitmachen Klar Kann man auch mitmachen Klar Kein Thema Ich bin nur auswärts Belasten TH 8 Wirklichen Spiele 15 Tore 4 Vorlagen Oh geil Kann man auch mitmachen Wenn man kein FIFA Da kann man es am besten mitmachen Oh Dominik Ja Ah Phil Ich habe das schon gelesen Den habe ich aber sehr nett überlesen Den habe ich extra sehr nett überlesen Also wer da noch dabei ist und mitmacht Auswärts Quittet Aber mit zwei Toren Unterschied Weil wir machen praktisch Foot Swap Deals Und Das 50 KZ In einem Und bei Vassel Ehrmann Oh den kenne ich auch Sehr nice Achso ok Naja Wer überall aktiv Danke dir Darwin Ach egal Keine Ahnung wer dieses Primings ist Auf jeden Fall zwei Tore Und dann quitten Ja vielleicht Vielleicht ist er erst dazugekommen Und hat es nicht gewusst Ist ja kein Thema Ist ja auch nicht so schlimm Solange er trotzdem quittet Ist ja alles gut Den habe ich erforder Der ist brutal Ja den glaube ich Also der Bildschirm ist absolut heftig Du meinst den Curved Bildschirm Ja ich konnte es euch danach gerne zeigen Ich konnte euch den Bildschirm danach gerne zeigen Der wäre echt geil Bildschirme sind zu teuer Ja gut es gibt eine günstige Es gibt eine günstigere Ähm Die reichen ja auch Aber ich hätte halt den Vor allem ich würde auf den langen Also auf den langgezogenen Der wo keine Ahnung 45 Zoll oder so hat Oder 40 Zoll hat Weil der ist ja 4k fähig Auf den würde ich dann sogar zocken Ich glaube das wäre richtig geil Weil du das komplette FIFA Oder das komplette Spülfeld siehst Ich glaube den mit dem zocken Wäre ja auch richtig fett Du hast 144 Hertz Eine Millisekunde Reaktionszeit Der wäre auch richtig fett Bekommt ihr Geld durch Loots Loots bekommen wir immer Ein paar Cent pro Loot Ja es kommt immer Auf die Zuschauer Darauf haben wir Aus dem Start sind Da bekommen wir ein paar Cent Ja Pro Loot Score Academy Moin Hi Mir ist jetzt eigentlich Mit den zwei Toren Ich mache das einfach Bei Wickely Ja eben Den kaufe ich mir Ja moin Frontal Station geil Kann man nicht machen Deine Reckzickel Was machst du für Aufgaben Wir machen das 50k Set Also das ist das Mit den Silberpack Aber mit den Silberspielern Und gleichzeitig Den Footswap Deals 3 Das mit den Zwei Toren Unterschied Guten Abend Julian Hi Erdermann Weigl 33 Reus 11 Jungs ohne Scheiß Jeder wo da mitmacht Und das wirklich auch Durchzieht Danke Und Kuss Geht raus Jungs Gebt euch selber mal Ein Herzchen Spam Das wäre nice Einfach gefühlt Ein ganzer Wohnzimmer Voll mit dem Bildschirm Kein Platz mehr zum Essen Sehr geil Detektiv Lana Twitch Rolex Alles klar bei dir Gamer Crew Macht einfach mal In den Katzen Smiley Man gönnt sich ja sonst nichts Man gönnt sich ja sonst nichts Na Jungs Ist absolut entspannt Genau so Wünscht man sich Das am Kurz vor 12 An einem Fragen Magst du den Sieg? Ja wenn du den unbedingt Haben willst Digga Nehme ich natürlich gerne Also wenn du den Sieg Unbedingt haben willst Ich nehme den Sieg gerne Aber ich hätte dir auch gerne Den Sieg gegeben Also so ist es nicht Entscheide du Entscheide du Weise Wie du willst Digga Wie du willst Kuss an alle Dominik Ja ich habe schon immer gewusst Dass du gerne Also Detektiv Lana Digga Danke dir Ehrenmann Ehrenmann Danke dir Dass du mir den Sieg schenkst Ich hätte ihn Dir aber auch gerne geschenkt Also überhaupt kein Thema Ich hätte ihn dir auch Gerne geschenkt Dominik Die alte Kuss an alle Kamelut Noch nicht Noch nicht Außer du bist ja Sebastian Der war schon am Start Detektiv Lana Ehrenmann Kuss geht raus Ich würde gerne geschenkt Weil ich nur Spanier treffe Belastend Gerade First Gold win Und ich mache der Tor Der Typ quittet nicht Was ein Kevin Ja Jungs Das ist sehr oft der Fall Leider Ne ne Dann kommt noch kein Loot Das dauert immer ein bisschen Oh Erzähl ich mir Das hör mal Kann aber auch sein Wenn du noch nie Einen Loot weggeschickt hast Dann ist der erste Im Spam Ordner Beziehungsweise kriegst du E-Mail Und musst das bestätigen Einmal bestätigen So einen Sieg brauchen wir jetzt noch Ja vor allem auf die Mailingen Zuschauer Fahre ich ab Ja das glaube ich Das glaube ich sogar Habe ein UCL Premium Upgrade Pack gemacht Und dann kommt so IV Niederlande Ich war schon voll am schreien Da ich dachte von Dijk Dann war ich blind Oh Oh das tut weh Das tut richtig weh Ich wäre auch komplett eskaliert Ich wäre auch komplett eskaliert Wenn ich fertig bin Schenke ich so oder so win Meine Bilanz ist so oder so Schon shit genug Ja Jungs Also ich bin eh noch nie auf die Bilanz gegangen Bilanz war mir schon immer eigentlich egal Husten Win Keine Ahnung was ist heisst Digga IMG Code Ehre oh den kenne ich auch Ehre Mann Nice Danke Maki fürs Bescheid sagen Wieso ist die Lick gerade so teuer Weiß ich nicht Ah Halt Nein weiß ich nicht Keine Ahnung Ey da war irgendeiner Homewins Und ich war der Und ich war der Das erschießt ein Tor Huren Ja moin By the way Geile Likezahl Geile Likezahl Wieso geile Likezahl Was haben wir für Likezahl Jungs Jungs was haben wir für Likezahl Ich bin schwul Nichts gegen die Leute Die das gleiche Geschlecht lieben Ehre Mann Ja so ist richtig Es ist komplett egal Einer von meinen besten Kumpels Ist auch schwul Macht mir überhaupt nichts aus Deswegen ist es immer noch der gleiche Mensch Es ist immer noch der gleiche Mensch Also ich war nicht immer schwul Ist jetzt schwul Aber es ist immer noch der gleiche Mensch Jungs Also wer da irgendwie Keine Ahnung In eine andere Richtung Denkt ganz ehrlich Jungs Also Der muss am Onkel Doktor Es ist doch komplett egal Welchen Wenn der andere Mensch Einen Mann liebt Und ist selber ein Mann Es ist doch komplett egal Es müsste auch seine Sache Es muss doch er wissen Ja Von dem ist ja kein anderer Kein anderer Mensch Deswegen Von dem ja Keine Ahnung Also sowas verstehe ich sowieso nie 69 Likes Jungs Ihr seid geil Danke dir 68 Zuschauer 69 Likes Kuss Mensch ist Mensch Genauso ist Völlig Mensch ist Mensch Egal ob Rot Weiß Gelb Grün Braun Schwarz Mensch ist Mensch Absolut Absolut Also wie gesagt Solche Menschen Die wo Keine Ahnung Irgendein Hass Schieben Auf irgendeine Nationalität Auf irgendeine Geschlecht Oder sonst was Ganz ehrlich Also Kann ich nicht verstehen Weg mit denen Weg mit denen Fabio FCB Derdehai Jetzt gehen alle zu Benji Ich so Kein Problem Nicht Jungs Das ist ja überhaupt Kein Problem Nicht Benji ist ein cooler Typ Alles gut Also Leute die Zeit Schirm machen Das sind keine Menschen Ja das stimmt Philipp Alter Wer das gerade Vorher gesehen hat Wer das gerade Gesehen hat Bei mir und letztes Mal In der Wicke Nicht auch Wer das Gerade Vorher gesehen hat Letztes Wochenende Am Montag Hat Jemand Weekend League Gegen mich gespielt Und hat auf Zeit Gespielt Das war dann meine Antwort Absolut abschauen Was du da am Ende machst Da bin ich schon Kompletter Alter Jungs Das mal Wenn einer Zeit spielt Macht Das packe ich gar nicht Da kriegt ihr auch einen Text Aber so einen kurzen Finde ich keinen mehr Kein Problem Ja Meinung zu FIFA Gaming Da habe ich keine Meinung Ich habe ihn selber noch nie Noch nie persönlich Doch ich habe ihn einmal Persönlich getroffen Beim ersten Mal Wenn wir auf der Gamescom waren Beim Essen Hat er sich sofort vorgestellt Hat er uns die Hand geschüttelt Obwohl Wir So mit dem Maligen Zeitpunkt 2000 Abonnenten hatten Oder so Aber vor dem her Könnte ich so persönlich Überhaupt nichts sagen Der Content Ich bin jetzt Aktiv Bei ihm Deswegen weiß ich Was er momentan macht Aber so persönlich Kann ich überhaupt nichts Gehören sagen Ich mache auch Zeitspiele Wenn es 85 Minuten ist Julian bist du auch so Untermensch Es kann statt Erdermann Sehr nice Julian Das ist ein Banggrund Auf jeden Fall Mal eine kleine Verwarnung Sollte auf jeden Fall drin sein Das hat er so toll WLAN in Amerika Ist so kacke Dass ich nur Gast bin Egal Jungs Gönn euch FIFA WFB Digga Schön dass du dich meldest Wie ist es Wie ist es in Florida Wie ist es Auf jeden Fall gut angekommen So muss das Und gleich mit aktiv am Start So muss das noch mehr Sehr nice Grüße Gehen raus Raus mit Julian Kappa Ich bin absolut bad Brauche auch mal Siege Alles klar Das sind aber die besten Erklärungen Kappa Was die auf Twitch bringen Ist ja brutal der Typ Schlimmer als auf dem Frühlingsfest Die Leute die die Leute Ranholen Was ist auf Twitch Hä Jungs habt ihr das eigentlich Von EA mitbekommen Dass die gestern auf Twitch Einfach mal GZSZ Gestreamt haben Ja moin Ja moin FIFA WFB Seit 4 Stunden im Hotel Dann direkt PS4 angeschlossen Und tschulden Bin hart müde Aber hier ist es jetzt 15.50 Ja Zeitverschiebung ist da Sehr nice Wie ist das Wetter Maki Ich finde das absolut scheiße Wie Hass auf FIFA Gaming geschoben wird Wegen seinem Trav Content Denn jeder andere in der deutschen FIFA Szene Macht mindestens einmal Tracht jede Woche jetzt Ja wie gesagt Ich habe persönlich nichts gegen ihn So ich verfolge ihn Ich verfolge ihn An sich nicht Deswegen kann ich auch dazu nichts sagen Und werde auch nichts dazu sagen Ich kann bloß so viel sagen Er war persönlich Ich habe ihn einmal getroffen Zehn Sekunden Aber absolut korrekt zu mir Er hat mich an sich eigentlich nicht gekannt Hat mir trotzdem die Hand gegeben Hat Hallo gesagt Und er ist von sich aus Sehr an reingekommen Und wir haben mit den ganzen YouTubers So beim Essen gewesen Und er ist reingekommen Auch der Vakes Also der Tim Und Max Reefifa Dann herkommen Hey Servus Ich bin's Tim Ich bin's Tim Na Spaß Und ganz normal geredet Also kann ich das gerne persönlich sagen Also von dem her Werde ja Also ich werde nie irgendwie böses Blut Lieber jemanden lassen Von dem Den ich so an sich nicht kenne Beziehungsweise Ja Mich noch nicht Näher mit ihm befasst habe Ja mit Zeitspiel Einer hat bei mir Letztens in der 55 Minute Auf Zeitgespielt Beim Standpunkt Für den Gegner 15 Alter Ah ja Und der Gerrit Hat einen Loot rausgehauen Gerrit Erstmal vielen herzlichen Dank Für deinen Kostenloot Hallo Franco hier Mein Bruder Frank im Stream Wann wirst du gegen Gerrit spielen Dieser Gerrit möchte dich gern zerstören Alter ist gar Digger Abo Anfragen werden über Loots Nicht akzeptiert Trotzdem danke Sein gehackt worden Ja wahrscheinlich Wahrscheinlich Also ansonsten Kann ich mir das auch nicht erklären Alter ein neuer Loot Jo Hab ich schon gelesen Hab FIFA Gaming War in der Stacke getroffen In Wuppertal Glaub ich hatte so 17 Grad Okay Ich würde ja Oli gerne mal treffen Und ihm die Hand schütteln Ja Jungs Dem Dem Kameraden Das ist für mich Absoluter Abstand Der Typ Und da verstehe Also was der macht Ganz ehrlich Was der macht Da verstehe ich keinen Spaß Also ich bin wirklich Ein witziger Mensch Und ich bin absolut Nicht aggressiv Null Gewalt ist keine Lösung Ich habe mich bis jetzt Genau einmal Wehren müssen Gegen drei andere Die haben dann leider Nicht mehr gestanden Da war der Chris sogar dabei Da habe ich damals Den Chris Vor einem absoluten Elfmeter gerettet Der Chris Chris haben es festgehalten Hinten Und der eine Ist auf dem Chris Zugelaufen Und hätte ihm so Einen Elfmeter gegeben Der hätte ihm so Einen in die Fresse gehaut Dann haben die drei Dann haben die drei Mal aber sterben müssen In Anführungsstrichen Sterben müssen Der habe ich alter Über mich drüber geworfen Ins Kopfschneiden Pflaster Alter Falter Huch Na aber Gewalt ist absolut Keine Lösung Aber das was der Jo Oli macht Ohne Scheiß Also Für sowas Für sowas habe ich Keinen Funken Keinen Funken Verständnis Erstens Und zweitens Ist es nicht mehr witzig Dem Ich muss euch das so verstehen Wenn ihr eine kleine Schwester habt Und der macht das bei der Alter da wäre er weg Der wäre weg Den würde ich Absolut komplett Zerstören Habe ich gegen Tots Ibra gespielt Ja moin Hat wer Was hast du für ein Team Kann ich gleich zeigen Näher Kontakt Aha Clemmikiller Ehremann Sehr nice Was machst du Lasse wir machen Gerade das 50k Set Mit der selber Wochenaufgabe Genau Shorty Das Shorty spüren wir Gerrit Dann wird der Gerrit Aber komplett Huch Muss los Mein Team hatte Tots Ibra 5-4 verloren 4-2 Ibra belasten Gewalt ist keine Lösung Außer in der Wegenliege Ja das stimmt Ich sag nur Augsburger Puppen Ja genau Jungs Wenn ihr einen Real Talk haben Möchtet Von der Schlägerei Dann können wir Das jetzt dann gerne machen Augsburger Puppen Ist korrekt Ja gut Wenn mir jemand Irgendwann Einen Sieg schenken würde Bin echt nur Gast Liegt am WLAN Hab schon 5 Gegeben Also wer im FIFA VfB Bekommt Gibt es noch Einen Sieg Mach gerade Roden Und es ist so Eigentlich Schwitzegefühl Wie Wigling Das ist glaube ich Der Austria Gamer Crew Das glaube ich dir sofort Bin nochmal weg Gutes Nächte Hau rein Pass auf dich auf Mach ich dir Mach ich Mach ich Du natürlich auch Wir hören uns Danke Danke fürs Supporten Sackboy Fighter Leon Jungs lohnt es sich Jetzt schon zu investieren Für garantierte Tots SPC Wenn nicht jetzt Wann dann Mein Freund Wenn nicht jetzt Wann dann Das werden die günstigen Tots Die günstigsten Tots werden Alle anderen Tots Werden teurer sein Meiner Meinung nach Weil das alles super liegen sind Wenn nicht jetzt Wann dann JT FIFA Guten Abend Guten Abend IMG Goat Genau IMG Goat Genau Genau Geh jetzt ein bisschen Zu Benji Sorry Ich möchte ein paar Packs Zum Tots sehen Ist nichts gegen dich Bist der Beste Komm ich später nochmal Alles gut Aber wenn kann ich Kann ich absolut verstehen Ich hab kein Zimmer Überhaupt kein Zimmer Wobei du Theoretisch Wenn du nicht am Handy bist Sondern am PC Zwei 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 Gleichzeitig öffnen Könntest Nein Wie gesagt War auch kein Thema Überhaupt kein Thema Also Jungs Ich find Andauernd Einen Jungs Ohne Scheiß Ich find Wirklich Andauernd Ich will die Coins Fürs Premier League Team Auf der Season Ausgeben Weil ich mir da Den ein oder anderen Sneaken werde Deswegen werde ich Die Coins Nimmer Ah halt Sorry 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 Ich vor lauter reden Aber Sorry Ich vor lauter reden Im Chat Nachrichten lesen Sorry Wie gesagt Ich werde nicht investieren Aber meiner Meinung nach Kann man auf jeden Fall Jetzt für 20k Günstig Tots holen Günstig Tots holen Das auf jeden Fall Aber ich würde nicht mehr Wie 20k Oder 22k Ausgeben Für die Tots Und der Champion 95 Welcome To the Crew Mein Lieber Vielen Dank für heute deinen Support Schau jetzt gerne rein Woher du kommst Und wie du auf uns Aufmerksam machen bist Danke dir Weil ich mein Wenn garantierte Tots SPCs kommen Durch die Wochenaufgaben Bekommt man auch immer wieder Tots Und wenn man die Die meisten spielen man bei Enard Die kann man dann auch wieder eintauschen Von dem her Werde ich Keine Nicht in Tots Nicht in Abschluss Tots investieren Weil ich wahrscheinlich Eh nur den ein oder anderen Ziehen werde Genau Geh mach das doch du Mein Name ist der gleiche Nur ein Unterstrich vor der Zahl Leider am Ende Ich habe kein Thema nicht da Wie gesagt Alles gut Also ich bleibe dran Philipp Ehremann Ich finde seit 30 Minuten Kein Belastung Habt ihr Also wer es nicht gemacht hat Wer es nicht gemacht hat Das ist auf jeden Fall ganz wichtig Und dadurch finde ich sehr Sehr viel besser Die ganzen Jungs Und zwar Müsst ihr das einstellen Für die Weekend League Ist vielleicht nicht optimal Da müsst ihr es vielleicht wieder ausstellen Aber ansonsten geht es auf Einstellungen Also Online Einstellungen Spielersuche Option Und standortnahe Spielersuche Ausschalten Also auf Nein Nicht auf Ja Auf Nein Das ist ganz wichtig Würdest du auch die 80er Tots holen Würde eher näher Weil dann brauchst du wieder ein höheres Rating Also ich würde unter 83 Würde nichts holen Unter 83 würde ich keinen Tots holen Eher drüber Finde keinen Gegner Habe Packs Sind wir von über 400 K Gezogen Keine einzigen Tots Keine einzigen Walkout Belastung 1948 FC Ich habe 8 Packs geöffnet Und im 8. war leider mal Der erste Walkout Und es waren keine gute Packs Eigentlich Also Jungs Wer Lust auf eine Prüfgeschichte Von Frank hat Gerne mal Einzelnen Chat Ja genau Wenn ihr Eine Real Life Story Von mir und von Chris Hören wollt Hashtag Schlägerei Könnt ihr gerne mal Eine einzigen Chat Dann erzähle ich die Ansonsten bleibt es unter Verschluss Das ist ganz klar Ich hole mir 5 Tots Und mache dann die SPC Einfach keinen Bock Wieder 300 Euro rausgeben Die anderen Die anderen nötig haben Absolut Schick mir mal ein Team Habe Ja warte ich komme schon an Haben mir 15,86 Tots geholt Ja moin Das habe ich trotzdem keiner Die Tots kosten alle 27 bis 30 K Und investiert Aber muss jeder So wissen Genauso ist Ja Gerrit Nur du haust die 1 rein Gerrit Okay Okay Eins definitiv Also Jungs Ich 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 Darme mal dahinter Das Main Team Ich stelle mir das Hinter das Main Team Das ist glaube ich Genau Also das Main Team Ich mache die Musik dabei aus Hochpaar 1 Und zu viel Also Und zwar Wir hatten Oder ich habe ja Fußball gespielt In der Bezirksliga Beziehungsweise bin ich immer noch Beim Verein Aber ich spiele momentan nicht Wege einer Verletzung und so weiter Und zwar Hat damals Mario Stieglmeier Als Trainer bekommen Ich weiß nicht ob den jemanden kennt War auf der Bundesliga Er hat beim Jan Regensburg gespielt In der 2. Liga War österreichischer Nationalspieler War relativ bekannt Der hat Der hat seinen Einstand Weil Immer wenn man in die erste Mannschaft kommt Zahlt man Einstand Ist einfach so Bei uns zumindest Und der hat seinen Einstand Auf der Duld in Regensburg Bezahlt Also der kompletten Abend Die komplette Mannschaft Komplett alles gezahlt Alles Alkohol Alles Auf jeden Fall war dann Duld zu Ende Es waren Wir waren alle angetrunken Ich habe auch ein bisschen was gehabt Aber ich war nicht besucht Oder sowas Keine Ahnung Zwei Bier gehabt Oder so Auf jeden Fall Haben wir dann gesagt Okay wir gehen weiter in die Stadt Das war der Chris Also der Brücke Der wo immer Eigentlich immer neben mir sitzt Ich Und ein anderer Fußballkollege Und von seinem Fußballkollegen Seine Freundin Seine damalige Freundin Und von der Freundin Die Schwester Jetzt sind wir auf der Stelle In der Brücke entlang Auf einmal sind so drei So Gestalten hergekommen Keine Ahnung Die waren so Ende 20 Anfang 30 würde ich sagen Und haben die ganze Zeit Die Freundin von unserem Kumpel Angemacht Ja Und die haben immer so hingeredet Und dann war eigentlich alles wieder gut Und dann hat Aus welchem Grund auch immer Die Freundin von unserem Kumpel Du Wichser Oder so gesagt Zu dem anderen Einfach aus dem Nichts Und man denkt Ach Jetzt geht's jetzt wieder los Auf jeden Fall Haben die dann wieder hin und her Bla 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 Immer so unterm Gehen Und dann hat der Chris Irgendwann gesagt Alter Hat Augsburger Puppenkiste freigegangen Weil ihr drei Kasperler unterwegs seid Jungs Ohne Scheiß Ich war komplett dran Ich hab gelacht Ich hab bei ihnen in die Hose gebrunzt Ohne Scheiß Wer den Schatz gesagt hat Ich kann nicht mehr Und ich hab den einer gesehen Und der eine hat schon richtig Fahrrad und Schädel aufgehabt Das hat dem überhaupt nicht gepasst Dann hat der Typ wieder was gesagt Und dann hat der Typ wieder was gesagt Was willst du überhaupt Und dann hat der Chris gesagt Hat irgendwer nuller gewollt Weißt du du jetzt einschalst Und dann war es komplett gut Dann ist der Typ auf den Chris los Und wir sind die ganze Zeit so gegangen Und wir sind vor dem Irish Hub gestanden Ich weiß nicht ob das jemand kennt In den Ringsprache So eine Kneipe Und da spielen sie immer Livemusik Und da hat irgendeine christliche Veranstaltung Keine Ahnung Ausgang gehabt Auf jeden Fall stehen da so 10 so Ja so 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 Mesner ungefähr Vor der Tür Also haben sie zumindest ausgeschaut Ihr wisst was ich meine Und halten den Chris so fest Und schreit der eine Keine Gewalt Keine Gewalt Und halten den Chris so fest Das sieht man schlecht Dass mitzuhals hinten seine Arme So überkreuzt sind Und der Chris nix machen kann Und schreit immer Keine Gewalt Keine Gewalt Und der eine Typ Läuft auf den Chris so zu Und wollte ihm halt In die Schnauze hauen So Ich hab das gesehen Bin hingespurt Hab den auf jeden Fall Bevor er beim Chris eingeschlagen ist Hab ihn so Von hinten genommen Und jeder wo Wrestling kennt Oder angeschaut Der kennt einen German Suplex Ich hab den genommen von hinten So unter dem Läufer Und hab den über mich drüber geschmissen Dann ist der mit dem Kopf Mit dem Hinterkopf Voll Aber voll ins Kopfstein pflaster Das war mir in dem Moment wurscht Weil er wollte den Chris so greifen Und ich hab einfach gehandelt Also das ganze hat keine Ahnung 10 Sekunden dauert Oder so Ich hab dann immer so voll Mitgekriegt Ich hab dann einfach reagiert Auf jeden Fall hab ich den genommen Hab den voll hinten über mich drüberladen Voll ins Kopfstein pflaster Denn der Brüm war komplett hin Keine Ahnung Der war auf jeden Fall Ausgeschaltet Hab aber aus dem Augenwinkel gesehen Dass mein anderer Kumpelung greift Dann hab ich den einer wieder weggetackelt Hab den auch wieder so genommen Über mich drüber geschmissen Der hat sich dann an mir festgehalten Hab mein komplettes T-Shirt aufgerissen Hab überall die Kraler gehabt Hab da einen übelsten Cut gehabt Weil er mich irgendwie dann Keine Ahnung gerallt hat Keine Ahnung Aber wie gesagt Es hat alles Keine Ahnung 10 Sekunden dauert Ich hab dann einfach Bis reagiert Werden aber dann noch fortgegangen War natürlich geil Weil ich komplett alles Zerrissen gehabt hab Hab aber natürlich Die Geschichte genutzt Ja Und hatte einen schönen Abend Wenn ihr wisst Also zwei hintereinander Also zwei hintereinander Starke Aktion Ja wie gesagt Jungs Es war das erste Und das letzte Mal Bis jetzt wo ich mich Irgendwel Ja verteidigen hab müssen Ansonsten an den meisten Hab ich weggegangen Party Welcome to the crew Auch an dich Vielen Dank für deine Unterstützung Schreib es gerne Und wenn du kommst Und wieder auf Abwechslung geworden bist Danke dir mein Lieber Aber wie gesagt Wenn es um meine Familie geht Oder um meine Freunde Da kenn ich keinen Spaß Und da bin ich immer Der erste Der wo ganz vorne steht Also wirklich Ganz vorne Benjamin Deri Royal Rumble Oh nicht mein Jungs Also da war die echt Die waren aber absolut K.O. Die waren all drei Absolut am Ende Die haben nix mehr Die waren weg Die eine hat uns gesagt Es hat die Brünn aufgekommen Und gesagt Die Slammer sind mir gefallen Und die hat es weitergesucht Der war weg Der war einfach weg Der hat die anderen zwei Von Lindland Der war weg Geil Und ich meine Das war echt Das war echt Cool Das war echt cool Und eine coole Geschichte Da kommt mir echt Da denke ich gerne zurück Bekommt man ein Freepack Glaub ich nicht Ui zerrissene Schwert Übergratzer Das war wohl Ne Wölte Ohne Scheiße Jungs Das war geil Dab like Poppa Digga Du holst meinen letzten Sieg Danke dir mein Lieber Was ein Rating braucht man Äh 71er Teambewertung Und 99er Teamchemie Hab ich gehabt Servus Welken Tots hast gezogen An Davis 83 War Lisa Torhüter Von der EFL Also nichts Besonderes Verständlich Deshalb hatten bestimmt Schon viele solche Situationen Ja wie gesagt Familie Und Freunde Geben bei mir Ganz oben Also Da gibt es nichts drüber Und wenn die Jemanden von meine Freunde Oder Familie angreifen Greifen es erstmal mich an Und das Willst du nicht Ich habe jetzt nicht die Größten Muckis Aber ich bin Handwerker Und da ist schon ein bisschen Kraft da Bin ich? Ja Moin Puati Ähm wir machen das so Wir machen das so Ähm dass man mit zwei Toren Mit zwei Toren Unterschied gewinnt Und auswärts geht immer raus Also auswärts geht immer raus Und mit zwei Toren Unterschied Damit wir das Footswap Deals auch machen können Ich bin aufstritt gegen Gewalt Aber wenn ich höre Dass Jo Olli sogar von 14 Jährigen Wegläuft Dann würde ich mir so hart mal vornehmen Wie gesagt den Jo Olli Also ich habe Jo Olli ist bei mir Den wenn ich sehen würde Ähm wie gesagt Da hört der Spaß auf Danke dir mein Lieber Puati Vielen herzlichen Dank GG Danke dir Du hast ja seit einer Stunde Kennen gefunden Das ist belastend So Jungs Wir haben das 50k Set Wir haben das 50k Set Und jetzt Jungs Hashtag mit dem Spieler Den wir hier ziehen werden In der Chat rein Also Teamnamen einfach Push dich Weppies Weppies Crew Und wie gesagt Auswärts geht raus Lässt den Gegner zwei Tore schießen Oder er zieht selber zwei Tore Und dann abfährt er noch Boys Jungs Hashtag mit dem Spielern Namen den wir hier ziehen werden Chatpack Okay wir machen Wir machen auch gerne Chatpack Jungs Wir machen auch gerne Chatpack Kein Thema Wir machen gerne Chatpack Wir können auch gerne Chatpack machen Wenn ihr Bock auf ein Chatpack habt Machen wir ein Chatpack Kein Thema 2.50k Nochmal Totz Was sogar Was sogar Hä Süle Roussillon Totz Dominik Spies Ich habe immer noch Fortnite Ja moin Hashtag mit Das war eine schöne Geschichte Aus dem Paulaner Garten Übrigens Wenn wir jetzt Zwei Kasten Weizen Bestell Von Paulaner Bekommen Wir sprechen Das Paulaner Glas Damit wir Natürlich die Werbung Komplettisieren Haraguchi Oh mei Kater Kater 83 Gönne ich dir Bruder Kruse Gerrit Hätte ich Eigentum gemacht Hätte ich Nicht Bekommen So Jungs Wollt ihr Chatpack Wollt ihr Chatpack Höre ich Chatpack Oder höre ich Kein Chatpack Schreibt es mal rein Aber so zahlt Echt nicht mehr viel Das Game Fakt ab Hashtag Leber Die Hure Alles Klar So Jungs Überlegt es euch Ich gehe schnell Auf die Toilette Ich gehe schnell Auf die Toilette Überlegt es euch Ob Chatpack Oder nicht Ich wünsche Fuck 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 Grips Whoo Fuck Fuck Das war's für heute. So meine Freunde, das geht pflegt, den Geschlechtsverkehr. So, Jetpack, habt ihr mal das 10 Min ausgehalten, das Spiel. Also Jungs, anscheinend will keiner Jetpack. Ancheinend will keiner Jetpack, dann machen wir es ganz normal auf kein Thema. Come on, yeah. Danke für die Frage, gerne David. Und es ist ein Walkout, come on, yeah. Ah, nicht blau, schade. Nicht blau, aber ein Walkout, Brasilien, ZDM, Fernandinho, Casemiro. Casemiro, 88. Ja Jungs, ist was komplett. Jetpack ist jetzt leider schon ums Eck. Aber Jungs, 88er Casemiro, leider kein Tots, leider kein Tots. Aber das Geschwitze für das 50K-Set hat sich absolut gelohnt. Hat sich absolut gelohnt. So frech. Hab all derweil Tots André gezogen. Oh, GG, Marco. So frech, schreibt der Manu. Also 88er Casemiro nimmt man gerne mit, würde ich mal behaupten. Nimmt man gerne mit. Du gefrasst. Mach den Bildschirm aus und tu so, als würdest du dich überraschen. Oh Jungs, was ist denn dahinter? Was ist denn dahinter? Halt! Wir machen das, können wir wirklich mal. Ich mach den Bildschirm aus. Zack, zu, wir können ja machen, was dahinter ist. Vielleicht ist dahinter noch was geiles, Jungs. Vielleicht ist dahinter noch was geiles. Schreibt es rein. Komm auch mal. Vielleicht ist dahinter noch was geiles. Bildschirm ist aus. Hoffentlich was gut ist, Jungs. Hoffentlich was gut ist. Kater ist ein Kater-Brau. Eher so ein blaues Kärtchen, wäre nice. Eher ein blaues Kärtchen, wäre nice. Casemiro und du, da läuft doch was, eventuell. CR7, oh mein Gott, natürlich Philipp, ja natürlich. Lingard. Ja, drück X. Jungs, man darf keinen Walkout wegskippen. Man muss warten. Alle so einen Doppel-Walkout. Laber nicht. Guten Morgen, Warriors of the Night. Guten Abend. Kommt, sucht noch. Inform, Fredericks Team of the Week. Inform, du Lacker. Inform. Eicher-Bua, wie ist der aus dem Chat? Das ist der Patrick Eicher. Das ist Patrick Eicher, Gerrit. Sissoko. Boah, Sissoko wäre heftig. Aber der wäre angezeigt gekommen. Das wäre ein Walkout gewesen, Jungs. Also ich tippe mal in Form, Fredericks. Machen wir mal auf. Bildschirm an. Nice. Jawoll, Jungs. Top, Fredericks in Form. Ist okay, nehme ich mit. Und Luzano auch noch mit am Start. Nehme ich mit, Jungs. Nehme ich mit. Also wie gesagt, das ist ein geschenktes Pack. Das ist ein geschenktes Pack. Das nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit, würde ich mal behaupten. Den haben wir auch ganz entspannt. Einfach mal überteuert drauf. Ach, das ist Untrade. Jungs, jetzt wird es belastend. Jungs, jetzt wird es belastend. Der ist Untrade. Und ich habe Casemiro Untrade schon. Servus, CMH. Das hier, der ist, ah, fuck. Den haben wir uns, Regio. Deniert, nice. Wir meinen jetzt Karma. Danke, Jungs. Wir meinen jetzt SBC ballern. Wir müssen jetzt eine SBC ballern. Das hilft nichts. Dann machen wir einfach den Ödigard, oder? Machen wir Ödigard, oder holen wir unser Icon? Irgendeine Icon, wo wir vielleicht abschließen möchten. Irgendeine Icon, wo wir vielleicht irgendwann mal abschließen möchten. Aber am geschicktesten wäre Ödigard, oder Jungs? Am geschicktesten wäre Ödigard. Come on, wir machen Ödigard. Oder Mena? Nein, Ödigard ist am sinnvollsten, weil dann brauchen wir fast kein Rating. Weil wir haben nicht so viel Untrade. Wir machen Ödigard, Jungs. Wir machen Ödigard. Gucken wir uns den Casemiro schon rein. Casemiro. Casemiro rein. Tings haben wir mit dem 3-1-Team-Kibben mindestens 80. Nationalität vielleicht Brasilien. Mir ist so bar, weil er sieht, dass er in die SBC von Rübrü herein geflogen ist. Ja, moin. So, was habe ich jetzt für den Autisten-Föller? Ah, halt. So, jetzt halt. So, ZTV. Philippe rein. Und Lior Gaming. Welcome to the crew, mein Lieber. Vielen Dank für deinen Support. Schreibe es auf. Du, generell, wenn du kommst. Du bist auf uns aufmerksam. Danke dir, mein Lieber. Jetzt sind wir da hinten noch am Start. Pato noch. Pato noch rein. Okay, schauen wir mal. Wie gesagt, wir müssen einfach mal gucken, was dann so die Bewertung sagt. So, Brasilien. Oh, Position. Torhüter. Danke an alle die Siege schenken. Genauso muss es sein. Genauso muss es sein, Jungs. Wir haben mal den Neto noch mit. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Mit dem linken Flügel. Soll ich auch die nur auch auf Push-Stich. Okay, 82. Da bereichert man wahrscheinlich noch mehr. Schauen wir mal, linkes Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. Bei E82 vielleicht auch nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen was ändern. In meinem Verein. Dann haben wir den Pizzi haben wir noch. Pizzi haben wir. Oder schauen wir, was wir sonst. Generell noch Untrade haben. Untrade. Gold. So, 83 haben wir auch noch einiges am Start. Pizzi, Toprak, Dost. Schauen wir mal. Pizzi rein. Okay, würde eh nicht reichen. 84er würde reichen. 2, 83er würde auch reichen. 83er würde auch reichen. Ach, das reicht vom Rating her, nicht? Hmm. Spieler austauschen. Braucht man vielleicht irgendwann. Position Liga, Bundesliga oder so. Bundesliga. Bundesliga. Oh mein, Jungs. Jetzt bin ich schon wieder komplett am falschen Dampfer. Mein Gott. Halt ehrlich, die Wieschspiele mindestens ein. Oh Mann, Jungs. Ich bin schon wieder so ein Vollidiot. Ich kann schon wieder gar nichts. Und ich meine, ich kann schon wieder gar nichts. Rf, so. Okay, so. Götze. Reicht jetzt? Ah, wieder nimmer. Tolisso reicht. Tolisso reicht. Tolisso reicht. Und dadurch hau jetzt Götze rein. Da hau jetzt Götze rein, Jungs. Da hau jetzt Götze rein. Bender 82er für Bindel. Ich hau da Götze rein, Jungs. Ich hau hier Götze rein. Passt, Jungs. Perfekt. Perfekt. So. SPC, Jesus. Ja, danke, Philipp. Ja, das ist gar nicht mehr so einfach, wenn man alles aus dem Team machen möchte. Wenn man alles aus dem Verein machen möchte. Und natürlich so günstig wie möglich. Und im Stream dann auch noch. Wenn man nebenbei ein bisschen in den Chat schaut. Oder halt einfach alles erlebt, was ich machen musste. Morgen gehe ich nur aus dem Bett, wenn ich Hunger, Durst habe. Oder aufs Klo muss. So muss das. So, Jungs. Und jetzt haben wir die erste Tots Moment Karte. Mister. Ödegard. Stell Tots Karte auf zwei Kappen. Ja, da stülpert er, die alte Stülperwastel. Ja, nice shot is. Such bitte noch, wer noch nicht hat, schreibt der Detektiv. Launa, Detektiv Launa verschenkt Siege. Also Jungs, pushen. Oh mein Gott, walk out. Oh mein Gott, Tots. Moments. Wie gesagt, das haben wir, also an sich geil, dass wir Casemiro gezogen haben. War zwar untrade, aber trotzdem gut, würde ich jetzt mal behaupten. Den haben wir jetzt trotzdem noch verwenden können. Und haben eine 85er Tots Karte, das, ja, die Saison passt. Das, ja, die Saison passt. Haben wir das Maximum, oder haben wir das Maximum rausgeholt, würde ich jetzt mal behaupten. So, Jungs. Das heißt, wir machen jetzt weiter. Wir machen weiter mit den Brose Packs. Wir werden wieder Brose Packs ziehen, ungefähr bis, ich würde sagen, bis 870K. Genau, bis 870K werden wir jetzt Brose Packs nochmal ziehen. Und dann werden wir in die Liegen-SPC-Methode gehen. Dann werden wir in die Liegen-SPC-Methode machen, werden uns noch ein paar Packs craften. Heißt es ja, damit wir noch, ja, vielleicht den einen oder anderen Tots Händuzin, wäre auf jeden Fall schmackhaft. Ehre. Wie mir stinkend, Shorty, ist, du bist dafür teilweise unter der Woche daheim oder hast um 10 Schluss. Das ist mal ein Leben. Mach bis 860. Mal gucken, Philipp, mal gucken. Vielleicht machen wir auch bis 860, mal schauen. Okay, okay, völlig überredet, wir machen bis 860. Steffi Navratil, ja, was, ja. Die schöne Zeit ist aber jetzt bald auch vorbei. Der Schott ist verlängern, komme ich mal. Mein Bruder nervt mich auch, wenn ich dir nix tun, gefühlt, 15 Stunden in der Uni in der Woche und danach daheimgammeln. Schmackhaft, Jungs, schmackhaft. Du alter Geier. Sieht mal nicht rausgehen, gegangen. Ich suche jetzt noch 10 Mal, um Siege zu verschenken, aber danach echt kein Bock mehr. Also der Gerrit sucht jetzt auch nochmal, um Siege zu verschenken. Wer es noch nicht gemacht hat, Jungs, pusht dich, die Weppies, Weppies Crew oder, wie gesagt, pusht dich in das Team umbenennen und auswärts geht raus mit 2-2-Unterschied. Beziehungsweise, wenn euch der Gerrit oder der Detektiv Lara findet, werden die sogar rausgehen auf Ehrenmann-Aktion. Jungs, wie gesagt, vielen Dank an trotzdem nur über 40 Zuschauer, obwohl Benji streamt und wir keine Team of the Season Packs zeigen. Deswegen vielen herzlichen Dank, freue mich mega und es ist echt, tu dich gut. Danke. Gerne, Steffi. Jetzt habe ich mich fast schon wieder ein bisschen gefreut. Da bin ich zur Zeit schon dabei, aber nächstes Semester ist noch das letzte, neun Semester müssen reichen. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt gerade im 8., schreibe jetzt Bachelorarbeit und versuche noch die ein oder andere Prüfung zu schreiben und dann nächstes Semester nochmal. Und dann reicht es hoffentlich, aber da habe ich auch keinen Bock mehr. Wobei man die Studentenzeit eigentlich schon besser ausnutzen müsste, eigentlich. Habe ich schon 10 Siege gegeben, so muss das Detektiv Lara. Danke an Ronaldinho. Ich suche auch schon die ganze Zeit in Fortnite, aber da heißen keiner Webpys oder Pushtich saubelassen. Ist wirklich belassen. Ich suche auch den 50 KZ Dembélé. Ja, moin. Den habe ich schon alle Siege gegeben von euch. Also mir nicht Detektiv Lara, das ist bloß dann von mir gerecht. Gute Anfragen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, guten Nachts Sebastian. Ich werde aber höchstwahrscheinlich dann morgen früh streamen. Ah, ja, okay, mal gucken. Mal gucken, Jungs, weiß ich noch nicht genau. Mal gucken. Wie viel Geld machst du mit Brose-Packs? Also ich bin jetzt ungefähr, schätze ich, ich habe, war die Premier League SPC abgeschlossen. Den muss man noch dazu zahlen. Und habe so ungefähr, ich tippe mal jetzt mal, ich konnte ja genau sagen, zwischen 200 und 300 K plus gemacht. Also wirklich Reingewinn. Aber ist sehr zeitaufwendig jetzt Blackmagic. Aber wenn, dann wird es sich jetzt sogar noch mehr auszahlen, weil jetzt dann die ganzen Tots-Karten kommen. Und es macht einfach Bock. Aber ist sehr zeitaufwendig. Also es dauert wirklich sehr lange. Ich habe jetzt alles weg und dann schreibe ich nächstes Semester nur noch eine leichte Prüfung plus Bash-Arbeit. Aber ja, da hast du vollkommen recht. Finde ich rüppelichend auch ein bisschen schade. Aber Frank, du stressst mich nicht. Ich will nicht auf Krampf aufstehen für den Stream. Ja, ticke, da musst du schauen, was wichtiger ist. Schlaf oder Stream? Und jetzt schreibe ich auch nichts falsch rein. Mein Bannhammer ist schneller weiter, oder? Mein Bannhammer ist schneller weiter, oder? Bei Schlaf würde ich mich als neuen Mod bereitstellen. Alles klar. Ja, Schlaf natürlich. Alles klar, aber ein bisschen rauskippe. Moin Pierre K02, moin. Sorry, mein Internet hat gerade gelegt, wo du geantwortet hast. Kannst du bitte nochmal sagen? Wie viel Geld machst du mit Brose-Packs? Wie gesagt, ich habe es nicht genau abgezählt. Aber es ist erstens sehr zeitaufwendig. Also ich habe mindestens 10 Stunden ungefähr Brose-Packs nur Brose-Packs gezogen und dann Upgrade-SPCs und so weiter machen. Also das dauert wirklich lang. Also brauchst du mindestens ein Startkapital zwischen 300.000 und 400.000 Münzen. Weil für so viel musst du ungefähr Brose-Packs ziehen, damit du langsam die SPC abschließen kannst. Liegt aber je nachdem, wie viele Spieler du dann hast. Also ich kaufe, ab sieben Spieler kaufe ich immer die Mannschaft dann zusammen. Und ich habe jetzt ungefähr, also wirklich kompletten Rang-Gewinn ohne Wadi-SPC, die müsste man noch drauf zahlen, die 86er Karte. Ungefähr zwischen 200.000 und 300.000 Gewinn gemacht. Plus-Minus. Eher Richtung 350 Karte, glaube ich, sogar gewinnen. Über was schreibst du eigentlich deine Bachelorarbeit? Über einen Brandschutz von Unterdecken. Also Unterdeckplatten mit einem Brandschutzwert, mit einem bestimmten. Van den Belt. Was ist ja was wert? Nein. Die ganze Woche halt arbeiten, so Renten, wie dir die Rente bezahlen, da muss man am Wochenende geruht werden. Digga, also ich glaube, schon mehr gearbeitet, als du je in deinem Leben arbeiten willst. Ich bin jetzt einmal am Arbeiten unter der Woche. Da gehe ich um 5 aus dem Haus, na, um halb 6 aus dem Haus und komme um 9 erst wieder. Soll ihr einen 100er zum Premier League Tots aufladen? It's Loopt, das musst du wissen. Ich würde es nicht. Ich würde mit 100 Euro lieber schön Steak essen gehen. Mit der Freundin oder der Frau. Oder mir irgendwas anderes für 100 Euro gehen, aber kein FIFA Points. Aber das musst du wissen. Van den Belt ist auch noch minder. Ja, ich glaube ja. Okay, ist die Arbeit bei euch dann auch so stressig wie bei uns? Ja. Hallatotz sieht so stark aus und dann kackt sein Weakfoot und Sterniskurs richtig rein. Belastend. Das wäre bei mir im echten Leben. Die Werte von mir schauen auch stark aus. Und dann kommt mein Verletzungspech und meine Technik dazu. Danke an alle, ihr habt das Pech jetzt auch. Sehr nice, Patrick. Das machst du seit gefühlt drei Monaten so davor immer im Studentenleben gegammelt. Digga, ich habe schon immer am Wochenende gearbeitet. Und da bin ich noch komplett Vollzeit ins Studium gegangen. Also komplett Vollzeit und habe trotzdem am Wochenende gearbeitet. Also gehen wir nicht aufs Ei. Und sogar teilweise unter der Woche blank gezeichnet. Und ich habe auch vor meinem Studium gearbeitet. Ich habe nämlich schon mal Ausbildung und habe auch als Geselle gearbeitet und als Meister. Also gehen wir nicht aufs Ei. Ihr war schon eher noch in der Ausbildung, ab und zu mal in der Berufsschule. Und dann hat sich auch aufmuckert. So nicht, Dominik. Wieso 100 Euro für ein Steakhouse geben? Mei, oh mei, ihr macht was falsch. Tja, kann nicht jeder so einen Metzgersohn als Freund haben und dann immer Kobe-Rind geschenkt bekommen. Und dann unehrenhaft nicht teilen. Das ist der größte Mist eigentlich. Also da gehen wir schon mal keine Grüße raus. Zwei Wienz noch Nice Party. Das ging aber schnell. Weppis Crew ist Ehren-Community. Aufs Ei, wo ist das zweite hin? Ja, ich habe bloß eins, Jungs. Ich bin ein absoluter klassischer Einhoder. Irgendwas mache ich falsch. Alle haben das Pack und ich habe seitdem schon keinen gefunden. Manu, das WLAN hast du oder das LAN hast du schon, oder? Also Internet hast du. Internet Zugriff hast du, Digga. Internet Zugriff hoffentlich hast du. Ehre, nice Detektiv. So muss das. So, wie gesagt, Jungs, wir werden jetzt bald die Packs dann suchten. Moser hier ist der Lied. Ei, 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 er hat keinen Zwei. Der Mann, der hat keinen Zwei. Ei, 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 ei. Ach, da braucht man Internet. Huch. Wollte ja auch was vorbeibringen, aber du warst ja immer beim Arbeiten. Digga, du brauchst bloß Kummer. Straubing. Ja. Du hast mein WhatsApp. Du hast ja mal WhatsApp. Natürlich, ja, weil WhatsApp ist nämlich was ganz anderes als der Hände nochmal. Come on, Jungs, ein Totsausen-Brose-Effekt. Das wäre dann mal eine Ansage. Ich in real life bin alles gut, außer Weakfoot und Beweglichkeit. Bin Sechser, Elfer oder Stürmer und Kapitän. Kenne ich, so ähnlich läuft es bei mir auch. Wobei ich bin eigentlich immer dann, also ich habe alles schon mal gespielt. Weil es zu mir immer geheißen hat, egal wo ich spiele, ich kann jeden ersetzen, weil ich so stark bin. Hashtag noch abgehoben. Hashtag noch abgehoben. Aber dann zum Schluss eigentlich immer Außenspieler bzw. Außenverteidiger. Habe ich auch gerne gespielt zum Schluss, muss ich sagen, Außenverteidiger. Also Dominik, ich habe am Montag Geburtstag. Und bei so einem Kobi-Rind würde ich nicht Nein sagen, Kappa. Aber ich will es jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber da werde ich 25. So, wir werden auch immer noch ein paar Packs ziehen hier. Was wünschst du dir denn? Nix. Gesundheit, Jungs. Gesundheit wünsche ich mir. Mehr will ich gar nicht. Ich will einfach was Gesundes. Das ist glaube ich auch das Wichtigste. Das ganze Geld hilft ja nichts, wenn du nicht gesund bist. Unser Lehrer regt sich immer auf, wenn es Handy klingelt. Er schreit immer rum. Bei wem ist jetzt schon wieder eine App angekommen? Der ist auch nicht die 19-Ade. Ehrenmann. Er will sich nur Kobi-Rind. Nein, wenn ich wirklich Kobi-Rind will, dann kann ich mir das bestimmt auch irgendwo gönnen. Ja, mal hat es dann zwei doch in die Auge gehen, aber dann gönne ich es mir. Wer sucht auch noch? Mir fehlen noch zwei. Also es ist bestimmt noch irgendjemand am Start, der noch sucht. Aber das haben bestimmt, also das haben fast alle, die mitgemacht haben, haben es wirklich fast geschafft. Das freut mich echt übel. Da haben wir echt was Gutes geleistet, Boys. Da haben wir echt was Gutes geleistet. Such, ich schenke dir. Nice, direkt wie kleiner Ehrenmann. Wie gesagt, Manu, du musst einfach das Internet einschalten. Könnte das 50 K-Pack nicht machen und musste wirklich nicht spielen. Tja, für dich, der muss natürlich dann Prioritäten setzen. Ich meine, unser war ja Bio. Er ist halt Bio-Metzger, das kostet ja grundsätzlich fast das Doppel, ey. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ein Kobi-Rind kostet, Jungs. War es jemand, was ein Kilo, was ein Kilo Kobi-Rind kostet? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also wie gesagt, ich weiß nicht, was es kostet. Ich bin da bloß drei Cent. Ja, das ist eine gute Kalkulation. Philipp, das kannst du mir dann aber auch sagen. Also wenn du da relativ, also es ist nicht ganz günstig, aber wenn du relativ, relativ günstig herankommst, aber wenn es vielleicht bei zwei Cent einmal liegt, der Kilo-Preis, dann könntest du mir einmal ungefähr 100 Kilo mitnehmen. Weil es ist eigentlich ein guter Preis dann. Es war nicht der günstigste, aber ein guter Preis. Reicht Internet über Handy? Keine Ahnung. Normal schon, normal schon, Manu. Aber ich weiß nicht, wer das mit der Spielersuche da ist, keine Ahnung. Aber wenn mich jetzt alles zutzt, ist der, ist der Smacks ja, aber über OIT vom Handy drin. Und der streamt da sogar drüber, also. Sollte ich nochmal schon gerne. Schon funktioniert, das war schon jetzt. Aber normal müsste es funktionieren. Würde ich sogar was für vier Cent mitbringen. Ich denke, hast du ja kein Gartiger, aber ich wollte aber sagen, hey, Dicke ist GG. Auch, hör doch auf, das ist nicht cool. Wie gesagt, Gerrit, Pack-Skill ist das. Pack-Skill. Ja, man muss einfach jemand anders gönnen, dann gönnt man, weißt du, dann kriegt man es auch gegönnt, das Pack-Skill. Unterschiedlich, je nachdem, was für eins. Ja, so einfach so ein Durchschnittswert. Oder sagen wir einfach ein gutes Kobi-Rind. Wie wir essen, ja, wir essen ja keinen Müll, wir essen ja aber nur was Gutes, Dominik. Ist der Chat so, also ist der Chat so verzögert oder was, weil das so lange dauert? Salam Aleikum, Räuber-Pfotzenglas. Dicke, guten Tag. So frech schon wieder. Ach, warum noch, Jungs? Ist so ein ganz normaler, ganz normaler Spieler. Würde es vom Teuersten ausgehen, dass es gibt? Ja, nein, nicht vom Teuersten, dass es gibt, weil das Gieser, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, 5.000 Euro Deiner als jedes andere. Was sagst du zu diesem ebenfalls reichen Namen? Sehr, sehr löblich, sehr löblich. Ja, gefällt mir gut. Haben auf jeden Fall ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und das ist das Wichtigste, Räuber-Pfotzenglas. Au! Geht nicht, ja, sind nicht alle auf Cam, aber ich will nur Spieler haben, mit denen ich zurechtkommen, stattdessen ich will. Bereit für einen Witz? Schauen wir mal, Räuber, schauen wir mal. Oh, Jungs, da ist er drin. Der ist er drin, der erste Totz aus dem Brose-Pack. Da ist er drin. Ja, 800 bis 1.000 Euro, wo hier ist dann die Elite. Alles klar, Digga. Nein, in America. Nein, 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 nein. Au! Und wir blau. Oh, schade, Jungs. Das wäre die andere des Jahrtausends gewesen. Chang-Chi! Oh! Schauen wir mal, ob wir was verkauft haben. Ja, da wir die ganze Zeit ziehen und wir wieder was verkauft haben. Ja, moin. Okay, die haben aber nichts wert, das passt. Bei uns kriegst du einen Kobe-Rind, aber auch zwischen 5 bis 10 Euro pro 100 Gramm. Okay, also rechnen wir einfach mal, rechnen wir einfach mal mit 150 Euro pro Kilo. Oder rechnen wir, wenn wir gut raus sind, für 200 Euro pro Kilo. Also, na gut, das geht eigentlich wirklich. Dann hätte ich mal für heute, dann hätte ich heute, was soll ich noch alles ausgeben beim Shoppen? Ich werde gar nicht so viel ausgeben beim Shoppen. Hätte ich mal, hätte ich mal 2 Kilo ein kaufen können, wenn ich mit 200 Euro... Oh, ja, moin. Wir nehmen einen studierten Bauern. Akademiker. Er war nicht schlecht. Er war nicht schlecht. Ja, er war nicht schlecht. Come on, ey, der Blau. Du Sau. Werde Blau, du Sau. So, schauen wir mal, ob der was kostet, die Pflunzen. Nein. So, wie gesagt, wir werden jetzt noch ein paar Packs ziehen. Wir werden jetzt noch 10 Packs ziehen oder so. Und dann gehen wir auf jeden Fall jetzt in die SPC. Ich habe Bock, einen Totz zu ziehen, Boys. Ich habe Bock auf einen Totz. Kommt darauf, wie schwarzer ist. Also, ich bin ein Fan von schwarzem Humor. Wenn er sich einigermaßen in Grenzen hält. So, Geppenn, hau rein. Schönen Stream noch. Danke dir und gutes Nächtele. Ja, aber wenn er zu krass ist, dann kann der Dominik auch ganz schnell die Chatnachricht löschen. Reicht hier Davies nicht? Davies reicht mir noch lange nicht, Gerrit. Ramsdale. Der alte Nugler. Und Jungs, vielen Dank an den 10.200. Abonnenten. Das zweite Mal geknackt. Oder das dritte Mal sogar. Vielen Dank an diejenigen. Danke dir für den Support. Schreib es gerne, wenn du kommst wieder auf, was du immer bist. Ich weiß nicht, wer es war. Aber derjenige, der wird es wissen. Ja, ich. Okay, Steffi. Dann vielen herzlichen Dank für die kostenlose Unterstützung. Genau, Dominik. Wenn, dann löscht er einfach. Also, Steffi sucht noch. Ja, moin. Wie lange streamst du noch? Mal gucken. Ich mach nur noch. Es macht auf jeden Fall noch Spaß. Also, schauen wir mal. Mach die Wochenaufgaben noch. Also, im Stream machen. Oder die Leute im Chat machen bestimmt noch ein paar. Die Wochenaufgaben, wir haben es. Also, wir haben das 50k Set schon. Wir haben das 50k Set schon. Ich zock auf der PS4, Emre, ja. Also, jetzt loopen wir auf jeden Fall noch ein bisschen machen. Ich will noch ein paar Packs ziehen. Ich will noch ein paar Packs ziehen. Also, das stimmt. Ich schätze mal, wir werden noch machen auf jeden Fall. Tschui-Hong. Ich will noch ein paar Siel geschenken. So muss das Detektiv bleiben. Das ist Einsatz, Junge. Das ist Einsatz für die Community. Ich gebe B04-Zocken. Falls du noch an bist, komm ich dann wieder. Alles gerade, gell. Kein Thema. Es gibt noch Menschen, die B04-Zocken. Heimzutag. Smosh. Smosh. Das müsste Stammspunnen beim Steini. Smosh. Das Smosh. Kann ich leider nicht, Dominik. Kann ich leider nicht. B04-Zockt er. Ja, moin. Gere, Lana. Das bin ich. So muss das. Detektiv Lana. Allemal ein Herzchen für den Detektiv Lana, der da absolut die Siege gönnt. Okay, dann kommt jetzt einer. Copy und Paste oder überfotzenglotz oder was? Das hat nämlich zu lange gedauert. Ich glaube, du hast den von aus dem Internet ausgesagt. Ich glaube, du hast den von aus dem Internet ausgesagt. Ich glaube, du hast den von aus dem Internet ausgesagt. Der Beste, Jungs. Der Beste. Leider nicht, Schotis. Leider nicht. Ehre an Dietz. So muss das. Einmal umfinde ich jetzt keinen Wien mehr. Belastend. Ich sehe nur noch Schwarz. Fatma trägt die Büros falsch rum. Fatma trägt die Büros falsch rum. Burka falsch rum. Ja moin Digga. Ah der ist okay. Der ist okay. Ich sehe nur noch Schwarz. Fatma trägt die Büros falsch rum. Der war okay. Der war jetzt auch nicht allzu schlimm. Ich glaube der ist auf jeden Fall im Bereich des Nichtlöschen. Vor allem weil er es einfach mal dezent verschrieben hat. T9 grüße gehen raus. Kornhauten kapieren. Die Büros. Welche Büros hat er aber nicht. Oder welche Büros. Der Räuberfotzengloss. Der Witzemeister wirst jetzt aber nicht. Ja ja. Der Roman. Roman. Bereitet sich übel vor. Und dann nicht. Ja aber echt. Okay es kommt einer. Und dann. Ba da bumm. Das lasse ich mir nicht unterstellen. Wartet. Er kommt jetzt. Oh dezent verschrieben. Ja moin man kennt ihn. Vorher reingejoked. Ah ganz dezent. Weppi sind cool. Oh der war ja Dominik. Der war ja fast wieder unter der Gürtellinie. Könntest ihn mal bitte rauslöschen. Könntest ihn bitte rauslöschen. Ach fuck Autokorrektur. Schmock. Dominik bist ja gar nicht ein Schmock. Ach come on. So ein blauer Totz wäre schon mal gar aus dem Brosepack. Das glaube ich habe noch keiner geschafft. Oder hat schon jemand aus dem Brosepack einen Totz gezogen. Ich will der erste sein. Weil ich habe nämlich Packskill. Ich nehme jetzt um. Auf nicht mehr. Wir haben ja heute nicht mehr die Weppi. Sondern Mr.Packskill. Der Haidernei. So Jungs. Räuberfotzengloss. Räuberfotzengloss such. Er googelt gerade mal wieder nach einem schwarzen Humorwitz. Vorher hat er geschrieben. Vorher ungefähr 10 Minuten. Das lasse ich mir nicht unterstellen. Er sucht gerade noch Jungs. Er ist gerade noch in der Warteschlange. Bildschirm blau einmal. Danach wird es was. Alles klar Digga. Der Na ja. Na ja. Keine schlechte Idee. Stimmt nicht. War doch ein Gag Digga. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. raus. So bis 865.000 machen wir noch. Und dann machen wir ein paar große Upgrade-SPCs und dann machen wir die Liegen-SPC. Ich habe euch heute erst gefunden, aber ihr seid echt korrekte Leute hier. Danke dir, freu mich zu hören. Freu mich zu hören. Und das ist auch einen coolen Namen, also du darfst bleiben. Du darfst bleiben. Dein Name ist in Ordnung, weißt du? Das kannst du auch in den Chat hier reinschreiben. Wir wollen dich singen hören. Wir wollen dich singen hören. Vater, Sohn, ich habe all dein Spielzeug dem Kindheim gespendet. Sohn, warum hast du das gemacht? Vater, damit es dir doch nicht zu langweilig wird. Damit es dir dort nicht zu langweilig wird. Ja, moin. Dann habe ich jetzt wieder gefragt, was haben wir denn das wieder für einen? Wieder verkackt. Also habe ich verkackt. Sucht noch jemanden, das freu mich. Hashtag noch Homo. Ja, also bei uns ist Fanpost Hashtag Full Homo, gell? Jetzt musst du überlegen, Digga. Oh, der Ardai. Jungs, also der Cory Ardai. Leckt mich am Arsch, Digga. Ja, ich suche noch. So, jetzt machen wir große Upgrade-Packs, Jungs. Und dann die Liegen in der Liegen-SPC. Vielleicht Freie Premier League oder so. Der Manu, Frank hat integriertes Tenor in den Stimmbändern. Ja, alles kann sein. Alles, was noch Homo ist, wird ignoriert bei den Memphis. Ich suche mal weiter nach Witzen. Alles klar, Gerrit. Tob dich aus. Du Schatzi, weshalb hast du das Kinderbett so hochgebaut? So können wir besser hören, wenn das Kindchen aus dem Bettchen fällt. Alles klar. So, Jungs. Das heißt... Brose Upgrade. Was heißt gute Zeiten, schlechte Zeiten? Aldi auf, Aldi zu. Alles klar. Aldi auf, Aldi zu. Die waren ja jetzt auch nicht so witzig, würde ich sagen. Oder entweder... Ich bin immer wieder zu blöd zum Kapieren oder er war nicht gut. Kann man eigentlich die Witze im Internet raussuchen, studieren. Aber Jungs, also wenn man das studieren kann, dann geht es aber da bitte auch zum Studieren, weil das müssen Sie ja alle noch üben. Die waren ja alle nicht so geil. Also hättest du keine Kritik. Welche Schuhe tragen? Bildredakteure, Skandalen. Muuuah. Bra. Sorry, bra. Da brauchst du, äh, Räuberfotz und Kost, da brauchst du bessere Seiten. Da sind jetzt nicht unbedingt die absoluten Bringer dabei. Oder, Fotzkost, wenn Sie lustig sein wollt, vorher bitte noch Lachgas verkaufen. Wieviel kostet war die Liegen-SPC, wenn ich keine Spieler habe? Ähm, schau am besten auf Footbin-Detektiv-Lane. Ich weiß es gar nicht auswendig. Aber ich tippe mal so um die 200k. Oder 180k. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht auswendig. Wie entwickeln sich Autos fortpflanzen? Was für Witze magst du denn? Also Kategorie. Hä? Kategorie lustig. Hä, Jungs. Ich bevorzuge die Kategorie lustig. Und jetzt soll ich eben, was ihr da bringt. Ja, eher Kategorie lustig. Okay, oha, voll toll, ja. Ja, also wenn du alle Spieler kaufen musst, dann schon, ja. Ach komm, Digga. Fortpflanzung. Dann mach ich aber los. Dein Humor is lame. Alter, Jungs, ich hab den besten Humor ever. Ever, ever. Ich lach eigentlich fast über alles. Aber über solche schlechten Witze. Digga. Hab was Gutes. Oh, mein, jetzt kommt wieder der Absulte bringen. Was sind die vom Beruf? Zauberkünstler. Zauberkünstler? Ja, ich zersäge Mädchen. Hab sie auch Geschwister? Ja, zwei Halbschwestern. Oh. Die ist ehre. Absolut. Der Absulte Klasse ist doch der typische Name. Eine Spanier Sonja oder Carlos. Ja, genau, Jungs, das sind die Dinger. Das sind die dicken Dinger. Carlos. Pinocchio. Also der Pinocchio-Emote gefällt mir auch sehr gut. Ich find den so gut, schreibt er, Gerrit. Gerrit, der war auch schlecht, aber immer noch der Beste von heute. Das gleiche, weil... Ein Leverkassemö sagt zu anderen Leverkassemö. Servus. Da sagt die andere Leverkassemö. Ich kann auch, ich kann nicht reden. So ungefähr ist auch ein Witzniveau. Oh. Ich find kein mehr. Ja, moin. Ich find kein... Ach so, halt. Der Detektiv Lander sucht nach Spielern. Immer dringend, du findst keine Witze. Das war's auch komplett. Was ist braun und taucht im See? Ein U-Boot. Den find ich geil. Der ist gut. Der gefällt mir. Hahaha. Oh. Aus einem der Upgrade-Packs gleich Ibra rausgezaubert. Ja, moin. Wie viel wiegt eigentlich deine Frau? Frag mich doch bitte etwas Leichteres. Okay, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Sitzen zwei Leberwürste auf dem Baum. Schubst die eine die andere runter. Welche war es? Die grobe. Hahaha. 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 Ja, ist der aber echt geil. Hahaha. Huch. Was ist grün und guck dir den Schlüssel nach? Spionat. Hahaha. Manu gibt da Suchen, aber er packt nämlich nicht mehr aus, Digga. Hahaha. Ist der Burnout-Antrag schon eingereicht, oder was, Manu? Hahaha. Hahaha. Okay, ich glaube, ich höre auch auf und spiele mal die WikiLeaks, oder besser gesagt, ich verliere die WikiLeaks-Spiele. Alles klar. Mama, ich bin noch jetzt schon 14, bekomme ich Ende NBH? Nein, Hans. Hahaha. 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 Das ist genau mein Humor. Hahaha. Das ist genau mein Humor. Hahaha. Hahaha. Das war bis jetzt der Beste. Das war bis jetzt der Beste. Das war bis jetzt der Beste, Herr Gerrit. Mama, ich bin noch etwa 14, bekomme ich Ende. Hahaha. Nein, Hans. Hahaha. Also, Orange rollt den Berg hinauf, eine Wanderine. Und dann kommt der Räuber-Fotzen-Platz wieder mit rein. Hahaha. Huch. Haha. Also, Gerrit sei der war mit abend der Beste. Den fühle ich richtig. Den fühle ich richtig. Denn meine, ich bin noch jetzt schon 14, bekomme ich Ende NBH? Nein, Hans. Burnout ist da und weisst, T9 gibt wird aus Burnout Büro Uter. Das mach mich noch mehr fertig. Hahaha. Der war auch geil. Der war improvisiert. Der war noch... Der war... Pornös fast, meine ich. Nächster Legenden-Stream. Immer, Jungs. Wir haben immer einen Legenden-Stream. Jungs, ich bin ja das erste Mal seit, keine Ahnung, vier Monaten über zwei Kilometer zu Fuß gegangen. Meine Waren brennen. Jungs, absoluter Bizeps-Brankrad. Stalking ist, wenn eine Frau und ein Mann einen langen romantischen Spaziergang machen, aber nur einer davon weiß. Ist auch nicht schlecht. LOL, 112 Scorpi, 112 LOL. Digga, die habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen im Chat. Servus. Was machen kannibalen Ärzte? Was machen kannibale Ärzte? Hot Dogs. Ja. Okay, Schottis, beruhig dich noch wieder, okay? Beruhig dich noch wieder. Also, was machen kannibale Ausärzten? Ja, moin Digga. Ja, also. Börner in die Wadl. Also, absolut. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja auch nicht aus einem Kind. Ja, den kenne ich schon. Den kenne ich schon. Jungs, wir können noch 120.000 Sets machen. Ja, ich habe aussehen. Huhuhu. Chile hat auch keinen Gang. Ja, ich arbeite jeden Tag mit Tieren. Sie, ach wie schön. Sie haben bestimmt ein großes Herz. Ja, ich bin vom Beruf. Mäßiger. Ja, ist auch geil. Der ist auch gut. Ach du deine Packs, wir schreiben Witze rein, okay. Und wer lässt es vorher, muss ich das noch machen oder was? Na sicher, weil sonst, ja, dann muss ich arbeiten auch noch, du übernimmst die Arbeit jetzt im Stream. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schartiges Plätzchen, ja das ist ein absoluter Klassiker, das ist ein absoluter Klassiker. Ein Ballon zum anderen, du, ich glaube ich habe Platzangst. Gott ist ja schlecht, also Geld, du hast erst schwach angefangen, hast dann richtig, hast dann richtig stark vorgelegt und jetzt geht aber wieder sowas von Derbywerk ab, da muss ich aber dezent los. Komm Framco, wir sind schwierig von 1 bis 10 Punkte, okay. Also Gerrit ist momentan noch auf der angefochtenen Nummer 1 mit seinem Hans. Wie heißt deine russische Skiläuferin, Olga Prechova. Ja, Digga, also gut gemeinte 3. Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht, wo ist mein Traktor? Oh, das ist sowas von 1, das ist ja auch minus 1, also die Bewertung gibt es eigentlich gar nicht. Nackte Frau überfällt eine Bank, keiner der Zeugen konnte sich an ihr Gesicht erinnern. Ja gut, das ist ja eine Tatsache, das ist ja kein Witz, das ist ja eine Tatsache, Digga. Null, nur mal Null. Was macht eine Bombe im Bordeaux? Puff. Das ist eine 8 Jungs. Ich frage mich auf, wie man gesagt hat, das ist meine persönliche 8. Was war denn, wo ich meine Bombe im Bordeaux? Puff. 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 Den fühle ich auch. Den fühle ich auch. Puff. Oh, sieben vom Dominik ist gut. Vor allem das Puff zum Schluss her. Was haben Windl und Politiker gemeinsam? Beide sollten regelmäßig gewechselt werden und zwar aus dem selben Grund. Digga, ich weiß es auch nicht, Gerrit, ob du wirklich auf einer Witze-Seite suchst oder bei Faktastisch. Dann mal los. Ups. Ja, Wild Talk und Witze gemeint haben. Ja, Digga, Wild Talk und Witze gemeint haben, das kann nicht lustig sein. Pusche mal deinen Körper. Was ist schwarz und hängt am Baum? Ein Spanner nach dem Waldbrand und was ist rot und sitzt daneben seinen Freunden, der nachglühlt. Also Gerrit, jetzt wird es langsam schon richtig schlecht. Jetzt muss bald eine dicke Doni raus haben, damit wir uns die Scheiße noch vorlesen. Damit ich noch eine Sekunde verschwende, sowas vorzulesen. Juden und Nazi-Vorte. Ja. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Geil. Geil. Omi oder Graubstein? Witz als nächstes. Am Boden. Alles Blasungra. Bin so lange nicht geschlagen. Egal wie gut du fährst, Züge fährst du guter. Ach, Räuber, da gibt es gar keine Punkte für. Ja, also wirklich, also, Digga. Gerrit, der Witz war immer noch Eikenschmeichl. Da steht auf dem Grafstein einer Jungfrau ungeöffnet zurück. Jungs soll nicht machen, also, zur späteren Stunde werden ja alle schlechter. Oder auf welcher Seite schaut es nicht immer. Auf der nojoke.de oder was. Also, bis jetzt waren richtig, also, bis jetzt waren drei, bis jetzt waren drei, drei Witze dabei, die habe ich hart gefeiert. Die habe ich gefühlt. Der Rest, Jungs. Da weine ich eher, bevor ich da lache. Eine Oma beim Arzt, wo ist eigentlich das Herz? Arzt zwei Zentimeter unter dem Brustwarzen. Nächsten Tage der Zeitung, Frau wollte ihr selbst mal begehen und schoss sich ins Knie. Der war gut. Sehr gut. Jungs, wie viel Brustspiel haben wir eigentlich. Das ist ein Wahnsinn. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Lange Lichter flogen. Wie ein Astronaut. Warum haben dunkelhäutige weiße Ende, jeder hat was Gutes an sich. Oh, Träger. Mama, Mama, alle sagen, ich bin ein hättiger Monster. Nein, mein Kleiner, schließe seine drei Augen und da, jetzt bricht er hin. Ja, war auch gut. Erzähl mal den guten Fragen und den Jeffy. Nein, kann ich nicht, Jungs. Also ich bin absolut kein Witz erzähler. Ich bin einfach so am sich witzig, weil ich mir irgendeinen raus habe. Ich kann keinen einfach so einen Witz erzählen. Ich interagiere immer mit meinem Publikum. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Ich spiel keine Rolle. Du kannst noch meckern. Ja, Jungs. Es zwingt man. Hilft ja nichts. Räuber hat es einen Klotz. Nein, ich kann nicht bloß meckern. Ich habe auch die positiven hervorgehoben, die ich positiv fand. Die habe ich auch hervorgehoben. Digga, mach kein Auge. Wer hat die besten Witze bis jetzt gebracht? Ich fand, jeder hat einen guten gebracht, der Rest war dünsch. Jeder hat eigentlich einen guten gebracht, der Rest war dünsch. Also der Gerrit hat den mit dem Hans, den habe ich sehr hart gefühlt. Im Freibauer Fiebergott mit dem Puff habe ich auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gefunden. Neulich haben sie Haller, wo waren sie zur Zartzeit? Im Internet. Der war natürlich auch wieder, das war ja, haben wir wieder anders Niveau, Digga. Also der war ja, huch. Ein Junge hilft einer alten Nonne über die Straße. Sie für ihn noch, mein kleiner, er kein Problem. Bein, meine Freunde sind auch meine Freunde. Ach Gott, Jungs. Ihr macht's ja fertig. Ich habe nur einen gebracht, also war meiner gut. Ja, Dominik, du bist schon immer der Beste. In der Apotheke eine Schachtel Kondome, bitte. Gerne, das macht er am 399. Möchtest du ja auch eine Papiertüte? Nein, sie ist eigentlich ganz hübsch. Ja, ist auch gut. Wie nennt man den Flur eines Igos Eisdiele? Oh. Das sind aber die guten alten Witze, die so schlecht sind, dass sie schon wieder fast gut sind. Opfert. 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 Boah. Was heißt Ofen auf Chinesisch? Ich weiß nicht. Was hat ein Mann ohne Beine? Einen Popo. Für wen kauft ein Egoist Obst für sich? Oh, Digga, Luca. Obst für sich. Ja, ich kann nur mit dem Fremdgegen gekauft haben. Du hast ihm 3 Punkte bekommen. Oh, Digga. Nein, 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 nein. Bruno Gallo. Guter Mann. Was ist gelb? Habt nur einen Arm und kann nicht schimmen. Ein Pranger. Hi, Zum. Frauen müssen nicht hübsch sein, solange es einen Hintergeingang gibt, wenn man sie nicht sehen muss. Jungs, in der Nacht sind alle Katzen schwarz. Das war zum Sonntag. Wir sprechen die kinetischen Tintenfische aus. Tintenfick. Wir haben Samson. Oh, Dominik. Da, Digga. Oh, Mister. Digga. You can suck my digga. Ja, Jungs, da sparen wir sie mal wieder 3-2, aber auch ganz entspannt. Was sind gemischte Gefühle, wenn deine Schwiegermutter rückt, wenn sie mit dem neuen Baby an meine steile Klippe zuführt. Ist gut. Also, das war das Gegenteil von analog. Anna, sag die Wahrheit. Ich hab' dir nicht, Digga. Ich hab' dir echt nicht. Das war wieder komplett, Alter. Jetzt machen wir wieder komplett zum Idioten, Alter. Was ist rot und steht am Straßenrand? Eine Hagenute. Ach, Digga. Mama, weißt du, dass alle meine Freunde bereits das neue iPhone haben? Sohn, weißt du, dass deine Kinder haben unten an der Kreuze noch Plätze frei, Alter? Gerade einen gefunden und hat nicht gezahlt. So ein Dreckspiel. Belastend. Du machst dich echt zum Deppen. Ja, ich weiß schon. Welches Wasser trinken Chefs Leitungswasser? Ich hab' auch so gestern noch im Bett mit Mama Weißwurst gegessen. Nö, wieso? Auf den Nachtschicht hab ich noch nie auch gefunden. Der war richtig geil, Jungs. Der war richtig geil, Digga. Der war fast so gut, der war fast so gut bei der Hans. Und dann warst du jetzt noch im Bett mit Mama Weißwurst gegessen. Nö, wieso? Warum haben wir noch die Haare gefunden? Huch. Huch, musste schon los. Oh, fuck. Der war stark. Der war gut, Digga. Den haben wir schon gehabt, Phil. Den haben wir schon gehabt. Du warst auf der gleichen Seite wie... ...wie der Räuber Fotzenklotz. Du hast viel mit mir und kann addieren. Ein Achtung Plus. Frags und Doktor, kann ich mit Tuch vor dem Partner gehen, Doktor? Wenn sie die Wanne dann mit dem Vollen kriegen. Hahahaha. Der war gut. Den gab's noch nicht. Doch, den gab's schon. Mit dem Wurm. Mit dem Wurm. Und schmeiß die Schnecken raus. Den gab's den hab ich schon vorgelesen. Come on, wir brennen euch als einen Tots rausziehen. Come on. Jungs, Peck-Skill muss am Start sein. Jungs, ich weiß ja, was ich vorlese. Ja, Dominik gibt mir auch recht. Ich hab dir Schokoplätzchen gepacken. Es ist eine Entschuldigung dafür, dass ich dein Auto im Brand gesteckt habe. Was hast du gemacht? Die Schokoplätzchen gepacken. Hehehehe. 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 Manzini. Ja, nice Jungs, wieder 2,8. Gespart. Immer diese kreativen Witze, ich find die stinknormalen, unlustigen viel besser. Also Dicke, da waren fast nur unlustige dabei. Außer die richtigen Bürner, aber die haben mich gepackt. Papa, hast du jetzt noch im Bett nicht, Mama weiß was ich gegessen? Nö, wieso? Die hab ich noch nicht aufgefunden. Hehehehe. Oh Jungs, das schmeckt. Das schmeckt mir, Jungs. DAT schmeckt aber so richtig hier, wehste? Wehste? DAT schmeckt hier aber so richtig. Was spielen die Kinder in Kriegsgebieten? Wer sucht die Finnen und wer drauf tritt, der verschwindet. Hehehehe. Gomes Andrade. Echt nur Opfer bei mir auf der Arbeit. Karl-Heinz 57, Unfallschirurg. Hehehehe. 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 Sohn zum Vater. Papa, meine Freundin ist schwanger. Vater, bitte was? Sohn. Oh, noch mal. Nice. Sohn. Ne, alles gut. Hab nur eine sexy Matte geschrieben, Vater. Gott sei Dank. Hehehehe. 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 Das ist eine geile Taktik, Digga. Das ist eine gute Taktik. Das ist echt eine gute Taktik. Warten auf eine Allergiker Cola und Bier nicht gemischt trinken, weil er sonst Cola wird. Ohhhh. Hehehehe. Hehehehe. Kali Judy. Komm mal, Jungs. Wir haben jetzt nur drei Packs. Wir haben nur ein Tods drin. Das geht's dann ja. Come on. EA. Komm schon. Bitte. Bitte. Ohhhh. Connell. Ich bring den lahmsten für heute. Was ist ein Keks unter einem Baum? Digga, den haben wir schon gehabt. Den haben wir schon gehabt. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Jetzt singt wirklich das Niveau. Mann zum Kölner. Ich hätte gern drei Eier Kölner. Ich auch. Wie war die Stimmung in der DDR 7 sehen? Hehehehe. So. Letztes 2-7 Spieler. Pack. Come on. Yeey. Vielleicht noch mal zum Abschluss was Gutes. Eiii. Glückwunsch zu Hazard. Schubi. Danke dir. Danke. Treffen sich zwei Schafe. Sagt das eine Mäh. Sagt der andere Mäh. Sagt der andere Mäh. Da drüber. Hehehehe. Schubi. Was hast du bekommen? Natürlich hab ich Hunger. Ich hab jetzt auch ein bisschen Hunger. Danke dafür. Ich hab mir gerade geschrieben. Der beste Witz bekommt 100 Euro. Ja genau Digga. Aber 100% nicht. Ich nix Geld. Ich heute shoppe. Na Jungs. Goden für 5-3. Der Goden. Die Alte. Der Alte. Der Alte Bohrer. Der Goden. Was passiert wenn sich zwei Berge berühren? Nichts. Ah Jungs. Aus der Zeit werden es so schlecht, dass ich keinen Witz mehr vorlesen will. Danke. So. Schauen wir mal die Ikonen-SPCs an. Pires. Ich hab seit langer Zeit schon keinen Witz mehr. Achso. Ok. Der Goden. Der Alte Hoden. So frech. Ich zieh bald nach Syrien. Brand neue Häuser. Ein frisch gesprengter Ratenbombenstingerartiger. Sehr verlangen. Bin wieder da. Sehr nice. Jetzt Luke. Hast sehr viel verpasst muss ich sagen. So. Machen wir damit was aufhören. Keine. Machen wir damit was aufhören. Keine. Machen wir damit was aufhören. Ich komm aus Namibial. Hast du halt schon erzählt? Ich hab morgen meine Friseurprüfung. Hoffentlich schneid ich gut an. Was passiert? Nix. 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 Nix bestimmtes. Ähm. Stefan. Wirst du einen Baustein bezahlen? Ja. Ok. Ich arbeite dann. Alles klar. Ähm. Schubi aber. Hab dich bei FIFA Pack Reaction gesehen und du warst mir gleich sympathisch. Ach. Danke dir. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Das freut mich sehr zu hören. Wenn du so Sexisch redest du erinnerst mich so an meinen Nachbarn. Der kommt ja aus dem tiefsten Sachsen. Der versteht echt kein Wohl. Verstehst du echt? Wer redet Sexisch? Wer redet Sexisch? Geht nicht oder? Also ich hab noch nie Sexisch geredet hier im Stream. Einfach bübschen einmal hier. Ja. Das. Also das geht unter keine Kühhaut hier. Also so nicht. Da rüfe ich gleich in Smexi an. Smexi bester Mann. Smexi ist der beste Mann Jungs. Aber wenn einer beim Feiern was er erleben will dann mit dem Smexi feiern. Okay. Der. Da schaut er so bei ihr. Keine Witz von der Blondin im Aufzug? Nein. Ich auch nicht. Ich hab die Treppe genommen. Alles klar. Von welcher Mannschaft bist du Fan? Ähm. Liverpool. Eigentlich nur Liverpool. Du glaubst bei dem Golden du Hoden. Du glaubst bei dem Golden du Hoden. Du glaubst bei dem Golden du Hoden. Wie war's von nix. Smexi 2.0. Oha. Er hat dich aus Sachsen wiederer. Ach Jungs. Saufen. Morgens, Mittags, Abends immer saufen. Der Hahn muss laufen. Nene, 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 nene. Jetzt haben wir noch zwei Iren. Versteht ihr? Iren. So jetzt gucken wir mal was haben wir jetzt hier noch alles. ZM. Und RM. Das läuft nicht. Hm. So läuft das nicht. So läuft das nicht. So läuft das nicht. Dann war mir am besten nur ein Engländer oder so. Wir brauchen Engländer aus der dritten Liga oder so. Spieler austauschen. Wollen wir schauen. Jetzt haben wir den Dänischen. Ukraine. Österreich. Dann haben wir jetzt so. Ah. Fuck. Dann haben wir ein Torwart. So. Dann haben wir noch eine Tschechische Liga. So. Dann haben wir da Torwart. Dann haben wir jetzt an. Österreichische Liga. Train-Squad-Spieler. Position. Öl-V. So. Ähm. Was mit Julio von Kindheitssachen an. War noch nie was da verkehrt. Digga. Also ich weiß nicht was du dafür gerüchte in die Welt setzt. Keine Ahnung. Mal los. Nein. Also wirklich. Also wenn ich wirklich zu einem Verein wirklich ihm schon immer gehalten habe. Dann war das eigentlich Liverpool. Und halt so bei Deutschland. Äh. Ja. Bayern. So jetzt mal. So. Okay. 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 Digga. Ich morgen so kein Bock auf Bundesliga. Das glaube ich. Was bist du für ein Fan? Waren Wochenaufgaben. Haben wir schon gemacht Samuel. Haben wir schon gemacht. Blondini schwimmt über den Bobensee nach der Höfe. Sagt sie ich kann nicht mehr und schwimmt zurück. Alles klar. Ach. Im Film. Alles klar. Geschichten aus dem Saarland. Oder musste der Bäcker ins Gefängnis. Er hat zu viele Eier. Ach. Jungen gesetzt halt. Also wirklich. Schmeckt. Boys. Schmeckt. Schmeckerino. Nice. Don't let me down. 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 Hey Jungs. Also die Packs waren jetzt alles saftig knaftig. So als wir nicht der Überreißer. Aber es war immerhin nicht schlecht. He he he, das war ein sehr gutes Pack, aber das Pack bringt uns ungefähr 10k, oder würde uns 10k bringen, wir nutzen ja die Spieler, aber das Pack würde uns 10k bringen, nur mehr mit dem Club macht man was mit, ja der Digga, da kann auch der Lukas, der Badeschlappen ein Liter versingen, was auch für Banion kann fliegen, zwei Vögel, ich bin so ausgezuckt, wie wir das 4-0 in Enfield gemacht haben, bester Champions im Moment ever, noch Finale 2007 allerdings, geil hast du schon 10k und 200 Abos, ja, danke dir, Freiburg, Fiburgut, so, haben wir den da rein, den da rein, naja, und den da mal rein, küsstest du bis alle Zeit ein Brennholzverleih, also Digga, Gerrit, leck mich doch am Arsch Digga, huch. So, KSOP haben wir, den und den, halt, Schubi, viel Spass bei uns in Freiburg. Warum ist der Donat zum Zahnarzt gegangen, um eine neue Führung zu bekommen, boah, war ein Witz, den Sieg hätte ich ja auch verdient. Absolut. So, jetzt haben wir da Stürmer und ZOM, dann haben wir hier ZIV, RV und Torwart. Und hier, uuuuuh, breiten wir hier noch irgendwas, irgendwas, eh. reicht nicht reicht nicht reicht nicht ganz ehrlich hoffe dass Nürnberg bei uns gewinnt und der VfB direkt absteigt kurz ein week in the game gemacht so jetzt gucken wir mal was brauchen wir da noch St. Pauli also einen Spieler braucht man noch gucken wir mal was haben wir da noch Stürme ZDM und Stürme Finn League K-League haben wir Torwart ZDM bringt uns auch nix LV gewinnen holen wir sie noch aus der zweiten spanischen Liga ja das muss aber morgen Nürnberg gewinnen und VfB verlieren ja das stimmt oder wir machen das so mal schauen wir mal vielleicht geht das so auch zack 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 perfekt Jungs perfekt so abgeschlossen wie kassiert man den Kühlschrank Kühlschranktür auf Eierrast wenn der VfB gewinnt sind wir morgen schon abgestiegen stimmt ja das packt ihr schon und um Stuka mach ich mir kein walkout Jungs come on ah wieder ne blau walkout in Form Spanien Stürmer Santimino 85 he 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 pow 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 nice man Jungs Alter ich hoffe so dass ich ihren Premier League Tots ziehe hoffentlich grüß dich Franco die sind an der Stelle YouTuber hi ja hoff ich ach hör auf es wird immer noch frech he 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 tung ja so halbада daß ihr alle wieder wach seid hau mir mal ein ganz geschmeidiger 85er san die Mino raus nein bitte keinen Witz mehr jurisdiction пытonisch machen die waren so hart unlustig takiliar Der war aber auch wieder absolut unlustig, das ist immer ein Fakt. Relief Pfeiler, Franco lese ich es mal rückwärts. Ja Jungs, sind die Miner, was bringt der Ball? Jungs, was bringt der Ball? 22, 23 K, nimm er gerne mit, aber wir hauen ihn über Tor drauf, ist eh ganz klar. Den nehmen wir doch gerne mit, oder? Reiß den Verein. Ist das ein RTG Erkannt? Das ist mein RTG Erkannt, ja. Das ist mein RTG Erkannt. Ich kann euch gerne mal, diejenigen, die jetzt einschalten, mein Team zeigen. Also das ist mein RTG Erkannt. Ich bin dieses Jahr eigentlich auch nur am RTG Erkannt aktiv gewesen. Am Hauptsache habe ich eigentlich so gut wie nichts gemacht. Also ich war eigentlich nur am RTG Erkannt aktiv. Wie viel kosten immer auf PS4? Einfach auf Footbill schauen, ich weiß gar nicht, als wenn ich jetzt look. Bis zum Morgen oder heute später nochmal live. Ähm, ich will am Samstag, also heute auf jeden Fall noch online gehen nochmal, ja. Ich weiß aber noch nicht wann. Eigentlich in der Früh, aber mal gucken wie lange der Stream jetzt hier noch geht. Eventuell früher Nachmittag dann. Wir haben aber dann höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Weekend League zocken müssen, damit ich meine Spiele voll bekomme. Genau, wie gesagt, in meinem RTG Team bin ich eigentlich sehr, Baby, also nicht aus der monatlichen, aus der ersten Baby-Icon-SPC. Also nicht aus der monatlichen, sondern aus der Baby-Icon-SPC. Ich habe genau, ich habe eine Baby-Icon-SPC gemacht und ich habe eine mit-Icon-SPC gemacht. Ich habe genau jeweils eine gemacht. Hatte ein bisschen Peklack, ich habe genau auch eine Premium-SPC, UCL Premium-SPC gemacht und da wurde Chris Wunderin. Also Peklack war auf jeden Fall am Start. Ja gut, und Eden Hazard, aus dem Gold-3-Player-Pick auch mal mitnehmen. Also auf dem RTG Erkannt ist Peklack absolut am Stüssel, Jungs. Aber absolut. So, Jungs, dann gucken wir mal, was wir für SPC so machen können. Huff. Jetzt schauen wir mal, vielleicht immer noch so ein Prose-Icon-Ding-Macher. Hatte auch Gold-3 mal nur gespielt und zack, Lala und Company. Nur noch Gold-3. Top, Digga. Uff. Schreibt der Dominik. Uff. Schauen wir mal, ob wir da noch was am Start haben. ZM und Torwart. Brasil haben wir nix. Ja. South African haben wir auch nix. Wie gesagt, ist halt alles ein bisschen mühsam. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch. Was ist das so? Halt, das ist schon der Neue, glaube ich. Torwart ZMLM-RF. Okay, ist wieder so eine andere Ausstellung. Belastend. Ich bin im Übrigen das Maxi-Mitbewohner, wenn du dich noch erinnerst. Schauen wir mal vorbei. Natürlich, Digga. Natürlich. Der stille YouTuber. Also, ich habe gewusst, der stille YouTuber kommt mir bekannt vor. Aber ich habe mich echt nicht mehr zuordnen können. Aber jetzt, was du sagst, klar, Digga. Klar. Nice, dass du vorbeigeschaut hast. Hoffentlich, Digga. Ich hoffe, dir geht es gut. Und ich muss echt gucken, dass ich irgendwann jetzt mal demnächst mal wieder zu euch komme. Weil Leipzig, Leipzig ist ja gar nicht so weit weg von mir. Keine Ahnung, wie lange wir das letzte Mal gefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr. Aber, muss man eigentlich schon mal wieder vorbeigucken bei euch, zwei Verrückten. Die Preise gehen ja gerade wirklich ziemlich hoch. Mein 93er Euse ist um fast 300k rauf. Uff. Jo, gehen wir aus Ultimate raus, dann ist dein Alonso geupgradet. Mein Aurier ist auf 90. Echt? Echt? Boy. Jungs, dann gehen wir mal raus. Bin auch mal raus, muss morgen fit sein. Morgen ist die Rewash. 2015 hat Hannover uns in die 2. Liga gehauen. Jetzt gibt's Payback. Digga, dann pushen. Und kein Thema nicht. So, immer nehmen wir jetzt für 180 holen. Oder noch bis zum Premier League Tots warten. Das musst du wissen. Jetzt, Lupe. Ich konnte dir leider nicht sagen. Na ja, als fit war echt ein cooles Wochenende. Und zocke auch nur RTG. Von daher schaue ich immer mal, wie die anderen so zocken. Sehr nice. Gut, aber Digga, du bist ja Elite-Spieler, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ich bin absoluter Gold-3-Spieler. Jetzt gucken wir mal, ob der Mr. Alonso geupgradet worden ist. Oh ja, 90er Rating, Jungs. Da haben sie das beste Bild erwischt. Boah, der Jungs, der schaut jetzt schon richtig böse aus. Heftig, der Typ. Aus da, 99. Ein Maschinchen. Ein Maschinchen. Genau, am besten bei einer Lightning-Round, ja. Am besten bei einer Lightning-Round, jetzt Lupe. Ja, hab lange nicht gezockt. Seit Jahren zocke ich mal wieder jetzt paar Wochen. Hab richtig Bock auf Tots. Ja, ich glaube, ja. Tots ist immer eine geile Zeit. So, Jungs, jetzt schauen wir, welche liegen wir noch machen. Oder ob wir irgendeine Liga machen können. Vielleicht bei der Serie A irgendwas. Atalanta. Serie A. Atalanta. Vier. Oh, ich würde das Bild nicht gehen, nicht? Okay. Okay, also vier haben wir zu wenig. Vier haben wir zu wenig. Cagliari. Schauen wir, was wir da haben. Cagliari, Calcio. Oh, zwei. Cagliari, Calcio. Gio Verona. Zwei. Vier. Fünf. Vier. Schauen wir mal, ob wir Gio Verona Team selbst aufbauen. Elektro-Spieler-Pack. Das wäre eigentlich gar nicht so kack, dieses Pack. Schauen wir einfach mal. Zack. 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 Kommt drauf an, wie teuer die Spieler von denen sind. Dreamsport. Biersau. Die ganzen Goldspüle raussuchen, weil die sind normalerweise nicht teuer. Die sind normalerweise nicht teuer. Schauen wir mal. Biersau. Nein. Biersau. Schauen wir mal. Hine wahrscheinlich nicht teuer. Dann gehen wir unter 900. Cagliari. So, ich komme unter 900, Tränen kann man ja nicht. So, dann kriegen wir unter 900. Belevah. Ist mit dem Chris, sieht man nicht mehr so oft. Ja, momentan hat er sehr viel Arbeit leider. Und daran hat er die allergrößte Motivation, sagen wir es einmal so. Arbeit wird schon wieder. Ah, Jungs, sagst du jetzt nicht, du hast den Verein gewechselt, die alte Nutte. Jetzt sagst du nicht, du hast den Verein gewechselt, die alte Nutte. Ich habe 100% den Verein gewechselt, oder? Halli, ich habe den Verein gewechselt. Die f*** ich. Kleine Nutte. Der hat auch einen Verein gewechselt. Ja, was ist denn mit denen alle? Der hat wahrscheinlich auch einen Verein gewechselt, oder? Oh, nein, der nicht, okay. Obwohl man hätte ihn ein. Ei, 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 ei. Wasser ein. Oh, ich meine Jungs, das Schlimmste bei der Ligen-Spezio-Methode, wenn sie alle hier mit dem Verein wechseln. Das ist echt ein bisschen belastend. Also jetzt haben wir den einmal rein hier. Zack. Rosettini, okay, den gibt es auch noch. Schelotto. Ob ich ihn fein gewechselt? Oh, nein. Tomovic. Auch am Start. Sorrentino. Der auch am Start. Okay, jetzt haben wir den einmal rein. Den könnten wir hier reinhauen. Und eventuell hier noch. Und bräuchten wir jetzt nur RF und Stürmer. Totz. Größer Totti, was sagst du? Auf jeden Fall. Team überfit. Natürlich, ich hoffe bei dir auch. Ich hoffe bei dir auch. Serie A. Oh, yeah. Ah, jetzt wird es gleich schon teurer. Jetzt glaube ich wird es schon teurer, Jungs. Was der kostet. Ja, okay. 800. Der kostet. Okay, ist zu teuer. Jungs. Wir brauchen vom Saufen herkommen. Ja, moin. Beim Saufen war der wieder der Buhl. Davis 83. Nicht? Also heute habe ich gezogen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das war ich. Nichts. 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 Aber der ist wahrscheinlich wieder nicht bezahlbar, oder? Wir brauchen den Rechtsverteidiger, Jungs. Weitere Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger. Wir brauchen einen anderen ZM. Wir brauchen noch einen anderen ZM, Jungs. ZM. Und dann gucken wir mal was der kostet. Nutter. Absolut überteuert. Gaudini. Digger. Ah, der hat wieder einen Verein gewechselt. Ich bin auch zufrieden mit meinem Tag. Wie schaut es aus mit deinem glorreichen Davis. Bist du auch zufrieden? Auf jeden Fall mit dem Packs, wo ich bis jetzt gezogen habe, bin ich absolut zufrieden mit dem Davis. Ich habe jetzt Sante Mina noch gezogen. Casemiro haben wir an den Track gezogen. Also heute mit dem Packs bin ich auch wieder absolut zufrieden. Jetzt haben wir das erste Modell hier. Jetzt haben wir das erste Modell hier. So, haben wir. Normalerweise kaufen wir die Spiele erst später. Normalerweise kaufen wir die Spiele erst später. Aber ich schaue eigentlich immer, wenn man ein Goldspiel hat, dann kann man die eigentlich gleich auch kaufen, weil die sinken so vom Preis her nicht. Oder, ja, die sind eigentlich eh immer relativ günstig. Ist eigentlich eh ein Abschlusspreis von dem hier. Also nicht immer, aber fast. Ja, Moment. So, Rosettini haben wir. Oh, da bin ich RIP. Wie lange streamst du noch? Nimmer allzu lang. Schauen wir einfach mal. Ah, belastend. Schauen wir mal, nimmer allzu lang. So, den holen wir sich noch. Nice. Haben wir auch. Schöpx. Und два. Und zwei. Und zwei. Und zwei. Und zwei. Und drei. Erstens. so haben wir auch tun die gefahren morgen bis 16 uhr oder ab 18 30 stream inzwischen ist alles okay ja also ich tue mir leid damit ich komme leider nicht bloß nach dir richten ein bisschen müdigkeit setzt bei mir auch schon jungs pusht euch kann jetzt eigentlich position erfahrt zu ihrer fahrer direkt ab der world plus 3 man könnte eventuell den ztm für im form oder die v oder torport austauschen bitte ja jungs ehre jungs haben uns aber ordentlich 2k gespart die schauen ja alle gleich aus jetzt haben wir uns aber auf ihre einiges gespart frech schreibt dominik frech da war der bahnhammer ganz schnell am stark empoli morgen auch wieder bloße packs oder wie natürlich jungs natürlich was haben wir gesagt empoli oder empoli 1 2 3 4 5 6 ok ich kann mal wieder ja na 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 n düşün na 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 wüh provided ja so gucken wir mal was die spieler so kosten drakowski dürfte ja im form ok aus ihm entfernen lolo halt toll für eingewechselt aus ihm entfernen und ucchan ich glaube du und der lukas sind schon süchtig nach der methode ganz dezent jetzt loop ganz dezent heftiger typ für drei minuten vor zwei stunden totz und walkout es kann jetzt schon wieder raus gern was zwei minder aber jeder fangt einmal klar an jeder fangt mal klein an jeder fangt mal klein mal an verein gewechselt du nutte das ist das schlimmste bei der liegen spc methode wenn die aber alle im verein wechseln das ist aber das ist echt der expensive one das ist echt der teure spc z mkpc sind alle so teuer mxchill diesmal irgendwann mal ein günstiger kommen ja pfui ja pfui jungs pfui ok also den machen wir auf jeden fall noch nicht also den machen wir definitiv noch nicht naja ihr habt es aber auch geschafft ohne bei anderen zu ihm eingehen ja gut das stimmt das stimmt allerdings so florenz die sollte normalerweise günstig die florenza sollte wieder eigentlich relativ relativ günstig sein normalerweise ist sollte eigentlich schlafen gehen weil ich krank bin aber ich kann mir lieber ein stream von franco lull digger aber lieber bett gehen und auskurieren wichtig pizella pizella zack zack pizella schM der w Simple koste gerade mal nichts den holen wir sich gerne mal im wiegt der hugo holen wir sich gerne mal so im wiegt der haben wir ich glaube sowieso wieder bis mindestens 12 ja moin wenn wir den von Auli einbauen Lafonte Christoforo Ampiraghi Piaka Penassi dann könnte man hier theoretisch noch Werdo Perfekt Der kostet auch nix Oh Nice haben wir Er hat zwei Tots gezogen aber er hat nur einen gezogen Ja vielleicht hat er sie verschrieben Die 2 liegt ja neben der 1 Die 2 liegt doch neben der 1 Vielleicht hat er sie verschrieben Neiche UCL und EU E-Euro Liegen immerhin aufs match Echt kolme Oh die Jungs hier können wir uns natürlich gerne mal Die schauen wir uns gerne mal an Uno Momento Hä Was kostet ihr Gut rausgekommen Schauen wir uns gerne mal an Jungs Schauen wir uns gerne mal an Schauen wir uns gerne mal an Schauen wir uns Was im Ladescreen ist Jungs Ich schaue nebenbei einmal auf Twitter Ok da sieht man leider noch nix Da aber auf Twitter sicher ist New Man of the Match New Man of the Match New Man of the Match Lukas mit 86er Hero Karte Origi mit 81er Hero Karte Obermeyang mit 93er Karte Kepa mit 86er Hero Karte Und Huntelaar mit 84er Hero Karte Also Ist ok aber jetzt ist es nicht unbedingt So geil Obermeyang schaut nice aus Aber ansonsten Nix spektakuläres Ansonsten nix spektakuläres Es geht eigentlich eher Kauft auf Vinaldum Vinaldum wäre egal gewesen Aber ich glaube Vinaldum Vielleicht sogar ein Team of the Season Ich glaube Vinaldum Vielleicht ein Team of the Season Und bekommt deswegen Keine Karte Kann ich mir gut vorstellen Kann ich mir gut vorstellen Dass er dann deswegen keine Karte bekommt Weil er ein Team of the Season bekommt Odigi bekommt Hero fürs Abstand Digga alter Odigi war eine Maschine Odigi wäre Liverpool nicht weiter Digga Wie er die Tore gemacht hat Ist egal Er ist zum richtigen Zeitpunkt Am richtigen Fleck gestanden Und das musste er erst einmal Die hat auch im Verein gewechselt Die kleine Nutte Ehrlich Ich bewahr mir diese Bilder Ich bewahr mir diese Bilder In einem schwarzen Fotoalbum Mit dem silbernen Knochen Und viele Bilder von dem Typen Mit dem silbernen Kopf Und viele Bilder von guten Freunden Und Freunden Die Feinde wurden Von Autos mit 1000 PS Und Freunden mit geilen Code Von Partys von Konzerten Von den Brüchen Von den Ersten Von den Feuchten Nein Glaub ich nicht Eher Fabino Grin Und nicht so krass wie Farbe Finde ich Ja aber vielleicht Kann sein Ja aber vielleicht bekommt er Vielleicht bekommt er ja Ähm Vielleicht bekommt er Sorry Jungs Stream war gerade kurz offline Keine Ahnung wieso Lag an OBS Lag an OBS Müsste jetzt wieder alles funktionieren Oder? Ist echt so finde ich Die Leute immer so lustig Die sagen mit Zollern Für mich wäre es ja ganz locker gewesen Wenn die nicht mit der Abwehr Klage gekommen wären Wäre es vielleicht sogar schief gegangen Stimmt ja Da ist er wieder Jo Frauen und Technik Ja Achja Gerrit Warte noch wohin jetzt Wenn ich jetzt wieder irgendwas ziehe Weinst wieder Habe einfach keinen Bock mehr gehabt kurzzeitig Absolut Aber ich glaube wie gesagt Wienaldum wäre jetzt also Der perfekte Kandidat Für Team of the Season Moments So Haben wir auch Machen wir das Pack noch auf Bei sowas wacht der ganze Stream wieder auf Da vollschreibt einfach keiner was So Come on Jungs Wir machen jetzt die zwei Packs auf Und dann gucken wir mal Jetzt haben wir die zwei Packs noch auf Und dann schauen wir mal noch Jungs Hashtag Mit dem Namen dahinter was wir ziehen werden Hashtag und den Namen dahinter was wir ziehen werden Schreibt es jetzt rein Come on Und pushen Einfach mal vier Stunden online Und keinen einzigen Kein einziges Wikileaks Spiel gemacht Hero Odigi Hashtag off 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 Hä Kann nicht sein Jungs Kann nicht sein Jungs Jungs ich bin eigentlich noch online Da ist er wieder Hä Bei mir ist OBS alles grün Jungs Achtung Keine verworfene Frames Müsst ihr euch alles passen Was wirklich kurz weg Ja moin Ja moin Jungs Dann machen wir ganz schnell die Packs noch auf Dann machen wir schnell noch ganz schnell die Packs auf Oh Bruder 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 Schlechte Packs Ja guud Ja guud Ja guud nehmen wir mit jungs nehmen wir mit so come on also in hero schreibt er ins loop okay schade ja war leider nichts dabei immer in die tafel come on brasilien zum taliska 83 ist okay taliska 83 nehmen wir mit aber auch schon lange habe ich lange nicht gezogen ich weiß jetzt nicht mag dass ich ihn aus tafel gezogen habe juan jesus alessandrini hat ein bisschen was wird nice boys die geschichte der zwei lachen im land die kommen aus mannheim und sind für eine sache bekannt und wenn ihr euch fragt der ist ab zum pack easy schubert akka mehr bis kraft als sache genie halbzeit eine kum und dann innerhalb von zwei min zweiter geschossen der hat sie den hero mehr verdient als origen wie gesagt ich glaube dass der tods moment karte bekommt kann man gut vorstellen auf jeden fall kann man jungs oa sbc machen wir noch fertig eine sbc machen wir noch fertig schauen wir mal kurz oa sbc machen wir noch fertig auf eine habe ich noch bock auf eine habe ich noch bock schauen wir mal was wir vor die italiener haben frosinone frosinone ok das ist rinz reizeniert easy schubech ein offerte dann abo geben zum ende nachtiger abo geben aber nicht mehr wer heißt jetzt fc genua gab ja hinter vielleicht oh ja 1 2 3 4 5 6 1 5 5 6 6 6 6 8 9 9 10 10meter aufsteigen so 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 man muss so Prozowicz, Politano. Okay, Jamal. Perni. Oh, der ist teuer. Koster, Kamerata. Ist auch nicht teuer. Okay, vielleicht brauchen wir keinen Torwart, aber dafür dann irgendwer. Keine Ahnung, was anderes rein. Prozowicz. Lf, Politano. Oder vielleicht ein Doll wird oder so. Okay, perfekt. Perfekt zum Mamas, Jungs. Perfekt zum Mamas. Das werden wirklich die letzten Menschen die Leihkarten verwenden. Mir fällt da auch nur einer ein, eigentlich. Halt, so müssen wir ihn machen. Nice. Ey, dieser Shorty hat Leihkarten auf der Bank. Der Gerrit. Der Gerrit. Der alte Leihkartenbesitzer. Der Gerrit. Der Gerrit. Der Gerrit ... Der Gerrit. Tiger. Ich mache den Gerrit. den Gerrit. Das ist gut so. Der Gerrit. Brozovic haben wir noch. Brozovic, rein in die Ulf. So und dann haben wir noch Mr. Politano. Oh, den kriegen wir wahrscheinlich nicht aus dem Ding. Oder wir hauen den Ambrosio rein. Ah, f*** dich. Oh Jungs, jetzt hörts bloß auf ey. Den kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht aus der Ulf, oder? Können wir ihn jetzt anders machen. Wir müssen es anders machen, schauen wir mal schnell. Liga. Serie A. Bajadabu, ja altes Start. L.M. Dig. Ach, f*** dich. Jetzt werden wir innenverteidiger bald noch. Auf ganz entspannt. Das ist eine Notche haben wir schon. Das ist eine Notche haben wir schon. Also einen Mann habe ich auch schon. Also einen Mann habe ich auch schon. Da muss sich der Hund hinten anstellen, wenn du die Revage unbedingt willst und länger als 30 bis 45 Minuten bist ja normal eh nicht draus mit dem Hund. Weil jeder habe ich auch schon. Habe ich auch schon Jungs. Warte mal. Gucken wir mal kurz noch mal. Also einen. Und dann. Und dann. Und dann. Ah, halt, Borja Valera habe ich noch nicht, danke Jungs, Borja Valera habe ich noch gar nicht. Aber es reicht von der Chemie ja nicht, also ich hau da die Birne rein. Bringt ja nichts Jungs, ihr seht es ja gar nicht, ich bin nicht so blöd Jungs, ich bin nicht so blöd. Ich bin leider nicht, ich bin nicht so blöd Gerrit meine Güte, jaja Digga, und jetzt halt, und jetzt halt, und jetzt halt Digga, und jetzt? Was tauscht Vecino mit Valero? Puderfuck ist Vecino und wer ist Valero Digga? Ich brauche ja schon mal, ich brauche schon hier Digga, ich brauche Team Chemie mindestens 80, äh Team Gesamtwertung. Wie von Miranda Capa. Gute Entscheidung. Halt, so geht's Jungs, so geht's. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. Nein, geht einer. Äh, geht einer Jungs. So geht's. So geht's. Vielleicht den Move da. Ich mag da nicht Pushed Rating. Ihr seht jetzt alle so kleine Gose, Jungs, geht auch nicht, zwei Punkte, schaut mal, zwei Punkte. Hey, Spiele austauschen. Ich werde mal schauen, wenn ich den jetzt da unten nehme, wenn ich das Verbrauchsobjekt anwende, wenn ich da noch Position ZM zu ZM mache. Hä? Ich riskiere jetzt einfach, mache den mal zum ZM und dann mache ich noch zum ZDM. So mal, das ist jetzt einfach. Schick, riskiert jetzt einfach mal. Ja, ficken. Okay, bringt auch nichts. Ja, moin, man kennt ihn. Oh, um einen Punkt, das ist wohl nicht der Ernste. Yes, Jungs. So, jetzt haben wir den Valero noch. Jetzt haben wir den Valero noch. Nice. Das ist halt immer so eine Spielerei, wisst ihr was ich meine? Das hat leider immer so eine Spielerei. Aber es lohnt sich dann im Endeffekt. Jetzt haben wir uns wieder ordentlich Coins gespart. Ja, ja, Gerrit. Im Dummen daher, denn bist du der Beste, gell? Ich würde mal gerne sehen, wenn du das selber machst. Ich würde gerne mal dich sehen, wie du das am besten machst. Okay, schade. Vielleicht noch ein blauer. Ach, come on. Lächerlich. Lächerlich, Jungs. Deutschland. ZM. Goretzka 83. Okay. Mit Goretzka 83, aber wie können wir leben und können ins Bettchen gehen, boys? Rüdiger ist noch mit dabei. Ja, Jungs. Nehmen wir mit, oder? Würde ich sagen. Würde ich sagen, nehmen wir gerne mit. Ja, man hat meinen Titel aus Dummschwärzer vorher nicht verteidigt. Goretzka was wie jetziger 5k, glaube ich. Ja, ist in Ordnung. Den behalten wir. Ist in Ordnung. Den können wir behalten. Ja, ist kein Thema nicht. Ja, boys, das Pack hat auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall wieder Plus gemacht. Sieh mal, ich hätte auch keinen Omega Lull. Ja, tatsächlich. Ja, mein. Mit dem Pack haben wir auch wieder Plus gemacht und das ist doch im Endeffekt am Ende des Tages wichtig. Hauwau. Den Rest nehmen wir gerne mit, boys. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob noch jemand online ist. Ist der Benji noch online, Jungs? Ist der Benji noch online? Schauen wir mal kurz, ob noch jemand online ist. Benji ist noch online, Jungs. Anscheinend, laut meinem Ding hier. Ja, Benji ist noch online. Dann drückt man sich erstmal Werbung, so muss das. So, Jungs. Dann würde ich mich freuen, wenn wir alle noch zusammen, würde ich mich freuen, wenn wir alle zusammen mit zum Benji noch kurz rüberschauen. Einfach bloß, Hashtag, Weppi's Crew, nochmal zum Abschluss so richtig hart rein penetrieren. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bin raus, wir hören uns auf jeden Fall. Checkt das Insta ab, dann verpasst es nicht. Haut rein. Gutes Nächte. Danke für den Support, war mega nice. Ciao, ciao.